Wenn ihr übrigens wisst, wer gestorben ist, schreibt es nicht in die Kommentare. Niklas, danke dir, Mann. Die Geschichte von Martha ist dead und die darin vorkommenden Charaktere sind fiktiv. Ach, ich dachte, es ist so wirklich passiert. Das Spiel enthält möglicherweise unangenehme Szenen und behandelt Themen, die einige Spieler beunruhigen könnten. Möglicherweise. Vielleicht aber auch nicht. Das Spiel ist für ein Erwachsenenpublikum empfohlen. Wir sind alle einfach so reif, Leute. Ah, flüssig wie das Bier in meiner Kehle. Grüß dich, Julia. Ja, ich weiß. Ich frag mich, warum. Wer ist gestorben? Es ist so viel passiert. Ich sollte bei meiner Kindheit beginnen, aber ich erinnere mich nur sehr vage. Ich erinnere mich nur an den Sommer 1929, als sie mich zu meinem Kindermädchen schickten. Neues Kapitel, die Legende. Wow, Chapter 1 hab ich schon geschafft. Oh, das war sie, als sie klein war, ne? Herz und Leid können uns dazu verleiten, böse Dinge zu tun, als wir eigentlich gute Menschen sind. Ey, das ist die perfekte Geschichte für junge, kleine Mädchen. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Oh, sie macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Bald bin ich auch eine junge Frau, dann könnte sie mich auch töten. Tötet sie auch die, die sie mögen? Natürlich nicht. Das beruhigt mich, weil ich sie mag. Aber was ist mit Martha? Wäre sie in Gefahr? Deine Schwester ist bei deiner Mutter, also mach dir keine Sorgen. Fehlen sie dir? Nein, ja, Martha fehlt mir ein bisschen. Aber ich verbringe gerne Zeit mit dir. Geh jetzt schlafen, kleiner Spatz. Es wird langsam spät. Ja, Nanni. Das ist adorable, ey. Ich schlafe und träume von der weißen Frau. War sie hübsch? Oh, sie war sehr hübsch, ja. Bildhübsch. Dann wird sie auch hübsch in meinen Träumen sein. Und werde ich auch so hübsch wie sie? Du wirst noch viel hübscher sein. Nanni, da die weiße Frau mir ja nichts tut, weil ich sie mag, und weil du keine junge Frau bist... Kannst du mir ihre Geschichte erzählen, auch wenn es neblig ist? Bitte, oh, bitte, 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 bitte. Dennoch schlafe ich ein, versprochen. Oh, na gut. Du setzt immer deinen Willen durch, du Schlitzohr. Ey, das ist die Stimme von der... von der Hexe von Chihiros Reise ins Zauberland, oder? Oh, no. Ich glaube. Ich habe Nanni jede Nacht darum gebeten, sie mir zu erzählen. Ja? Obwohl sie mir Angst gemacht hat. Moin, was habe ich verpasst? Moin! Jetzt heute kann ich mich noch an jeden einzelnen Tag aus dieser Zeit erinnern. Und daran, wie glücklich ich war. Danke. Oh, krass. Wegen der Kamera. Nice, alter Spielraum ist da. Einer alten Legende zufolge... Oh, geil. ...werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Sympathisch. Sie freute sich auf einen Spaziergang mit ihrer großen Liebe am See und blickte auf den alten Baum, der auf der Seeinsel wuchs. All die Hoffnung und Sehnsucht. Doch es war der Tod, der sie erwartete. Nicht ihre große Liebe. Äh, weiter zuhören. Sprechen. Ähm, das ist unfair. Das Leben ist manchmal unfair, Schatz. Aber so ist es. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Na gut, ich versuch's. Aber das macht mich so wütend. Weiter, Nanni. Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Der hat aber haarige Arme, Alter. Und so wurde er auf der kleinen Insel mitten in dem See erhängt, wo er die Frau getötet hatte. Das ist die perfekte Gute-Nacht-Geschichte einfach. Überall. Aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Und das heißt, wenn man jetzt nachts zur Insel schwimmt? Der weißen Frau. In den Tiefen dieses Sees gefangen. Sie trauert bis in die Ewigkeit um den Verlust des Mannes, den sie so liebte. Ich dachte, der hat die umgebracht. Warte. 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 Ich habe das Gefühl, dass es eher für Controller ausgelegt kann, das sein. Das ist so weird. Ey, du könntest prima YouTube-Tutorials machen. Wenn es nicht in der Steinzeit wäre. Neue Filmrolle rein. Kamera wieder zuklappen. Ja, fein. Kamera zumachen. Aha. Und schau... Timer aktivieren. Ich wüsste gar nicht, dass es sowas damals schon gab. Das finde ich irgendwie sehr interessant. Gleich geschafft. Jetzt nur noch das Motiv fokussieren. Ja, komm, 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 komm. Äh. Aha. Alter, voll die Wissenschaft. Da steht etwas auf dem Wasser. Vielleicht kann ich es durch die Kamera besser sehen. Wo ist denn da Wasser? Wovon wir mal, um das Objektiv zu bewegen. Äh. Die Frau. Was? Ist das ein Mensch? Ich muss ihm helfen. Ne, ich muss erst hier, die Quick-Time-Events. Oh, krass. Das ist wie die Gonzales. Eben war sie noch Regular Gonzales. Ich war entsetzt über die Vorstellung, dass jemand in meinem See ertrunken sein könnte. Der See war meine Welt. Ich verbrachte dort den ganzen Tag mit Träumereien. Ich habe mich oft in Gedanken verloren, aber das war ein richtig böses Erwachen. Schlimm. Ähm. Ja, ich... Let's go. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl, Alter. Wie, um zu schwimmen, ey. Entschuldigung. Haben Sie ein Minütchen Zeit, über unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus zu sprechen? Oh, ich möchte nicht danach ran. Ich muss, ne? Ich habe sofort gesehen, dass die Person eines meiner Kleider anhatte. Ich hatte Angst. Ich versuchte dann, diesen leblosen Körper so gut ich konnte, ans Ufer zu zerren, ohne selbst zu ertrinken. Erst als ich ihn in meine Arme genommen hatte, wurde mir klar, um wen es sich handelte. Es war meine Schwester. Oh! Ein Zwilling. Ein Teil von mir. Oh, die waren Zwillinge. Tot. Unbegreiflich. Aua. Ich war so verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun oder denken sollte. Das ist so krass, Alter. Ich dachte, das kommt irgendwie zu spät. Ich will vor euch bleiben. Oh. Martha ist nicht tot. Alter, du so... Das kann nicht sein. Ich habe Angst vor der, ey. Dieses Öl ist gruselig. Also, ich, also der Charakter... Der Zeh hat sich doch bewegt. Martha, hör auf mit dem Scheiß. Okay, was... Es ist alles in Ordnung. Hoi, hör auf damit. Das ist super creepy. Alles wird gut. Ich muss ruhig bleiben. Der Titel lügt. Martha ist nicht tot. Das kann nicht sein. Da kommt die Zeitungsspiel. Das ist nicht wahr. Oh, pssch, jetzt. Martha. 26. Februar 1923. Right. Das sind die beide halt noch sehr, sehr jung. Spaß, Martha ist doch tot. Ist alles okay? Bist du verletzt? Nee, wir chillen nur. Ey, was ist mit mir? Mit der, mit der Julia? Ach, das sind die Eltern. Meine Mutter. Meine Mutter umarmte mich. Sie, die mich hasste, war zärtlich zu mir. Ihre Wärme erfüllte mich mit Kraft. Knuddelte mich nun, Chita. Der Schmerz wurde erträglicher. Ich fühlte mich geborgen. Martha, ist alles in Ordnung? Fragte sie mich ganz langsam, damit ich ihre Lippen lesen konnte. Sie dachte, ich sei taub. Sie dachte, ich wäre Martha. Oh, shit. Ich wollte nicht, dass dieser Moment vorbeigeht. Also nickte ich leicht. Mir war nicht klar, dass ich etwas getan hatte, das unumkehrbar war. Oh Gott. Oh Gott. Ich musste nun so tun, als wäre sie Martha. Das heißt, die Eltern denken, sie ist Martha. Und die andere wäre gestorben. Oh, das ist ja verrückt. Mein Gott. Oh, das ist ganz schön abgründig, ey. Puh. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Neues Kapitel, die Leiche. Erster Tag nach Marthas Tod, 22.30 Uhr. Das Kreuzzeichen. Oh Herr, der du die Sterbenden zum Leben erwächst, gib dein Opfer der Liebe für Marthas Seele hin. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, damit ich im ewigen Licht wieder mit ihr vereint sein kann, um niemals die Verwüstung des Fegefeuers zu erleiden. Bitte gewähre ihr die ewige Ruhe und den ewigen Frieden, oh Herr. Und möge das ewige Licht auf sie scheinen. Ja, ich frage mich, ob die Eltern das nicht erkennen. Erich, hast du daran gedacht, die Kerzen im Flur anzuzünden? Die Leute kommen bald. Mama findet immer für jeden etwas zu tun. Was ist das? Interessante Punkte hervorzuheben. Tipps können in den Spielauktionen deaktiviert sein. Space und interessante Punkte hervorzuheben. Was ist das? Was habe ich denn da Kleines? Ich weiß nicht, was das sein soll. Oh mein Gott! Oh Gott! Ich wusste nicht! I'm sorry, dass... Oh Gott! Oh Gott! Ähm... Well... 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 Eine Handgranate. Fuchs, da Erronja, Mafra und Tobias, danke schön für eure Spenden und Abos. Bring ich das jetzt hier hin? Achso, das ist ein Feuerzeug, ne? Ah... Macht Sinn, weil das da bei den Zigaretten lag. Ich habe mir das fast gedacht, aber das sah so... ...halt ungewöhnlich aus, ne? Okay, jetzt stehen wir jetzt hier bei der Leiche so, also... Ich meine, ich kenne die früheren Gebräuche nicht und... Wenn du fertig bist, kannst du bitte die Blumen holen oder Martha schicken, wenn du magst. Das ist irgendwie alles sehr unangenehm. Nie hat man seine Ruhe. Auch nicht in einer Zeit wie dieser. Sie kann keine Sekunde still sitzen. Hm. Ein Telegrafenkasten. Ich weiß, wie man damit umgeht. Papa hat es mir beigebracht. Also, der Vater heißt Erich und sie sagt immer Martha. Das heißt, wir sind schon eine deutsche Familie, richtig? Papas Oboe. Wir bereiten ein schönes Duett zusammen vor. In den seltenen Momenten, in denen er zu Hause ist, versteht sich. Alles klar. Kommt denn nun jemand, um diese verdammten Blumen zu holen? Ah, halt den Rand. Wenn Mama noch was fragt, gibt es kein Entkommen. Ich hol die Blumen bei der Mutter ab. Oh Mann, ich will nicht bei der Mutter die Blumen holen. Ich will hier Sachen erleben. Never mind, hier ist langweilig. Ich hole die Blumen ab. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Wie der da liegt? Naja. Das ist alles extrem weird hier irgendwie. Kann ich mit ihm irgendwie interagieren? Auf eine ominöse Art und Weise. Was hat denn der da eigentlich? Ach, das ist ein Weinglas. Ah, verstehe. Da lassen mich die Textur ein bisschen im Stich. Hi, Mom. Schön, dich zu sehen. Bei ihr muss immer alles perfekt sein. Okay. Die lege ich jetzt hier irgendwo rein? Klopft es? Was mache ich denn jetzt mit den Blumen? Hier an den Kranz? Hm. Was labert der? Am Fahrrad war, was meintet ihr? Was denn? Vielleicht kann ich auch mit nichts interagieren, wenn ich... Oh, hier. Ach, da. Ich habe gleich gesehen, dass da ein Topf unten dran war. Oh, die lässt sich auch nicht lumpen, ne? Welche Tür? Ich hätte es gerne gesehen. Aber die Glocke war viel interessanter. Erich. Erich, wach auf. Findest du es angebracht, ausgerechnet hier zu schlafen? Was? Hm? Ja, ich war so müde. Worüber sprechen die? Du kannst nicht hier bleiben. Geh ins Bett. Nein, nein. Ich möchte bei meiner Tochter bleiben. Oh, Gott. Deine Tochter. Deine Tochter. Du hast noch eine Tochter. Die, die noch am Leben ist. Wovon redest du da, Irene? Julia ist tot. Was ist das denn für ein Gerede? Wie kennst du nur? Du solltest an Martha denken. Julia hat Martha wehgetan. Das weißt du, oder? Und als wäre das nicht genug, hat sie sie auch noch allein gelassen. Die gleiche alte Geschichte. Alles ist immer Julia schuld, nicht wahr? Sie ist schuld daran, dass Martha taub ist und du unfruchtbar bist. Glaubst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Martha ist taub? Also muss sie so tun, als wäre sie taub? Julia ist tot, Irene. Tot. Jemand hat sie umgebracht. Ist dir das klar? Natürlich ist mir das klar. Hältst du mich für dumm? Keinem ist das klarer als mir. Sie hat immer nur Probleme gemacht. Okay, das muss so belastend sein, um sie das zu hören. Du spinnst. Ich spinne? Ich? Ich glaube, die Mutter hat sie umgebracht. Vielleicht soll man das denken. Ja, dein Tod ist allein meine Schuld. Tut Julia jetzt so, als wäre sie Martha? Was ich jemals für dich tun konnte, war dir weh zu tun, Julia. Mein armes, süßes, verrücktes Mädchen. Weil er geht ja davon aus, dass sie Julia ist. Was mache ich nur unter dich? Wie soll ich jetzt weiterleben? Können wir es ihm nicht sagen? Aber dann fliegt das alles auch auf. Die Frage ist, was ist halt wichtiger, ne? Aber ich bin jetzt zu Hause. Ich meine, der Vater ist uns ja eigentlich positiv zugeneigt. Wir können zusammen angeln gehen. Schmetterlinge fotografieren. Nein, nein. Wir können gar nichts mehr zusammen unternehmen. Oder? Gar nichts. Boah, ey. Das ist so dieser Moment, wenn man... Während angloamerikanische Bombenangriffe weiterhin die friedlichen Städte... Denkt, sie macht irgendwie die Augen auf, ey. ...haben wir von einigen tragischen Nachrichten aus dem Horrorspiel geschädigt. Die junge Tochter des deutschen Wehrmachtgenerals Erich K. wurde in der Nähe ihres Hauses ermordet. Okay, das Wehrmachtgeneral... ...Motivation könnte sich hinter solch einer Feigentat verbergen. Das hoffen die Karabiniere, die sich der Angelegenheit sofort angenommen haben, herauszufinden. Hm. Sehr interessant. Harmony Bananenmus, Nesim, Dankeschön für eure Primes. Mutter schien nicht sonderlich unter der Situation zu leiden. Sie interessierte nur, wie schmerzhaft mein Tod für Martha war. Mich nicht mehr da zu haben, muss eine große Erleichterung für sie gewesen sein. Schließlich war es für alle besser, dass ich gestorben war. Und es war auch besser für mich, dass alle das dachten. Da kannst du nur die Welt hassen, irgendwie. Steuerwurst. Nötwischen, danke. So, mit wegen der Kamera... Oh, kann ich mich jetzt entscheiden? Verlor... Martha fand... Warte mal, warte mal. Martha... ...fand nicht. Verlor... Ihre... Existenz, Seele, Seele, Seele? Was passiert? Du musst einen Satz bilden. Ach, ja, ich weiß. Martha verlor ihre Seele. Aber ich weiß ja nicht, worauf es hinausläuft, weißt du? Alter, was zum... Oh Gott! Martha verlor ihre Seele. Das Game ist irgendwie verwirrend? Na, bislang ist es ja noch nicht so kompliziert. Ah! Krass, gruselig. Ich... ... Ihre Identität. Richtig? Identität, ja, genau. Das ist es. Das ist es. Warum ist da Blut? Warum ist da Blut? Ist das wegen der Verletzung? Also, hat sie überhaupt irgendeine Verletzung? Das hat man noch nicht irgendwie geklärt. Ich dachte, sie wäre ertrunken. Oh, was? Warte mal, warte mal, warte mal. Oh! Ich will das nicht machen. Ich muss das machen. What? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich weiß, dass du es so hast. Aber es ist jetzt nur ein Fiebertraum, oder? Ich will das nicht tun, es zwingt mich. Ah. Ich habe ernsthafte Probleme. Sie sehen sowieso gleich aus. Das war ja eine Metapher. Das ist ja nicht wirklich passiert. Oh lala. Meine Güte, Alter. Ist das Game eigentlich zu laut? Oder bin ich zu leise respektive? Ist das die Demo? Nein, nein. Oh ja. Fast? Okay. Ich wünschte, dass alles wäre nur ein Traum und meine Schwester würde in ihrem Bett schlafen. Stattdessen ist das hier die Wirklichkeit. Und ihr Bett ist leer. Das sind Martha und ich beim Patronatsfest. Das war erst vor ein paar Monaten. Und jetzt? Ja, man hat natürlich immer, also, ich finde das das Schwerste. Wenn man jemanden verliert, so diese... Diese Gegenstände im Haus, die einen an den anderen erinnern. Es ist wie, als ob die Seele von dem oder derjenigen überall ist. Kann ein Foto die Seele einfangen? Kann ich Martas Seele einfangen? Neues Kapitel, das Zimmer. Gruselige Märchengeschichten. Alles wirkt in letzter Zeit irgendwie gruselig. Dabei ist hier alles so schön und hell. Okay. Ach so, die Leertaste, die zeigt mir, wo ich sozusagen, wo ich interagieren kann. Dies ist Martas Schmuckkästchen. In ihm könnten Hinweise darauf sein, was passiert ist. Warum? Ist aber abgeschlossen, da brauche ich einen Schlüssel für. Warum könnten im Schmuckkästchen Hinweise sein? Wer kommt denn da drauf? Martas Kleidung. Wenn ich sie trage, ist es, als wäre sie bei mir. Mama wird sich auch freuen, sie zu sehen. Oder ich könnte meine Kleidung aus dem anderen Kleiderschrank tragen. Das muss auch so unangenehm sein, oder? I don't know. Stell dir vor, deine Schwester ist gestorben. Du tust, als wärst du sie. Kommst damit nicht klar und dann trägst du die ganze Zeit ihre Klamotten, weil... Das ist übel weird. Cool. Okay, meine Tasche noch. Ja hier, das ist ja eigentlich mein Bett. Eigentlich ist mein Bett das, was leer ist. Mein Kleid, das Marta getragen hat, als sie. Warum liegt das da? Äh... Das ist strange. Oh nein. Wenn Mama dieses Foto sieht, wird sie es sofort wegwerfen. Lapu und ich. Ich möchte ihn so bald wie möglich sehen, damit wir gemeinsam über Martas Tod trauern können. Die Schmetterlingssammlung, die Papa für mich gemacht hat. Es ist irgendwie alles... Also, ich mein schön. Es ist halt irgendwie alles sehr viel, ähm, Cutscene, ne? Ich hab irgendwie nicht so richtig das Gefühl, ich spiele irgendwie was. Mein Schmuckkästchen ist immer verschlossen. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Okay. Ich könnte mir natürlich auch meine... Ist das ein vorbestimmter Weg? Ich bin bereits angezogen. Ja, 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 ja. Die Entscheidungen, die beeinflussen auch irgendwas mit Sicherheit. Ich habe alles, was ich brauche, immer in meiner Tasche. B, um die Tasche zu öffnen. Du hast Tasche von Julia geöffnet. Hier findest du Gegenstände, die Julia immer bei sich trägt. So wie solche, die sie im Laufe des Spiels findet. Okay. Versuche nur, um den Schlüssel oder die Karte auszuwählen. Der Schlüssel zu meinem Schmuckkästchen. Ah, ja. Trage ich den mit mir rum? Aus Sicherheitsgründen. Die wahrscheinlich irgendwo im Zimmer verstecken oder so. Mein Tagebuch. Ah. Deswegen, weil da nicht unbedingt Schmuck drin ist. Vielleicht ist in Marthas Box auch ihr Tagebuch. Dann könnte ich das mit den Hinweisen verstehen. Das ist ein neues Tagebuch. Wir sind heute hergezogen und ich habe mein altes Zuhause vergessen. Aber das ist kein Problem. Ein neues Kapitel in meinem Leben. Ein neues Tagebuch. Sie sagen, sie haben uns zu unserer eigenen Sicherheit hergebracht. Tagebuch von Picasso? Ich habe alle nichts zu tun. Nanni hat uns ihr Haus zur Verfügung gestellt und passt auf die Villa auf. Es ist seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Ich erinnere mich, dass Nanni mir oft das Märchen von der Frau vom See erzählt hat. Es ist eine der wenigen glücklichen Erinnerungen aus meiner Kindheit. Oh ja, mega happy. Sie hat immer gute Laune bereitet. Aber Martha ist da. Außerdem kann ich Lapu häufiger sehen. Deswegen geht sie jetzt in der Nacht zum See und fotografiert hier da, Alter. Das kommt doch nicht von ungefähr. Ich bin sehr damit beschäftigt, das Haus zu reparieren und hat keine Zeit, sich um mich zu kümmern. Zumindest momentan. Nice. Kann ich da nochmal zurück zu dem Tagebuch? Jo, bin hier. Ja. Ist gut, ist gut. Ich werde sie nicht aufwecken. Ich schalte nur ihr Licht an. Dann weiß sie wenigstens, wenn sie aufwacht, dass sie fürs Frühstück nach unten kommen muss. Ihr Licht an? Sie denken wirklich, ich sei Martha und könne sie nicht hören. Ich muss aufpassen, dass ich nicht rede. Sonst bekomme ich ernsthafte Schwierigkeiten. Also wirklich, ne? Oh, das ist krass. Also. Boah. Wie will man das denn hinkriegen? Okay, ich darf nicht reden und ich darf sie nicht wissen lassen, dass ich verstehe, was sie sagen. Weil Martha ja taub war, scheinbar. Oh, krass. Okay, ähm. Wow, das ist eine super interessante Ausgangslage für diese Geschichte. Ich bin gespannt. Sehr krass. Das ist, ähm. Bisschen sehr verzwickt. Ich muss mir vielleicht nicht alles angucken, oder? Shift, um zu rennen. Ich bin immer nervös, wenn die Gamesters sagen. Julia. Also mein Zimmer quasi. Warum solltest du in das Zimmer deiner toten Schwester gehen, Martha? Denk mal drüber, ne? Marthas Frühstück ist fertig. Wir können gehen. Deswegen auf das Licht. Ja. Es wird langsam spät. Die kommunizieren damit dann. Hast du die Zeitung für Martha dagelassen? Du weißt, wie gerne sie die liest. Ja, Irene. Sunny, mach's gut. Sie liegt dort auf dem Tisch. Und die Kamera? Lässt du sie dort liegen? Ja, Irene. Kannst du sie noch ein paar Tage dort lassen? Macht es dir was aus? Sie war für Julia. Ich werde sie bald weglegen, versprochen. Nur der Gedanke macht mich so traurig. Die Kamera dort zu sehen, ist als ob, äh, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Na gut, na gut, aber lass uns jetzt gehen. Wir haben zu viel zu tun. Der Vater ist fertig. Die Mutter ist halt ein ganz schönes Biest. Aber Mutter hat recht. Martha liest immer alles. Ich bin es, die jetzt stattdessen die Zeitung lesen wird. Wir werden den ganzen Tag unterwegs sein. Die Beerdigung vorzubereiten, wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Okay. Und der Krieg macht alles noch viel komplizierter. In den nächsten Tagen werde ich sie wenig bis gar nicht zu Gesicht bekommen. Okay, kaum die Ziele zu sehen. Irgendwie komische Tastenbelegungen zu erlegen. Martha liest immer die Zeitung und muss mich genauso verhalten, wie sie, damit niemand Verdacht schöpft. Liegeste Zeitung vom 18. Juli. Sie könnte auf dem Tisch liegen. Okay, jetzt verkaufe ich das Spiel aber für doof, ne? Ich muss eines meiner Fotos in diesen leeren Rahmen einsetzen. Ich habe mir Martha immer gesagt, dass ich es tun würde. Ich habe es nie getan. Das hat ihr so gut gefallen. Oh, mit der Kamera. Okay. Verstehe. Ich lese vielleicht erst mal die Zeitung. Du verschönst uns auch nie. Du verschönst uns auch nie? Ich bin bekannt für Sagen und Wunder verschönerungen. Danke. Die Karabinieri ermitteln. Ein mögliches politisches Motiv kommt ans Licht. Martha ist nicht der Politik oder dem Krieg zum Opfer gefallen. Sie wurde von etwas getötet, das viel naheliegender und doch viel weniger offensichtlich war. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Ein festes Bollwerk, auch im Himmel. Brutaler Mord in San Casciano. Julia K. Erste Verbesserungen bei der Lebensmittelregistrierung. Die Brotrationen... Ich will das aber nicht lesen, Alter. Julia K. Ja. Erschüttert, aber vom Glauben gestützt, verkünden die Mutter Irene E., Vater Erich und Schwester Martha voller Trauer Julias Ableben. Boah, ist das hart. Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 20. Juli um 15.30 Uhr in La Romola statt, ausgehend von der Villa der Verstorbenen. Spürst du Krümel in der Spalte? Ich isst Kake, aber Alte, steckst dir diese in den Mund. Ist das bestimmt ganz ungesund. Darf ich vorstellen? Markurt, meine Damen und Herren. Falls noch wer Fragen hat. Damit sollte alles geklärt sein. Danke, Markurt. Skeletti, Sally, Jägers, Dankeschön. Shanks, vielen lieben Dank euch. Ich hab Nanni gerne beim Kochen zugesehen. Ich hab dabei viele Techniken gelernt. Oh. Sagen umbobenen Dreifach-Salto-Peperoni-Schnitzer zum Beispiel. Hm. Viele Techniken. Alter. Oh. Lena niest manchmal oben. Die zelebriert das immer richtig. Juhu. Denk ich immer, was geht da eigentlich ab? Was ist los? Warum hab ich nicht so viel Spaß beim Niesen? Hm? Wat ne Bude. Oh. Ähm. Pocci Bonzi. Am Tag des heiligen Alexis tobt der Kampf. Pocci Bonzi dir auch, Alter. Muss die echt hier so offen rumliegen, Alter? Das riecht doch auch irgendwann, oder? Also ich will nicht politätenlos sein. Hat gestern einen Gegenangriff ausgeführt und die Franzosen zum Rückzug gezogen. Die den ganzen Todeskampen vernichtete, ja. Die Situation ist derzeit unter Kontrollen. Was zur Hölle? Für einen Moment dachte ich, ich hätte jemanden gesehen. Ich hab's gesehen, Alter. Nein, nein. Unmöglich. Es muss diese ganze Situation sein, die mich Dinge sehen lässt, die gar nicht existieren. Also, die, 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 ein bisschen, also, an sich hat das Spiel großartiges Voice-Acting, aber gewisse Szenen, emotionale Szenen sind sehr, sehr weird und wirken einfach nur übelst abgelesen, so. Also, so würde doch keiner darauf reagieren. Florenz, 15. Juli 1944. General Erich K. Gemäß unserer vorherigen Vereinbarung senden wir Ihnen militärisch verschlüsseltes Kommunikationsmaterial. Das Gerät muss versteckt und geheim bleiben. Heil. Feldmarschall Karl H. Ja, mega geheim, Alter. Das findet quasi niemand. Es ist mehr oder weniger unsichtbar, wenn du mich fragst. Ich will da nicht runter, da ist übelsgruselig. Okay, ich mach mal ein Foto mit der Cam, weil das sollte ich ja machen. Ich bin mir nicht sicher, bin ich jetzt schon mit der Zeitung fertig oder muss ich das wirklich alles lesen? Wie ist die Zeitung? Warte mal. Anforderungen. Oh, muss ich das alles lesen? Will aber nicht. Schokolade. Ein seltenes Privileg für Menschen in diesen Zeiten. Ähm, ja, rein in den Hals, oder? Ich muss gegen den Tisch laufen, sonst krieg ich das hier nicht. Das ist zu weit weg. Für Julia. Um viele weitere Fotos zu machen. Oh, Gott. Ey, das bricht mir das Herz, ne, mit dem Vater. Ich kann überprüfen, ob die Kamera noch funktioniert, indem ich ein Foto mache. Ja. Ich könnte einen Spatz fotografieren. Hier draußen gibt es davon total viele. Warum fotografierst du dich nicht selber einfach? Dann weißt du es doch auch. Einen Spatz. Du bist dabei, Julia's Kamera zu benutzen. Äh, Roll Accord, 1940 mit so und so Filmen. Du wirst sie benutzen, während des Spiels Fotos zu machen. Einige Fotos werden, versteckte Elemente enthalten, die die Geschichte des Spiels voranbringen. Krass. Wenn du die Kamera hältst, erscheint ein Symbol, das Punkte von fotografischem Interesse anzeigt. Dieses Symbol erscheint und wird deutlicher, je näher du dran bist. Drücke eben die Kamera, um alle montierten Zubehörteile zu sehen. Du hast doch keine Kameraskins. Es gibt Kameraskins in diesem Game. What? Ja, krass. Ein paar Vögel könnten in der Nähe von Mäuerchen sein. Ich lege immer Krümel für sie hin. Mäuerchen! Mäuerchen, Digga. Das heißt, die Kamera, die ist quasi immer mein stolzer Begleiter. Und die kann ich auch aufrüsten, indem ich halt da Sachen dran bappe oder was. Mäuerchen! Wo denn eigentlich? Was denn? Benutze die Kamera. Du bist bei deinem erstes Bild aufzunehmen. Um die Simulationen zu vereinfachen, zeigt die Bildvorschau die Einstellung an. Während du diese an der Kamera änderst. In der Realität wird das Bild des Suchers durch das Sekundärobjektiv gesteuert. Reagiert nur auf den Fokus. Alter, spiele ich hier ein Videospiel? Oder muss ich irgendwie einen Doktor haben, um das zu begreifen? Zeigt die Bildvorschau die Einstellung an, während du diese an der Kamera änderst. Ja. Es zeigt mir an, was ich ändere. Danke. In der Realität wird das Bild des Suchers durch das Sekundärobjektiv gesteuert und reagiert nur auf den Fokus. Was zum Scheiß soll das bedeuten? Bereite dich auf dein erstes Bild vor. Wenn du stillstehst, kannst du die Feineinstellung der Kamera der Neigung in Höhe vornehmen. Okay, R, F, Q und E. Was? Ich habe das Ding noch in der Hand. Scharf, zu weit weg. Ich weiß gar nicht, was ich fotografieren soll. Warte mal. Ich will aber noch nicht auslösen. Ich will das wegmachen. Eigentlich das löschen, oder? Interner Speicher wird voll. Was? Ich glaube, ich habe es schon wieder versaut. Okay, wait. Kamera ist A. Kamera ist Q. Gut. So. Nutzige Kamera. Nee, nee, nee. Ich will jetzt hier die Vögel. Du hast noch keine Kameraskins freigeschaltet. Ich will auch keine Kameraskins freigeschalten. Ich will die... Ich will das hier... Ja, genau. Oh. Okay, Rotation. Neigung. Aber zoomen. Zoomen, sowas geht auch nicht. Einstellungsfeldanzeigen. Belichtungszeit. Ach, du liebes bisschen. Oh. Alter, okay. Wie krass. Wow. Gut. Das muss ich mir aber noch mal... Das muss ich mir aber in Ruhe reinziehen. Das ist ja verrückt. Aber wie mache ich denn jetzt quasi ein Foto von mir? Oder muss ich zu irgendwas Bestimmten irgendwie was machen? Die meinten doch, hier gibt es so ein Symbol. Irgendwo kommt so ein Symbol, wenn ich zu fotografierende Objekte hier mir anzeigen lasse. Harvard-Studio, um ein Foto zu machen. Ich wäre dankbar über einfach eine Cam, die was knipst. Das ist eine schöne Umgebung, by the way. Das ist sehr schön. Dude, der kann das Fahrrad nutzen, um sich schneller vorzuprobieren. Echt? Ich kann ein Bike fahren? Lol. Mein Fahrrad. Der Reifen ist wie immer ohne Luft. Oh, nee. Eine Fahrradpumpe sollte das Problem lösen. Eine Fahrradpumpe. Soll ich deinen Mund benutzen, deinen Vorlauten. Hm. Okay, dann finde ich irgendwo eine Fahrradpumpe. Aber ich bin hier immer noch nicht weiter mit diesem ganzen Zeug, ne? Ich muss wirklich alles lesen, oder was? Oder habe ich das jetzt abgeschlossen? Weil da ist ja... Da ist ja... Warte mal. Da ist ein Haken dahinter, right? Heißt das, das ist weg? Weil... Ich bin mir nicht sicher, wann ich das abgehakt habe. Finde die Pumpe. Kamera ausprobieren. Mach ein Foto im Garten. Aber das habe ich doch auch gemacht. Da ist ein Haken dran. Ne, weil ich sie genommen habe. Kamera ausprobieren ist kein Haken dran. Zeitung ist kein Haken dran. Also muss ich alles lesen. Du solltest einen Spatz fotografieren. Ich weiß aber nicht, wo. Weiß ich doch nicht, wie ein Spatz hier aussieht. Beim Mäuerchen, hat sie gesagt. Hier ist überall eine Mauer. Ich suche dieses Symbol, wo mich das Spiel darauf hingewiesen hat, dass das erscheint, wenn ich irgendwas fotografieren soll. Oh, Alter, das ist eine Kuh! Kann ich nicht die Kuh fotografieren? Was direkt gegenüber? Hier quasi? Oh, da! Alter, das ist so tiny! Das sehe ich doch nicht! Okay, benutze die Kamera. Yeah. Unscharf, korrekt belichtet. Was unscharf, Digga! Wann wird das scharf? Ne, das wird immer unschärfer. Unsch... Oh, warte, warte, warte! Scharf. Aha! Cool! Nice! Auf der Mauer, auf der Mauer, sitzt ein kleiner Spatz. Schaut euch mal den Spatz an, wie er sich fotografieren lassen kann. Also, die ist sehr wichtig. Ich verstehe. Okay, 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 okay. Und wenn ich das Bild entwickelt habe, dann weiß ich, dass die Kamera läuft, sozusagen. Und dann kann ich ein Foto ja von mir machen. Und dann lege ich das in den Rahmen und dann passieren bestimmt schreckliche Dinge. Ja, aber bitte nicht wieder irgendjemandem das Gesicht abreißen. Das ist nicht nett, einfach. Das macht man nicht. Wir haben so ein Glück. In diesen schwierigen Zeiten sind die Vorratskammern leer und die Menschen hungern. Aber mit einem deutschen General als Vater ist das Essen niemals knapp. Das ist zum Glück Wein. Ich habe jetzt schon gedacht. Okay, deswegen auch das rote Menü, ne, wegen der Kamera. Ah. Papa hat hier seine Dunkelkammer eingerichtet. Cool. Er fotografiert wegen seiner Arbeit nicht mehr. Aber die Fotografie ist immer noch seine wahre Leidenschaft. Ich darf die Dunkelkammer benutzen, wenn ich es möchte. Du bist sehr privilegiert, Martha. Äh, Julia. Äh. Ach, weißt du was? Sei einfach, wer du willst. So. Um ein Foto zu entwickeln, musst du zunächst den Vergrößerer verwenden. Der Vergrößerer ist ein optisches Gerät, mit dem du Fotopapier verarbeiten kannst. Ja, ja. Nach der Aufnahme des Fotos muss der Film mehreren Schritten entwickelt werden. Aspekte einfacher, Leute. Aber in Wirklichkeit sind die Schritte wie folgt. Der Film wird zunächst... Ja. Wenn du das Bild, das du auf Papier übertragen möchtest, die Vorschau auf der linken Seite hilft dir bei der Auswahl. Ja, das vom Spatz, ja, ne? Das dritte. Mit dem Vergrößerer kannst du Fotos noch individueller gestalten. Du kannst wählen, auf welchen Teil des Papiers das Bild zu sehen sein soll. Du kannst den Fokus einstellen und wählen, wie lange das Fotopapier belichtet ist. Was, Alter? Das sind diese... Irgendwie so Minigames. Wo ist der Spatz? Papier bewegen. Karte nicht in Position, unscharf. Wait, A und D fokussieren. Warte, warte. Da war es scharf. Da ist es scharf. Karte nicht in Position. Vergrößerung einstellen. Kartenposition, okay. Ich kann das Foto so nicht entwickeln. Achso, unscharf. Wait. Okay, jetzt aber. Wenn der Rotfilter entfernt wird, wird das Bild auf das Papier belichtet. Dieser Vorgang wurde automatisiert und beschleunigt. Warum erklären die mir, wie das in der Realität funktioniert? Also das ist halt so Info-Overload, finde ich. Das muss ich doch nicht wissen. Unbedingt. Für das Spiel, oder? Das ist eh sehr, sehr komplex. Für so ein Game. Tauche das Papier in den Entwickler ein. Ja, ja. Ideale Belichtung nimmt das Papier aus dem Entwickler, wenn der Timer im grünen Bereich ist. Oh, no. Oh, no. Alles klar. Ich bin der Skillcheck-Maß. Ich seh's gar nicht, wenn der Zeiger ganz unten ist. Verdammt nochmal. Hier ist das Abzug des Bildes. Du kannst es in deinem Album aufbewahren oder wegwerben. Also ich find extra Info's cool. Für mich ist es ein bisschen viel, tatsächlich. Also gebettet in die ganze Erklärung, wie das System funktioniert, noch ein Tutorial, wie es in echt funktioniert, ist für mich too much. So. Okay. In das Album legen. Ja. Nice. Dann kann ich ja jetzt an sich ein Foto von mir schießen, oder? Man entwickelt Fotos mit drei Bädern. Ah ja. Das Entwicklungsbad, dann die erste Spülung und dann das Fixierbad. Gut. Lies sie, ihr könnt auf die Kamera, das hab ich alles fertig. Der Rahmen. Ich brauch ein Stativ, dann kann ich ein Selbstporträt machen. Hm. Ich kann sie nicht nach... Der Keller wird sicherlich eins sein. Die zweite Spülung erfolgt anschließend direkt im Spülbecken. Ich will raus! Jetzt werden alle Fotos einfach zerstört. Okay, im Keller ist irgendwo ein Stativ. Wir müssen eins finden. Kurzwarengeschäft Lorenzini. Fünf Meter grauer Baumwollstoff. Sechs Meter weißer Leinenstoff. Vier Meter grüner Satin. Ausgeliefert am 5. Juni 1944. Im Falle eines Problems kontaktieren sie uns unter der Nummer 6987. Das klingt wie eine Safe-Kombination. Ja, ja, könnten wir nicht bearschen, Alter. Könnte der auch von Mama sein? Oder könnte Nani ihn hier gelassen haben? Der rote Stoff. Ah. Ich such jetzt erstmal ein Stativ, Alter. Also ich könnte auch mich hemmungslos mit Wein besaufen, aber... Dann hätten wir vermutlich kein Spiel. Ach, guck mal hier, was hier steht. Und praktischerweise auch ein Stuhl. Mensch, heute ist mein Glückstag. Wäre das Leben nicht so tragisch. Der Selbstauslöser ist eingerichtet. Cool. Lass ihn uns noch fünf Minuten angucken. So. Dann mal stoppen. Und tschieß. Neutral, lächeln, nürrisch. Äh, lächeln. Wegen meiner... Ah! Na toll! Hing meine Brust raus? Hatte ich eine Hose an? Irgendwas ist schief gelaufen. Warte. Ziel aktualisiert. Nein, ich will das nochmal machen. Nein! Oh, jetzt guck ich doof. Meine Augen gucken in verschiedene Richtungen. Ich will aber nicht. Ach, Mann. Sorry, ich hab meinen Knopf nicht gefunden. Was ist das denn hier, Alter? Damn! Meine Güte! Ich ahne, was jetzt kommt. Hör auf! Eine wunderschöne sanfte Stimme hat die Synchronspecherin. Ja, ist gut ausgewählt. Wie gesagt, nur bei den emotionalen Szenen ist manchmal so ein bisschen, ähm, hülzern. Die könnte hilfreich sein. Aha. Pass mal auf beim Einstecken, ey. Mamas Nähmaschine. Sie lernte das Nähen, weil es sonst niemand nach ihrem Geschmack machen konnte. Sympathisch. Okay. Äh, dann entwickle ich jetzt mal das Foto, ne? Das hätte ich ganz vergessen, Alter. Es ist immer wieder aufregend, ein Foto zu entwickeln. Mhm. Zuerst sieht man gar nichts. Und dann sieht man was. Und trotzdem ist etwas Unsichtbares auf dem schwarzen Film eingefangen. Eine Art Geist. Dieser unsichtbare Atem kehrt dann zurück, um die Realität zu enthüllen, aus der er gerissen wurde. Er ist schon schön gemacht. Manche sagen, dass die Fotografie die Seele stiehlt. Oder einfängt. Deshalb hat man früher die Toten fotografiert. Aber heutzutage macht das fast niemand mehr. Auch wenn es nur ein Irrglaube ist, will ich Martha fotografieren. Ich will eine kleine Erinnerung an Martha bei mir haben. Pssst, jetzt! Aber ich muss es heimlich machen. Ich will Space drücken. Und ich bin nicht für verrückt. So. Dauert das jetzt? Okay, ich kann es auch überspringen, ne? Ja, ja. Ich kann es da reinlegen und muss den Timer. Sorry, ihr seht das nicht. Aber das ist halt auch relativ egal hier, glaube ich. War im grünen Bereich. Ja, das bin ich. Niemand könnte mich und Martha auseinanderhalten. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Aber wir konnten unsere Unterschiede so klar erkennen. Es ist seltsam, dass das, was uns am meisten ausmacht, für niemanden sichtbar ist. Die Seele auf dem Foto. Das würde ich jetzt gerne dann mit hochnehmen und nicht aufhängen. Und dann in das Bild reinpacken. Ich dachte zwanghaft an Martha und daran, was passiert war. Aber plötzlich übernahm ein Gedanke die Kontrolle. Die Erinnerung an diesen Tag am See wurde immer mehr wie ein Traum, da nach jedem Aufwachen das Bild davon immer mehr verblasst war. Waren die Erinnerungen nur ein Hirngespinst? War ich es, die meine Schwester verletzt hatte? Ich habe sie immer beneidet. Und jetzt hatte ich ihre Identität übernommen. Das wäre halt so ein Plot-Twist, ne? Hat sie ihre Schwester was angetan? Aber das wäre auch ein bisschen so zu einfach. Paul, danke dir, Mann. Norman, danke schön für 1000 Bits. No food, Jessie. Die Tür ist natürlich verschlossen. Danke euch. Wenn die Schlüssel nicht wie üblich am Schloss hängen, dann sind sie in Papas Arbeitszimmer. Wir leben jetzt in Angst. Okay. Meine Eltern lassen mich nach Marthas Tod nicht mehr an den See fahren. Papas Arbeitszimmer. Also ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ich muss es einfach wissen. Die Selbstzweifel fressen mich auf. Oh Gott. Diese kleine Klappe hier. Gruselig, Alter. Neues Kapitel. Die rollen am selben Tag, 23.30 Uhr. Die Eltern sind immer noch nicht da. Ich muss jetzt ins Arbeitszimmer meines Vaters, um... Irgendwas zu holen. Schlüssel. Aber wo ist das Arbeitszimmer? Hier? Papas Sachen. Kriegskammer. Ich habe gehört, dass sich alles an dieser neuen Verteidigungslinie abspielen wird. Was haben wir hier Schönes? Eine Lampe? Oder was soll das sein? Ah ja. Martha auch im Dunkeln fotografieren? Was labert die? Was? Ich will nicht mehr in den Raum. Hier sind die Schlüssel. Alter. Übelst strange. Ich weiß auch nicht. Das ist alles super weird. Okay. Ich habe die Keys. Ich habe die Keys. Ich habe die Keys. Kies. Kies. Kampfer kann mit einem Blitz auch im Extremdudel-Umgebung verwendet werden. Ja. Was du nicht sagst. Und wie funktioniert das in der Realität? Na da ist es eigentlich viel komplizierter. Okay. Oder schlafen die Eltern? Ist ja abgeschlossen. Was haben wir da? Eine Lampe? Jetzt diesmal? Kann ich das auch an die Kamera dran schrauben? Aha. Oh nice. Okay. Wo gehe ich denn jetzt hin? Äh. Die, die, die Zeitung muss ich immer noch lesen. Ach finde eine Pumpe. Warte. Das muss ich auch noch machen. Mach ein Foto von Martha. Dann sagt das Fotografieren von Menschen. Ihre Seelen steht. Ich hoffe die Seele meiner Schwester zu bewahren. Mach ein Foto von Martha. Aber. Ich könnte etwas in Brand setzen. Ich sollte die Lampe ablegen, bevor ich das Haus beteilte. Aber Martha ist doch. Wait a second. Martha ist doch noch da drin, oder? Oder habe ich jetzt gerade irgendwas Übelst verpasst? Ne, das ist noch aufgebahrt, ne? Äh. Warte mal. Ich verstehe das gerade gar nicht mehr. Bin ich irgendwie doof? Warum macht denn... Warum ein Foto von Martha? Wieso? Hier draußen etwa? Damn. Okay. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Die Kamera am See. Ich sollte sie holen gehen. Können wichtige Informationen halten. Gehe zum See. Au. Warte mal. Da ist eine Karte. Äh. Der See ist... dort. Das heißt, ich muss quasi... mich links halten. Wenn ich mich immer links halte, dann über die Brücke... sollte ich eigentlich gut klarkommen, oder? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Außer natürlich da jetzt links. Ich liebe die Nacht. Aber diese Nacht macht mir Angst. Als Erinnerungsfoto von Martha. Dann habe ich das Gefühl, dass ich all das Leid spüren kann, für das ich verantwortlich bin. Ja, ich war confused, weil... das jetzt hier mit diesem... Wandertag hier in Verbindung steht. ...kann ein kalter Wind an mir vorbeizieht. Ich habe nicht verstanden, dass es unabhängig voneinander gemeint war. Je näher ich dem See komme, desto sicher bin ich mir. Wie könnte es denn anders sein? Ich habe sie getötet, um die Liebe zu stehlen, die jeder nur für sie empfand. Warte mal kurz. Können wir kurz... Da drüber reden? Wie könnte ich nur so etwas tun? What the f... Hey, Nani! Ich verfluche dich! Dich und deine Geschichten! Hier ist was. Das kann ich... Das kann ich fotografieren. Moment mal. Alter, was... Motive verfasst. Zu dunkel. Zu unscharf. Okay, Moment mal. Fokussierung. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt fotografiere. Scharf? Zu dunkel. Äh... Blende. Moment. Ah, Belichtungszeit ist hier. Ach, so geht es. Nur noch zu dunkel. Aber ich habe doch den... Ich kann es nicht weiter einstellen hier. Ich kann die Belichtungszeit nicht höher drehen. Aber ich habe doch den... Den Blitz. Du bist dabei ein Foto zu machen, bei dem ein wichtiges Merkmal der Geschichte nicht richtig erfasst wurde. Du kannst fortfahren, aber die Geschichte wird möglicherweise nicht fortgesetzt. Aber ich... Aber ich... Moment. Ach, da ist ein Helm. Ein Helm liegt da, ne? Okay, verstehe. Einstellung. Extra. Ach so! Ich muss das extra... Oh, meine Güte! Sag das doch! Ist immer noch zu dunkel. Mit Blitz! Was willst du denn? Korrekt belichtet. Wirst du mich zerwaschen, Alter? Ach, den scharfte Ding. Da war es doch. Ist wie ein Safe öffnen hier. Okay, bam. Deutsche Soldaten. Papa hat angeordnet, dass in der Nähe des Hauses Patrouillen durchgeführt werden. Aber wie konnte dabei ein Helm verloren gegangen sein? Gangen sein. Gangen sein. Ach, das weiß nur Gott. Oh, Mann, Alter. Am besten, ich habe immer die Kamera aufgeklappt, oder? Sonst kriege ich das vor allem gar nicht mit. Wenn dir irgendwas kommt. So kleine Nebeninfos. Das kann ja wichtig sein. Ja, wie kann ein Helm verloren gegangen sein, freiwillig? Das ist ja die Frage. Auf jeden Fall sehr, sehr düstere Geschichte. Aktuell noch okayes Pacing, muss ich sagen. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ich habe aber keine... Ah, ich muss die Kamera in die Tasche legen, sonst kann ich nicht hier mit meinen Zielen haushalten. Gut, ähm... Hier sind drei Punkte auf der Karte markiert. Die Kamera am See, die Kamera am See, die Kamera am See. Muss ich da zu allen hin? Vielleicht weiß ich nicht genau, wo sie steht. Oh nein, blöde Lampe. Oh, was denn? Zum Glück habe ich noch mein Feuerzeug dabei. Fußball, aber auch... Mensch, das ist natürlich ärgerlich. Wieder ein Monat. Und wie findest du das Game? Z0-Mod. Danke, ich habe gerade zu tun. Habe ich da gerade was zu gesagt? Also, die Story ist sehr düster. Aber interessant. Also, ich meine... Kann ich nichts sagen. Ich wünsche, es gebe Ihnen einen einfacheren Weg, hier in diese Karte zu kommen. Nicht über diesen Umweg-Klick. Dankeschön für den Support, Mann. Ach, ich habe drei aufgestellt. Right? Ich glaube, die hatte ich vorher. Hier war das passiert, ne? Ganz am Anfang. Ja, 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 okay. Okay, okay, okay. So. Gehe zurück, dann... Sollte ich... Hier ist doch ein Fluss, oder? Da komme ich doch dann gar nicht hin. Das heißt, ich müsste schon theoretisch weitergehen und dann runter da... Ja, ab in die Böschung. Am Steg vorbei? Kann man hier... Kann man hier irgendwo weiter? Ja, 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 okay. Zum Glück habe ich das noch nachgeschaut. So cool zu sehen, wie du das Spiel spielst. Ähm... Deine Kamera fehlt noch. Ja, ich habe mich auch drauf gefreut. Das ist halt mal was... was anderes. Ich finde es halt auch bislang recht spannend. Ein Stofffetzen hier im Wald. Roter Stofffetzen. Ich mache am besten erstmal nur ein Foto. Das war's. Ich habe sie alle. Die Filme werden mir helfen, zu verstehen, was passiert ist. Nun sollte ich schnell heim, um sie zu entwickeln. Okay, äh... Motiv war fast korrekt belichtet. Dann nur noch die Schärfe einstellen. So. Zack. Irgendwie... Irgendwie kommen wir nachher nochmal auf die Nanny zu sprechen, ey. Ziemlicher Sicherheit. Hört ihr das? Ist nicht überhörbar, ne? Ich weiß nicht, was ich dem Spiel zutrauen kann an... an Horror. Also so Gore... Weiß ich ja. Ich muss mal hier wieder auf den Weg kommen, irgendwie. War hier der Weg? Ich glaube schon. Ja. Ich muss ja schnell weg. Das ist super gruselig. Stellt euch vor, die Kamera macht in speziellen Intervallen Fotos so. Und 99 ist halt Schrott und... Die musst du halt alle händisch entwickeln. Wie umständlich ist das denn? Oh, Alter. Kiss. 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 Ich weiß doch immer nicht, was Cutscene ist. Das ist 99%-Cutscene hier von dem Game. Ah, warte mal. Space. Oh, geil. Jump'n'Run-Action. Parkour, Digga. Ducken. Wupp. Nice. Ich bin ein Experte auf vielen Gebieten. Kommt sie? Ich kann mich nicht umdrehen. Ich verlaufe mich übelst im Wald. Aber hier sieht es interessant aus. Wo geht es denn hin? Oh, oh. Oh, oh. Was ist das denn? Oh, guck mal. Oh, guck mal. What? Okay, es schmeichert. Echter Danke, Mann. Was? Ich sage dazu nichts? Zu dem? Das sind Hagrid's Cousins, Alter. Ich habe mich doch am Bein vergriffen. Ich muss es zugeben, langsam. Da kann ich ja gleich ein Foto machen. Das ist ja praktisch. Murphy? Warum bin ich überhaupt so klein? Ich bin... Ich habe irgendwie auch nichts an. Nicht dieser Sound. Was passiert denn? Was passiert denn? Alter, es... Megatext-Turm-Disco da an der Frau. Au! Deswegen lässt man das nicht so lange rumliegen, Freunde. Sag mal... Oh, jetzt hört es aber auf. Ich bitte euch. Ich bin das Baby. Ich bin das Baby. Ich bin das Baby. Ähm... Ich bin untergetaucht. Aber Babys können von Natur aus schwimmen, ne? War es nicht so? Oh Gott. Ich... Lass Martha, die will nur schlafen. Ich kann gar nichts für irgendwas, ne? Hoffe ich. Ansonsten habe ich alles, was mir in dem Spiel passiert, wahrscheinlich verdient. Das war verrückt. Okay. Definitiv zu viel von Papas besonderem Schnee geschnüffelt. Äh. Wieder ein Albtraum. Sie hat wieder meine Träume betreten. Die Sau. Vielleicht will sie nur mit mir reden? Auch klar. Das wird eine äußerst erquickende Unterhaltung. Bärchen, die wahr werden. Und trotzdem spüre ich... Nein. Nein, nein, nein. So denkt nur eine Verrückte. Und das bin ich nicht. Die hört sich so an wie so eine Sitcom-Mutti ein bisschen. Oh, Front. Oh. Verdammt. Wo kommt das ganze Blut her? Es ist eigentlich noch nicht so weit. Das ist viel mehr als sonst. Was passiert mit mir? Folge ich Martha früher in den Tod als gedacht? Ich muss abwaschen und noch einige andere Dinge erledigen. Wenn ich krank werde, habe ich keine Zeit mehr dafür. Die Wahrheit wartet auf mich. Sie muss in diesen Filmrollen versteckt sein. Was ist jetzt ans Abwaschen, Digga? Warum ist das umgedreht? Ist das wegen Trauer? Also, ich kenne das nicht. Diese... Ich muss mich wieder anziehen. Okay. Wir spielen Tag für Tag. Ziehe ich jetzt blutig diese... Ach, why not? Auf was für Ideen komme ich nur? Ich würde meine Kleider mit Blut beflecken. Oh, das Spiel denkt mit. Damn. Alright. Kann ich mich waschen wenigstens? Wo kann ich... Ja. Let's go. Ähm. Ich wollte gerade sagen. Minz, danke für deinen Prime-Mann. Cool. Oh, wie furchtbar. Bett bleiben und sich ausruhen. Mann. Das war wirklich... Also, doof. Ja. Okay, cool. Nice. Geil, dass sie das auch an hat. Das feiere ich so kleine Details. Das finde ich irgendwie cool. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll im Endeffekt. Aber... So, ich... Nehme jetzt meine Tasche wie jeden Tag, ja? Cool irgendwie. Auf den Tag vorbereiten. Achso, das war meine Aufgabe sogar. Sollte ich? Wie geht es dir heute, Irene? Ich mache mir Sorgen, Vater. Sehr viele Sorgen. Das ist die Mutter, die mit dem Christoph spricht. Wir haben noch mehr Partisanen-Spuren im Wald direkt neben dem Haus entdeckt. Dieser Lappo. Er steckt bestimmt hinter... Nein, Irene. Sag das bitte nicht. Das ist unmöglich. Ich kenne den Jungen und ich denke nicht, dass... Vater, in diesen dunklen Zeiten ist alles möglich. Alles. Der Junge ist nicht einmal gekommen, um sich von Julia zu verabschieden. Haben sie sich nicht innig geliebt? Er muss furchtbare Angst haben. Und Julia hat immer gesagt, dass... Natürlich. Sie hat immer gesagt, dass sie nur Freunde sind. Aber das weißt du, oder? Freunde sollten solche Dinge nicht tun, Vater. Oder doch? Egal. Du verteidigst sie beide. Du, mein Mann und sogar die Nanni, die eigentlich ein herzensguter Mensch ist. Die Nanni? Ich glaube, dass die Nanni diejenige ist, die Julia verletzt hat. Mit ihrer Leidenschaft für diese bösen Karten. Verfluchte Dinge. Ich hoffe, du hast sie verschwinden lassen. Natürlich. Ich bewahre sie sicher in meinem Zimmer auf. Wie auch immer. Verzeih mir, Vater, ich muss gehen. Sie sind gekommen, um mich abzuholen. Hab einen schönen Tag. Du auch, Irene. Lappo hat etwas mit Martas Tod zu tun? Mama verliert schon wieder den Verstand. Wie kann man sich so einen Unsinn überhaupt vorstellen? Und Donatilio? Er ist ein toller Freund, aber... Was für seltsame Ansichten er hat. Diese Karten sind nur ein Spiel. Aber das Wichtigste ist, dass es meine sind. Warum in aller Welt haben sie sie mehr weggenommen? Ich glaube nicht, dass es ihre Regelblutung ist. Weil das ist halt ganz schön viel, ne? Also das hat sie ja auch gesagt. Aber, äh... Es ist halt gerade nur nicht klar, was das im Endeffekt zu bedeuten hat. Ich war hier überall noch nicht, ne? Wie wird es schön hier? Also, das Haus. Wie wird es charmant alles? Krass, Alter. Okay, ähm... Ihr Lieben, ich muss, äh... Aber mal ein Päuschen hinlegen für heute. Weil ich hab Lena gesagt, ich bin so circa um acht fertig. Wegen Essen. Ich wollte eigentlich ein bisschen eher anfangen. Aber es hat leider nicht ganz geklappt. Wir machen das aber beim nächsten Mal weiter. Weil ich will einfach noch wissen, wie der Plot des Spiels ist. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und, äh, ja. Es hat... Es hat mal was Ruhiges, es hat mal was anderes. Ein bisschen entspannter. Und es ist viel Zuhören. Aber... Keine Ahnung. Irgendwie reizt mich die Story tatsächlich noch. Okay, wir sind in unserer wunderschönen Villa. Und müssen jetzt... Wie... Wie ging das nochmal? K. Was ist K eigentlich für ein Buchstabe, Alter? Niemand drückt jemals im Leben K, Digga. Okay, Kameras gefunden geht zum Sehen. Entwickle die Filmrollen. Äh, ach so. Stimmt. Da war ja noch was. Ich glaub, wir kommen nur von oben in den Keller, right? Oder wie war das? Warte mal, hier war unser Zimmer? Nee, hä? Ich muss mir ja erstmal wieder die Raumaufteilung hier angucken. Warte mal. Es geht doch irgendwo eine Treppe runter. Oder war das unten? Oder war das hier? Nee, das ist unser Zimmer quasi. Aber... Warte, war das hier hinten irgendwo? Hier war das. Okay. So. Entwickeln wir mal die Filmrollen. Geile Musik. Ja, true. Ich hoffe, das geht fix. Ich fuck mich? Oh. Was wäre da drauf zu finden, Glauben? War das Copyrighted Music? Keine Ahnung, Alter. YouTube würdest du mir schon sagen. Yeah. Let's go. Die hat das da schon vorbereitet hingelegt, oder was? So. Komm, Schnucki. Schau, Luca. Danke dir, Mann. Nee, das... Das hab ich geschossen. Ähm... Aber ich mein, ich bin mir nicht sicher... Ich hab doch die Kameras jetzt vom See geholt. Und müsste... Da müssten doch eigentlich Filmrollen drauf sein. Wie kann ich denn die hier sozusagen... Irgendwie entwickeln? Wie funktioniert denn das? Ich mein, es gibt ja vielleicht auch noch eine Hintergrundgeschichte irgendwie... Irgendwie hierfür, right? Keine Ahnung. Papier bewegen. Oh, was mit der Musik, Alter? Holy shit. Moment. Wie funktioniert es? Dieses Foto entwickeln. Hier ist nichts. Achso, Papier belichten. Nee. What? Ah. Äh... Nein. Ich... Ich hab da gar nichts drauf gesehen. Zu früh. Hä? Wie funktioniert das nochmal? Versteh das nicht. Warte mal. Normalerweise müsste mir doch da was angezeigt werden, was ich fokussieren kann. Die Pfeile oder nicht? Ja, aber ich... Moment mal. Vielleicht war das Blatt auch einfach gammelig, was ich dafür genommen habe. Warte mal. Äh... Das ist der komische Helm. Dieses... Dieses rote Stoffding. Ja, hä? Seht ihr, was ich... Ich hab auch gar keine Anzeige mit Vergrößern und nix. Unten? Versteh nicht, was die... Ah, so. Ah, okay. Warte mal. Aber wann ist denn fokussiert? Das Spiel hat mir das immer angezeigt. Ist das jetzt richtig? Ich hab keinen Plan, Alter. Ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Naja. Geil. Ich leg das in das Album, Digga. Das... Was ist der... Hallo? Ja, aber was anfangen kann ich damit auch nicht, ne? Was hat man hier schönes? Ein Münzchen? Was ist das? Was ist... Oh. Ein Objektiv und eine Rolle Infrarotfilm. Die halten auf Film fest, was das blanke Auge nicht sehen kann. Zick. Das blanke Auge, Digga. So Splinter Cell Strategien. 1944. Äh. Mit diesem Objektiv kann ich sehr nah herangehen. Oh, geil. Da steckt die alle ein. Rotfilter. Für extrem kontrastreiche Funken. Fotos. Geil. Den Scheiß vergesse ich eh. Bei Nebel verbessert er das Bild, da er ihm etwas Kontrast verhält. Klar, bei Nebel. Rausgehen, fotografieren. Wer kennt es nicht? Blaufilter. Ideal für Innenaufnahmen. Mit diesem Objektiv wird alles größer. Oh, interessant. Den kann ich ja für... Dieses Objektiv vergrößert den erfassten Bereich. Es ermöglicht mir, mehr auf das Bild zu bekommen. Kannst du auch ein größeres Papier nehmen? Spaß. Und das hier? Ich muss vorsichtig und leise sein, während ich zuhöre. Ich muss unbemerkt bleiben. Ich bin ja schließlich eigentlich taub. Stimmt ja. Bist du soweit, Julia? Klar, Papa. Ich bin bereit. Die Aufnahme läuft schon. Oh nein. Meine Stimme wird furchtbar klingen. Ach was. Stell dich dich so an. Wolltest du nicht sowieso Gesang studieren? Nein, nein, nein. Ich war jung und dumm, als ich das gesagt habe. Okay. Bereit? Los. Okay, ich nehme jetzt das ganze Zeug hier raus. Probe für das Konzert von letzter Woche. Ich habe mir die Aufnahme nie angehört. Aber ich habe recht gehabt. Meine Stimme ist furchtbar. Das kann man nicht als Gesang bezeichnen. Das muss die dritte sein. Jedenfalls wird es an der Zeit, dass ich diese Filmrollen entwickle. Ist das wirklich Copyright Music, Digga? Muss ich das ausstellen? Das ist Copyright Music. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, da muss ich da doch schneiden. Oh, die Kleinen. Den ziehe ich die Ohrläppchen lang. Diese Bilder könnten alles verändern. Ja, ja. Ich kann den YouTube-Titel schreiben. Dieses Horrorspiel verändern alles. Das ist auf dem Nachtcharakter. Das war in Ordnung. Wie Poppy Playtime meine Mutti geschwärmt hat. So, dieses Foto entwickeln. Was ist da dran? Das ist ein Persönchen, Alter. Guck mal hier. Den Snapshot. Den muss ich. Seite 5 von 5. Ich glaube, das ist gut zu entwickeln. Okay. Moment. Hartenposition. Okay. Fokus. Scharf. Ich glaube, die meinen mich, Chat. Ja, mach hinne. Cool. Wer guckt sich das jedes Mal an? Jetzt der ganze Chat so. Ich. Weil ihr Nerd seid. Bam. Okay, cool. Hier bin ich auf den Pier zugelaufen. Genau wie in meiner Erinnerung. Die Frage ist, ist ihre Erinnerung... Also... Ne? Ist das alles korrekt so? Ab welchem Punkt wird es nicht mehr richtig? Das Interessante ist ja, was vorher passiert ist. Weil da finden wir nicht Martha da? Dann? Weil ich meine... Das kann ich mir sowieso schon vorstellen. Aber wie ist die da hingekommen? Das wäre das viel Interessantere. Komm, mach hin. Aber wir schauen mal, ob wir irgendwas... Äh... Ne. Ich brauche eine... Ich brauche eine andere Rolle. Moment. Wie kriege ich denn... Wie kriege ich denn jetzt eine andere Rolle da reingespannt? Oder war das was anderes? Oder sind das nicht die gleichen Aufnahmen? Da ist der Pier. Hier bin ich. Achso, hier sind die Seiten. Ah. Ich denke mal, ich muss die entwickeln mit... Wo ich halt drauf bin. Damit das irgendwie... Was macht. Scharf auf jeden Fall. Okay und scharf. Perfekt. Ich muss alle entwickeln? Zu früh. Also wirklich alle. Von jeder Seite. Oder nur da, wo ich drauf bin. Weil das wäre insane. Wirklich jetzt? Nein, glaube ich nicht. Oh, ich hoffe es nicht, ey. Uff. Weil das ist doch... Hier ist doch sonst nichts drauf, oder? Zumindest sieht man noch nichts. Hm. Ich gucke mal. Kartenposition. Okay, scharf. Okay, wir machen das erstmal. Seite 3 erst und dann 4. 5 haben wir eben gemacht. Ich hätte zurückschalten müssen. Boah, das sieht übel gruselig aus. Nur mit dir, dachte ich mir. Ha, hat sich gereimt. Einfach nächste Güte. Güte, let's play. So. Ich frag mich nur, was die daraus zu erfahren wünscht. Ich hab dann Martha ans Ufer getragen. Ich hab versucht, ihr das Leben zu retten. Hast du? Meine Erinnerungen sind zwar verschwommen, stimmen aber mit der Realität über... Da geht es mir gleich ein bisschen besser. Jetzt kann ich herausfinden, wer Martha wirklich getötet hat. Ähm. Vielleicht sollte ich mich mit der weißen Frau treffen? Oh Gott. Kann sie mir etwas dazu verraten? Dem... Oder ist das ein Spaß? Was ist der Geistergeschichte? Ja, mit Sicherheit. Aber was ist hier schon normal? Was redet sie denn? Vielleicht muss man ein bisschen verrückt sein, um etwas zu erreichen. Ich meine, gut. Ich hab sie ja eindeutig im Wald gesehen. Oh, das Ding ist, äh... Wie ich schon sagte, dass das halt eine richtige Erinnerung ist, ist klar. Aber was ist denn vorher passiert? Hab ich das nicht auf den Camps? Hab ich nicht eine Camp direkt in Richtung See? Wahrscheinlich nicht, weil mir ging es ja eher um Tiere außerhalb des Sees, oder? Bin mir nicht so sicher. Ich entwickle das noch so der Vollständigkeit halber. Jo, Kenny. Alles cool bei uns? Wie ist die Story des Spiels? Ähm... Zwei Zwillingsschwestern. Eine davon spielen wir. Die andere ist gestorben. Und wir tun so, als wären wir die, die gestorben sind. Die Martha. Ich war dann kurz vor dem Eintauchen. Daran erinnere ich mich. Ja. Im Prinzip müssen wir herausfinden, wie unsere Schwester umgekommen ist. Das Ding ist, die, die tot ist, und wo wir so tun, als wären wir sie, ist taubstumm. Und das müssen wir beachten bei unserer ganzen Interaktion mit der... mit der Family, dass die das nicht herausfinden. Weil die trauern jetzt eigentlich um... um mich. So. Wir gucken mal, was unsere Zielstellung ist. Okay, die Zeitung müssen wir noch durchlesen. Fahrrad, da müssen wir noch eine Pumpe. Seele auf dem Foto. Machen wir ein Foto von Martha. Oh. Stimmt. Das kann ich mal noch machen. Diese ganzen Sachen habe ich abgeschlossen. Die weiße Dame. Die Tarotkarten. Gehe zum See. Die Tarotkarten. Finde ich die in irgendeinem Zimmer? Ich gehe erst mal in Richtung der, ähm... Wie soll ich das nennen? Da, wo meine Schwester liegt halt. Das wird doch immer angenehmer. Ich hoffe, es ist ein richtig heißer Tag, ne? Okay. Let's go. Ich sollte in der richtigen Position stehen. Äh... Wie geht das nochmal? So, ne? Wait, da war's scharf. Wunderschön. Es ist schön, dich immer an meiner Seite zu haben. Auch wenn es nur ein Bild ist. Ich weiß nicht, ob... Also mal Hand aufs Herz. Würdet ihr so ein Foto machen? Und das dann angucken? Wie eure Schwester halt tot ist und langsam anfängt so ein bisschen zu... verwesen? Also ich meine... Sind wir mal ehrlich, weil das passiert gerade. Das ist halt ein bisschen sehr strange. Nein, könnte ich nicht. Äh, ich auch nicht. Das wäre mir viel zu we... Also... Leute, die trauern, machen auch manchmal Dinge, die für Außenstehende ein bisschen weird sind. Glaube ich. Aber... Mach ein Foto von Martha. Entwickele das Foto. Boah, ey. Ich bin hier nur unterwegs. Nichts Schlimmes. Ich mach das jetzt noch schnell und dann würde ich zum See gehen. Aber es ist noch nicht nachts. Vielleicht muss ich erst die Tarotkarten suchen. Habt ihr irgendeinen Tipp, wo die sind? Ja. Zum Glück, äh... Zum Glück fühle ich mich jetzt nicht ganz so doof, wenn ich sage, ich mach das nicht. Doskevo, äh... Wiggy, Dankeschön für eure Subs und Steffi, Dankeschön für Bits. Gucken wir mal. Maybe im Schlafzimmer der Eltern? Uh. Weiß ich... Weiß ich, wo das ist? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ein Foto ist Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Wie ein lebloser Körper. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhoffe. Jep. Vielleicht ist es albern zu glauben, dass man die Seele von jemandem einfangen kann, der gestorben ist. Ja, das ist halt so ein bisschen Aberglaube, ne? Aber muss ja scheinbar ins Album. Die hat doch bestimmt auch Bilder mit ihrer Twin-Sister, als sie noch lebt. Ja, ich verstehe, dass man das nicht unter dem Vorwand macht, dass es unser letztes Bild und das bewahrt eine Erinnerung. Oder wie sie sagt, das bewahrt die Seele. Ihr Gesicht kann mir nichts mehr verraten. Das war mir schon klar. Ihre Ausdruckslosigkeit macht mir Angst. Ja, das glaube ich. Ich weiß nicht mal, ob ich dieses leere Foto behalten oder einfach wegwerfen soll. Also, die Frage ist natürlich, wie will man den Menschen in Erinnerung halten? So? Eher nicht. Okay. Das wäre erledigt. Ich gucke mal, ob ich die Karten finde und dann mache ich die mal raus. Es ist Krieg? Ja, es ist 1944. Also in dem Spiel. Also in echt jetzt? Nee. Nee, sag mal. Oh, sag doch jetzt mal. Ich muss die Zeitung immer noch lesen. Ist das überhaupt so wichtig, Alter? Ich will die ganzen Geschichten. Ich muss alles lesen, ne? Der Oberbefehlshaber der Reichswehr verkündet. Erstens. Wer im Besitz von Waffen oder Sprengstoff ist, der dem deutschen Hauptquartier nicht gemeldet wurde, wird erschossen. Zweitens. Wer Kriminelle beherbergt und oder sie schützt und sie mit Kleidung und oder Waffen versorgt, wird erschossen. Drittens. Wer von der Existenz von Rebellengruppen oder sogar einzelnen Rebellen weiß, ohne diese zu melden, wird erschossen. Viertens. Wer atmet, wird erschossen. Italienische Arbeiter in Deutschland. Für Arbeitnehmer, die freiwillig in Deutschland arbeiten, gelten folgende Regeln. Erstens. Die Verpflichtung läuft maximal ein Jahr bis zur Rückkehr nach Italien. Gefechte in der Normandie. Siegreicher deutscher Gegenangriff auf der Straße von Perillet nach Caronton. Port-Hubert nördlich von Saint-Lô zurückerobert. Das ist wirklich gut, Alter. Viele US-Verluste durch die Aktion fliegende Bombe. Okay. Ey, ich hab das jetzt doch aber alles gelesen. Ne, das noch nicht. Ein Angriff der Sowjets nach stundenlanger Kanonade. Der Kampf an dieser Front ist schon lange im Gange. War das ein Gedicht? Ja, jetzt, aber, also ich mein, warum musste ich das jetzt alles wissen? Da ist jetzt kein Ausrufezeichen mehr dran. Also, es heißt, ich hab das, äh, das war okay, ne? So, schauen wir mal. Ich geh mal, da oben war ja der Dachboden. So, ich glaube, was haben wir hier? Hier ist noch irgendwie so ein Film? Oder das hier? Das will ich. Ey, Gang, du erwartest jetzt aber nicht von mir, dass ich mir das alles merke mit diesen Kamera-Fitzleinen, ne? Ich bin, ich bin kein Auskenni. Ich kann das nicht, Alter. Du musst mir das immer wieder sagen. Das ist nicht getan damit, dass du es mir jetzt hier einmal erklärst. Oh, ich wollte eigentlich das Buch. Äh, ja, gibt's da was Cooles? Ein Briefchen? Liebe Mama, es fällt mir schwer, aber ich muss dir etwas sagen. Ich habe herausgefunden, dass Julia schwanger ist. Was? Geh morgen früh umsum an den See und beobachte sie beim Baden. Du wirst sehen, dass ihr Bauch wächst. Martha, was? Martha ist die übelste Snitch? Ich bin nicht schwanger. Ich bin einfach nur fan. Warum wird alles noch verwirrender? Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, aber stattdessen ergeben sich nur mehr Fragen. Martha, das waren nur Chicken Wings. Ähm. Wäre ich jetzt schwanger? Also ich als Julia und tue so, als ob ich Martha bin, wäre das auch durchaus kompliziert. Hm, hm. Da sind irgendwelche Karten. Yes, baby. Hier sind meine Karten. Nani und ich haben immer mit ihnen gespielt. Sie sagte meine Zukunft voraus und ich tat so, als würde ich ihre voraussagen. Die brauche ich unbedingt. Ich hätte auch ein Uno-Spiel mitgenommen, so der weißen Dame, aber wir wollen die Formen wahren. Vielleicht sah sie, als sie diese las, meine wahre Zukunft, die sie von mir verbarg. Oder, was wahrscheinlicher ist, diese Karten sind eigentlich nur ein dummes Spiel, mit denen man sich selbst beruhigt und täuscht. Aber sich selbst zu täuschen, ist manchmal notwendig. Wie könnten wir sonst glücklich leben? Ja, kenne ich. Man redet sich halt so lange ein, dass die Dinge eigentlich sehr gut sind, bis alles zusammenbricht und dann denkt man sich was Neues aus. Das ist Mamas Schmuck. Mamas Schmuck. Sie trägt ihn jeden Tag, auch wenn Papa sagt, dass es heutzutage unpraktisch und gefährlich ist, Zeichen des Reichtums zu zeigen. Hm. Wie immer will sie nicht auf die Vernunft hören und streitet sich mit Papa, bis er geht, um Krieg zu spielen, wie sie sagt. Sympathisch, Alter. Einfach ein sympathischer Haushalt. So. Sich selbst täuschen, zieh die Todeskarte. Ah, shit. Okay. Soll ich jetzt in den Wald gehen? Warte mal. Ich will aber... Eine seltsame Notiz. Warte mal. Mach das Handschrift. Ach so, so. Hier mit der Schwangerschaft. Gehe zum See. Es ist so ein schöner Tag. Es ist wirklich schön. Kann mir jemand verraten, wo die Luftpumpe ist? Weil dann könnte ich da hinradeln, oder? Ich geh mal da in diese kleine... Was ist das? Kleine Kirchending da. Gibt's hier irgendwo ein Shad? So, kann man hier rein? Wo so keiner, weiß nicht, Werkzeug ist oder so. Hat der Vater und sowas. Safe in der Garage. Soll das die Garage... Ne, das ist nicht die Garage. Ja, wo, aber... Also, ich weiß, was du meinst. Ich will halt nur nicht immer... Ich hab das Gefühl, ich muss öfters mal in Richtung See. Einfach weil... Keine Ahnung. Ich sonst hier ein bisschen verstaube in diesen zwei Quadratmetern. Guck mal, wo geht's denn hier lang? Oh, warte mal. Wait, was ist... Was ist das? Was liegt hier? Oh. Also, ein Shad hab ich gefunden. Moment mal. Ich meine... Mh... Entschuldigung, ich wollte dich weiter stören. Der Karsten ist leer. Der Telegraph wäre in der Nähe installiert worden. Der Karsten ist leer. Was ist mit Karsten los? Die Kühe. Das müssen Cinzia und ihr kleines Kalb sein. Das hab ich sofort gesehen. An den Ohren hab ich das erkannt. Cinzia, Digga. Cinzia, Liebe, lau Cinzia, mein. Und wer ist das? Kennst du die auch mit Namen? Es hat immer Spaß gemacht, beim Melken der Ziegen zuzusehen. Ich war immer so aufgeregt und machte Nanni damit verrückt. Ach, moin. Und wer bist du? Wie cool das hier ist. Also, wäre es nicht 1944? Aber... Als ich klein war, hatte ich Angst vor Tieren. Daran komm ich nicht, ne? Ich hab mich ihnen nie allein genährt. Ich hab mich aber von ihnen ernährt. So, warte mal. Was ist hier noch? Das ist gar nicht mehr so richtig, wo ich bin. Das sieht aber nach... nach Arbeit. Oh, guck mal hier. Das ist das Zentrum unserer Farm. Aber seit wir hergezogen sind, wird sie nicht mehr so bewirtschaftet wie früher. Oh. Sicherheit ist essentiell, sagt Papa. Für Fotos mit einer langen Belichtungszeit ist ein Stativ erforderlich. So, sack ein. Geil. Ich hab jetzt, was ich brauche, um Infrarotfotos zu machen. Cool. Diese Werkbänke faszinieren mich. Ich würde gerne das Tischlerhandwerk erlernen. Hier hat der Mann von Nanni meine Puppen gemacht. Die Puppen, mit denen ich gespielt habe, wurden hier hergestellt. Das hab ich als Kind nicht gewusst. Sie haben mir immer erzählt, eine Fee hätte sie gebracht. Ja. Ich hab ihnen nicht wirklich geglaubt, aber der Gedanke war schön. Ach, da ginge es raus. Ah, das ist interessant. Mamas Medizin. Ob sie ihr wirklich helfen wird? Moment, was ist das, was ist hier? Diesen Stoff kenne ich. Ah ja, das war das. dass ich ihn jemals im Haus gesehen habe. Tja. Ich bin mir nicht sicher, wo ich eine Luftpumpe suchen soll, Freunde. Also, wenn es keiner von euch weiß, dann, äh, werde ich jetzt einfach mal hinlatschen. Wäre ich schon da, wenn ich gleich gegangen wäre, aber... Ist das Blut auf dem Boden? Nee, das ist Wein. Also, wenn du das meinst, was ich meinte. Oder was ich gesehen habe. Was rot ist auf dem Boden beim Wein? Also, irgendwas ist ausgelaufen da. So. Äh, ich gehe vollkommen verkehrt. Ich muss am besten hier, hier unten runter. Ich bin gar nicht mehr sicher, wie ich gegangen bin. da, genau. So war das. Die Pumpe ist in dem Raum hinter Marthas Sarg. Oh, stimmt, da stehen Fahrräder. Okay, danke. An dem einen klemmt eine Pumpe. Oh, dass ich das nicht mehr wusste. War eigentlich sehr offensichtlich. Ich dachte, nee, da ist ja zu. Oh, stimmt. Aha. Wie in guten alten Zeiten. Dankeschön. Alter, geht wirf um. Hier ist die Fahrradpumpe. Ziel. Sehr gut. Das ist weird. Sorry. Ich mache mir das nur so angenehm hier alles wie möglich. So, pass mal auf jetzt hier. Das Ding wird richtig prall, Alter. That's what he said. S? Weh. Nochmal? S? Oh, come on. Kann ich das schneller machen, bitte, Alter? Bevor es dunkel wird. Ich will nicht wieder angespooked werden. Was? Vier Pumps? Alter. Oh, ey, irgendwer hat meine FPS geklaut. Oh. Oh, was ist los? Oh Gott, was ist los? Au. Wer war's? Gib die zurück. Man merkt's. Ich merke's auch. Was zum Teufel ist Phase? Ich speichere mal hier. Neuer Speicherstand. Kann ich? Ich hab sie geglaubt, gib die wieder her. Aber was ist denn auf einmal? Aber das war doch die ganze Zeit in Ordnung, oder? Das war doch nicht so. Es lag wirklich, ich seh nischt. Ich hab auch mega Augenfasching hier, keine Ahnung. Der ganze Stream hängt, an meiner Internetleitung liegt sie. Ich hab keine ausgelassenen Frames. Die Verbindung ist auch stabil. Zu schnell? Alter. Okay, ich mach mal nochmal kurz aus. Ich geh mal nochmal zum Hauptmenü. Vielleicht muss ich einfach nochmal reinladen. Das ist halt manchmal wegen der Optimierung des Spiels. Weil Cam müsste jetzt wieder einwandfrei funktionieren. Let's see. Du musst die Grafik runterstellen. Ja, aber gerade ging's doch. Oder hat er sich gerade resettet? Das wär awkward. Ich hänge? Jetzt geht's wieder. Alter, ich bin ein fucking Genie, Digga. Jetzt geht's wieder. Geil, geil. Ja, mach's halt nischt, ne? So. Boah. Alter, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich fahr da jetzt die Treppe runter. Pass mal auf. Oh, shit. Oh, no. Es geht gar nicht. Es geht woanders rund. Ach, komm. Sei doch. Lass uns doch mal bitte einmal Spaß. Warum schaukelt die Schaukel? Warum schaukelt die Schaukel? Ohne Person drauf, die Schaukel? Sprech rasch. Ey, ist das kompliziert. Oh, nein. Hättest du dir mich noch sagen können, dass es halt voll voll kacke ist? Ui. Ist das dumm. Will ich jetzt langsamer werden? Ich denke es nicht. Okay, ich fahr mal hier lang. Mal gucken. Ich hab die Kühe, die... Wenn sie facepawmen könnten, sie würden es jetzt tun. Gnur hat sich auch über das Fahrrad beschwert. Ey, zu Recht. Aber zieht euch mal rein, Alter. Ich kann hier nicht reiten. Ich geh lieber zu Fuß. Was? Wozu hab ich denn das Fahrrad? Wenn ich nicht hier in den Wald kann? Bist du dumm? Ich kann hier nicht reiten, Alter. Ich nehm gleich die Kuh, Alter. Mit der würde ich sogar in die Schlacht reiten. Cynthia! Mach dich bereit. Wieso kann ich hier nicht reiten? Komm, Alter. Das ist im Mega-Gelände-Tauglich, der Esel. Alter, der Sattel. Ist das nur ein Fahrradsattel oder hat der zwei Sattel gefressen? Man weiß es nicht. Ich kann hier nicht reiten. Ich reite, wo ich will. Ich bin erwachsen. Und wenn irgendjemand sagt, mein Bauch wird danach wieder dick. Wie langt's? Wer ist hier gestorben? Ist irgendwer gestorben. Hier waren Fliegen. Das internationale Zeichen für tot. Hilfe! Weißt du, ist Google Maps oder so? Wäre geil. Ich weiß gar nicht, wo zum See ich hin muss. Also, I mean... Achso, warte mal. Ich muss ja hier rüber. Ist ja eigentlich egal, auch wie ich laufe dann. Oder wird's mir auf der Karte markiert. Ach, da lang. Ach, da oben. Da oben hin? Oder nicht zum Pier? Ich weiß nicht. Bist du eher noch am Anfang vom Spiel? Wir sind so... Zwei Stunden ungefähr drin, denke ich. Also, es ist noch nicht der Anfang. Es ist halt recht slow. Holy shit! Los! Hey, hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Oh! Hey! Vorwärts! Oh oh! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Laufen! Ignorier ich das jetzt? Geh ich weiter? Was ist hier los? Was machen die Soldaten da? Es ist gefährlich. Ich weiß. Aber ich will ihnen folgen und sehen, was passiert. Natürlich! Ich will auch im Lotto gewinnen, aber... Manche Sachen ergeben sich vielleicht nicht. Manche Sachen... Es ist besser, wenn sie sich nicht ergeben, oder? Alter, die ist komplett verrückt! Was ist denn da? Das ist ein YouTube-Thumbnail, Leute. Ich glaube, ich muss hier hoch, ja. Oh Gott, bitte nicht! Nein, das ist mein Freund! Das habe ich mir gedacht! Das haben sie dir angetan! Das haben sie mir gedacht! 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 Dein Taschentuch war das Symbol für deinen Glauben. Lass mich wenigstens das von dir haben. Wenn das sehr offensichtlich ist, solltest du dich nicht erwischen lassen. Ist das noch ein kleiner Brief? Oh, der war an mich! Bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Oh, er weiß! Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach... Boah, ey! No. Mich hat's ja beschleuert. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot! Scheiße, scheiße, scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Ah, ich wusste nicht! Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel! Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt! Jetzt sind wir wirklich am Arsch! Scheiße! Lass uns abhauen! Aber... Aber sie lebt noch! Sie liegt im Sterben! Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot! Oh, nein! Ich wach bestimmt mitten in der Nacht wieder auf, ne? Oh, damn! Ich dachte mir, ich sterbe. Aber seltsamerweise hatte ich keine Angst. Das hab ich jetzt nicht erwartet. Tatsächlich war ich sogar fast erleichtert. Als ich zurückgekehrt war, befand ich mich wieder inmitten eines Albtraums, dessen Bedeutung mir zu der Zeit nicht klar war. Kolibriner, Dankeschön für den... Oh, mein Gott! Okay, Martha! Komm! Hier, das war falsch. Martha ist aber richtig, right? Martha, ich gebe dir... Deine... Erscheinung? Inwiefern ist das gemeint? Nee, alter... komischen... ...Fieberträume, ey. Puh! Ja, das ist das Ding mit dem Spiel. Das hat sehr, sehr unerwartete, sehr gory Szenen, die sich nur, denke ich, in ihrem Kopf abspielen. Äh, jetzt... ...sehe ich... Das andere macht keinen Sinn. Mit... ...meinen Augen. Ja, aber was? Ja, aber was? Du Scheiße. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß es nicht unbedingt gut zu interpretieren, noch nicht. Oh, was ist passiert? Zwei Schwestern waren dazu bestimmt zu sterben. Julia, die eine Schwester, und bald darauf Martha, die zweite. Als ich Julia zu mir holen wollte, fand ich eineige Zwillinge vor, die nicht zu unterscheiden waren. Da sie noch so jung und unschuldig waren, hinterfragten sie meine Existenz. Julia kommt mit mir, forderte ich. Aber beide behaupteten, Martha zu sein. Ich kann das wählen. Oder? Nein. Das Schicksal schon bald dasselbe sein wird und ihre Spielchen nutzlos waren. Ich hatte keine Zeit für sowas. Der Krieg hielt mich so auf Trab. Aber sie gaben nicht nach und beharrten stattdessen weiter darauf. Geiles Voice-Acting, ey. Können wir dir gemeinsam folgen? Nein. Nein. Unmöglich. Bist du sicher, dass auch Martha bald sterben wird? In Kriegszeiten ist nichts sicher. Was, wenn die Falsche mit dir geht? Dann hättet ihr den Tod ausgetrickst. Eine würde ungerechterweise sterben und die andere würde ihr Schicksal nur hinauszögern. Das heißt, ich sollte eigentlich doch sterben? Sie hielten sich lange. Dann umarmten sie sich und eine von ihnen kam auf mich zu und sah mich mit einem festen, fast bedrohlichen Blick an. Ich vermutete, dass es Martha war, die sich opferte, um ihrer Schwester mehr Zeit zu schenken. Ich hatte den Betrug aufgedeckt, aber schwieg darüber. Das heißt, was auch immer passiert, es galt mir. Niemand lügt dem eigenen Tod ins Gesicht. Nun fragte ich sie, wofür sie sich entschieden haben. Wir haben das losgezogen, indem wir ein Medaillon geworfen haben, sagten sie leise. Sie hatten sich also auf das Schicksal verlassen. Wie naiv. Sie wussten nicht, dass das Schicksal seine ganz eigenen Regeln hat. Außerdem ist es mein Verbündeter. Das Schicksal würde nie... Meine Arbeit war also getan. Okay, einfach... Hat er eine Kaffeepause gehabt, da wo ist Hector, oder? Aber was ich nicht wusste, das Medaillon hatte auf beiden Seiten denselben Namen eingraviert. Martas. Meine Befürchtung war also richtig. Sie waren schlau und hatten sowohl das Schicksal als auch mich getäuscht. Das war aber alles unabsichtlich. Das heißt, ich muss noch sterben. Ich werde meine Ignoranz korrigieren und im Schicksal dessen Augenbinde zurückgeben. Uff. Boah, das Spiel ist echt faszinierend. Krass. Aber man sieht halt, wie extrem krass es im Endeffekt nur um diese Familientragödie geht. Oh, oh, oh. Weniger irgendwie um Gameplay. Ich kann kaum atmen. Die Frage ist, wie hat man mich gefunden? Ist es eine Metapher? Ich kann es noch nicht vollständig interpretieren. ein neues Kapitel das Begräbnis. Okay, Martha kommt weg. So, ich kann mich jetzt wieder irgendwie anziehen. Also weg von ihrem Platz, meine ich, kommt sie. Harter Tobak. Ich muss das erstmal kurz verdauen. Ich, also ich... einen Moment mit meiner Schwester verbringen. Glaube? Ich und sie allein. Hallö, schon zwei Jahre. D. Ich, danke schön. Nein, nein, meine Tasche ist nicht hier. Au. Mein Tagebuch. Lapos Brief. Das war alles da drinnen. Okay, ich kümmere mich gleich um den Stuhl. Wie geht es meiner Tochter? Bitte, Doktor. Moment, ich sag gleich was dazu. Zehren Sie mir gute Neuigkeiten. Es ist ein Wunder, dass sie noch im Leben ist, Erich. Aber sie wird wieder gesund. Okay, sehr gut. Ähm... Also, ich vermute, dass ich eigentlich hätte sterben sollen an meiner Schwesterstadt. Aber... Der Tod interpretiert das wahrscheinlich anders. Irgendwie als Plan? Vielleicht als meiner Schwester? Julia kann Gespräche zuhören, wenn sie an der Tür lauscht. Das sollte ich jetzt wahrscheinlich tun. Wir werden es doch rausfinden, was das alles für einen Zusammenhang hat. Die Kugel hat ihr Herz verfehlt und ist über ihre Brust wieder ausgetreten. Es ist unglaublich, dass ihre Lunge, ihr Herz und ihre Wirbelsäule nicht getroffen wurden. Sie hätte gelähmt werden oder sterben können. Aber zum Glück geht es ihr gut. Ich hab sie gründlich untersucht. Sie hat nicht einmal viel Blut verloren. Sie hatte sehr viel Glück. Und sie war... Superpower, ey. Ich werd doch Mitglied der Avengers und Martha ist immer noch dead. Teil 2. Sonst wäre sie definitiv verblutet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles... Das ist zu viel auf einmal. So viel Tod und Leid. Machen Sie sich keine Sorgen, Erich. Sie ist jung und wird sich schnell erholen. Ich werd sowieso den ganzen Tag hier sein. Der ist Wehrmachtsgeneral im Krieg. Was zum Teufel? Macht es Ihnen etwas, mit mir mitzukommen, um meine Frau vom Friedhof abzuholen? Die Beerdigung fängt bald in der Kapelle an. Natürlich nicht nach Ihnen. Bei all den Vorbereitungen für die Beerdigung in der Kapelle will Irene, dass alles perfekt ist. Es ist ihre Art von Bewertigungsstrategie, damit sie nicht über all das nachdenken muss. Ich find es cool, dass es hier ein bisschen leiser wird. ein cooles Detail. Zumindest... Oder weil die weggehen. Vielleicht auch deswegen. Okay. Sieht so aus, als wäre Mutter die ganze Nacht mit mir gewesen. Oder eben mit Martha. Sie hat sogar ihre Medizin zurückgelassen. Das muss so hart sein. Aber die überhebt sie kaum. Weil das Ding ist, für die Leute, die später eingeschaltet haben, die Mutter mochte Martha halt mehr als mich. Und ich krieg das jetzt halt voll ab, dass sie für mich Dinge tut oder sagt, die sie für... Also, für mich als Martha, die sie für Julia, der ich eigentlich bin, nicht gemacht hätte. Das muss so fucking wehtun, ey. Ich bin voll unterwegs. Die haben mich abgeknallt. Was ist los mit mir? Und wenn die Tasche hier irgendwo ist? Du meinst hier? War das ein Tipp? Ach, der Gnade Gottes, Alter. Ich stand da wie ein Fels. Gnade Gottes, Digga. Was ist los mit dir? Nicht mal wieder Wimper gezuckt habe ich. Die können mich nicht abschießen, Alter. Den Mountain von Thail nennen sie mich. Ja, ach, was weiß ich denn, wo deine Tasche ist? Geht mich doch auch nicht an. Ich komme hier nicht raus. Ich muss die suchen. Ach, wo soll die denn sein? Oder bin ich doof? Habe ich die übersehen? Ist die irgendwo rum? Hm. In dem Schrank kann ich nicht gucken. Mit der Truhe nicht. Hier am Bettenrand, da kann ich nicht hin. Also hier bei meinen Eltern ist die auf jeden Fall nicht. Haben sie sie hingestellt? Vielleicht in das Badezimmer. Oh. Telefonieren kann ich nicht. Oh, ach, da hängt sie. Meine Tasche. Oh. Ran jetzt. So. Na, guck mal. Da ist sie doch. Die habe ich nicht zu Ende gelesen. Stimmt. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Ich muss mich versteckt halten und kann leider nicht zu dir kommen. Auch wenn ich nichts lieber machen würde, als dich festzuhalten und gemeinsam zu weinen. Ohne Worte. Ich will dir einfach nur nah sein. Können wir uns heute Abend in der Scheune treffen? Ich gebe mein Bestes, gegen Mitternacht da zu sein. Lass dich davon nicht beunruhigen. Aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. 6 9 3 4. Sollte ich das mal anrufen? Er wusste, dass er in ernster Gefahr war. Aber was ist mit dem Brief? Ich hatte ihn in der Hand, als die Soldaten weggerannt sind. Mama hat mich gefunden. Und wenn sie ihn gelesen hat, sie hasst Lapu. Und jetzt weiß sie bestimmt, wer ich bin. Oh, stimmt. Nein. Nein. Sie hätte mich wahrscheinlich dort zum Sterben zurückgelassen. Sie hat lieber keine Tochter, als die falsche. Boah, ist das hart. Bevor ich ohnmächtig geworden bin, muss ich ihn zurück in meine Tasche gesteckt haben. Sie... Es gibt keine andere Erklärung. War beim Lesen, als sie abgeknallt wurde. I don't know. Wir gehen einfach mal davon aus, sie hat ihn nicht gelesen. Vielleicht gibt das noch einen Twist irgendwie. Sef, können wir mal Phasmo spielen? Äh, er nicht, muss ich sagen. Ich finde Phasmo nicht unbedingt spannend. Ich sollte den Hörer abnehmen. Ich muss jeden Tag die Zeitung lesen, right? Wenn ich den Anrufer zuerst sprechen lasse, finde ich heraus, wer es ist. Haben sie weggeräumt hier. Ich darf nur nicht zu spät kommen, hier zu allem. Ist das die Nanny? Nee, ne? Doch. Dir kann ich mich anvertrauen. Nanny? Hallo? Ich bin's. Dass ich bis jetzt nicht dran gedacht habe, sie anzurufen. Hallo? Oh Gott, ich glaube, ich träume. Nein, Nanny, du träumst nicht. Ich bin es wirklich. Julia. Ach, du lieber Gott. Julia! Mein kleiner Spatz. Wie wundervoll. Tut mir leid, aber ich dachte, du wärst tot. Ich habe deine Leiche gesehen. es macht mich so glücklich, dass... Könntest du mir erklären, was hier los ist, mein kleiner Spatz? Tja, aber sie ist jetzt eingeweiht, ne? Okay. Ich erzählte Nanny alles, was vorgefallen war. Sie war natürlich traurig wegen Martha, aber gleichzeitig auch sehr glücklich. Ich war diejenige, zu der sie eine besondere Bindung hatte. Ja. Ich erklärte ihr, dass ich versuchen wollte, die weiße Frau zu treffen, auch wenn es eine verrückte Idee war. Aber sie hielt mich nicht für verrückt. Ganz im Gegenteil. Sie erklärte mir, was ich tun musste, um sie zu treffen. Es war ziemlich kompliziert. Ich notierte alles sorgfältig in meinem Tagebuch. Wer weiß, vielleicht tat sie es nur, um mich zu beschäftigen, während sie überlegte, was sie mit mir machen und wen sie warnen soll. Das werde ich allerdings nie erfahren, denn am selben Tag wurde die Villa von einer Bombe getroffen und Nanny starb. What? Sie starben alle. Wir hätten in diesem Haus sein sollen. Aber stattdessen... Oh, scheiße. Mach's gut, Nanny. Ich hab dich lieb. Mach's gut, mein Schatz. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Pass auf dich auf, mein kleiner Spatz. Oh, nein. Wie übel ist das denn? Oh, das hat mich jetzt komplett auf den falschen Fuß erwischt, ey. Das war so plötzlich. Na, so wie es halt ist, ne? Genau den Schockmoment, den du so transportieren willst. Marta wurde für ihre Beerdigung in die Kapelle gebracht. Ich möchte mich allein von ihr verabschieden, bevor alle ankommen. Oh, die Kapelle da unten, ne? Ich kann das Telefon benutzen. Ich... Ich soll mich an irgendeine Nummer erinnern. Warte mal. Moment. Wie war das noch gleich? Äh, seltsame Notiz. Letzte Abschied. Nummer. Okay, verwende die Telefonnummer. Warte mal, ist das eine Telefonnummer oder eine Kombination? 6934. Falls etwas passiert, ändere ich an diese Nummer. Das ist nicht unbedingt eine Telefonnummer. Es könnte auch für ein Safe oder sowas sein. 6934. Komm her. Äh... 6... 9... 3... 4... Ich glaube nicht, dass das geht. Irgendwas klingelt. Gasenmähen hinterm Hause. Ähm. Wir werden unter dieser Rufnummer nicht mehr erreichbar sein. Sie kann nur einmalig verwendet werden. Der Telegraph sollte sicherer sein. Frequenz X. Telegrafiere vor der Nachricht. Die Stadt brennt, um dich zu identifizieren. Lang lebe das Vaterland. Lang lebe die Befreiung. Das sind also quasi... Durch das Kabel sabotieren und zum Spion werden? Widerstandsleute, ne? Ich weiß nicht. Mein Vater ist Deutscher. Ich würde ihn damit verraten. Deswegen mag die Mutter den wahrscheinlich nicht. Wo er selbst den Krieg hasst. Aber was ist mit Labo passiert? Und diese Typen. Okay. Wenn ich das Leben von jemandem retten kann, sollte ich es vielleicht versuchen. Oder vielleicht kann ich mit Papa darüber reden. Nee. Ich kann mir bestimmt einen Rat geben, würde ich nicht. Ich habe von all dem überhaupt keine Ahnung. Papa, darf ich deine Telefonkabel kappen, bitte? Was hast du dir dabei gedacht, Labo? Bitte. Partisanen helfen. Papa den Plan verraten. Äh, ähm... Miss, was tue ich denn? Oh Gott. Ich würde sagen, ich... Ich verrate meinen Vater das nicht, weil dann würde er auch wissen, dass ich Julia bin. Und vielleicht ist es noch nicht gut, wenn er das weiß. Papa verraten? Wirklich? Vielleicht habt ihr recht und es geht alles downhill, wenn ich das nicht mache. Okay, ihr sagt alle Papa. Ich beschloss meinem Vater, alles zu erzählen. Ich liebte ihn so sehr, dass ich kein Spion werden konnte. Ich verstand nichts von all diesen Dingen. Ich hätte gehandelt, ohne zu wissen, was ich da tue. Mein Vater sagte mir, ich solle ihren Aufforderungen zustimmen und ihm alles berichten. Ist auch ein Argument irgendwie, aber... Ja, das ist schwer. Zum Zerschneiden des Kabels brauche ich eine scharfe Schere. Eine Schneiderschere sollte ausreichen. Ich mach den Scheiß jetzt trotzdem? Eine Schneiderschere? Das könnte ich im Keller finden. Da wohl auch der Stoff lag. Ey, mach die wieder ganz. Ich will das nicht in Ordnung von dir. Der hat den Vogel umgebracht. Ich mach den ganz. Ja. Noch ein bisschen. Nochmal. Mund-zu-Mund-Beatmung. Ey, ich rede mit dir. Das ist bestimmt ein böses Omen. Der arme Kleine. Er ist tot. Armer kleiner Kerl. Sein Platz ist an Marthas Seite. Hörst du zu? Nee, das Ding ist, die Entscheidung, dem Vater zu helfen, hätte ja eine komplett andere Konsequenz mit sich ziehen können. Weißt du, wie? Aber klar, sie hat gesagt, ich soll... Er hat der Vater meint, ich soll das machen und ihm davon berichten. Aber... und dem werde ich jetzt Folge leisten. Es hätte ja auch sein können, dass ich das nicht tue. Gebe ich das jetzt auf? Am besten mit dem Mund. Nanni nennt mich immer kleiner Spatz. Das ist der Teil von mir, der mit Martha gestorben ist. Er wird sicher sein bei ihr. Achso, ich leg den da rein, ha? Ja, das ist lustig. Hier, Martha. Mein Herz. Behalte ihn. Ich fange an zu verstehen, wie schmerzhaft dein Zustand gewesen sein muss. Oh, so sad, ey. Nicht mit anderen kommunizieren zu können, ist wirklich eine Qual. Ich habe dich beneidet, weil ich nicht sah, wie du leidest. Ich habe deinen Mut nicht verstanden. Ich vermisse dich so sehr, Martha. Ich bin nicht würdig, deine Kleider zu tragen. Ich meine, so eine eigene kleine Kapelle, das ist irgendwie krass. Gemeinde San Cascano, Provinz Florenz, Sterbeurkunde. Aus dem Register der Sterbeurkunden der Gemeinde Nummer 174, Teil 3, Serie 12 des Jahres 1944. Es wird an diesem 16. Juli des Jahres 1944 der Tod von Julia K. bescheinigt. Da ist noch eine Telefonnummer unten. Bewohnerin von Via Percebaia, geboren am 26. Februar 1923 in La Romola und Tochter von General Erich K. und Irene K. Don Atilio D. wird die Beerdigung abhalten. Don Atilio? Mein Vater muss das jetzt also auch im Endeffekt vor meiner Mutter geheim halten. Dass ich halt nicht Martha bin, so. Und ich bin gespannt, wie sich das irgendwie noch entwickelt. So, Leute. Lasst uns mal die Kommunikationsleitung. Lasst uns mal in den Keller gehen und versuchen, ob wir da eine Schere bekommen. Das könnte sein. Bevor wir uns daran wagen, herauszufinden, wo wir das erledigen müssen. Ich sollte... Soll ich wirklich... Die Zeit interessiert mich irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht, wann oder ob das irgendwie wichtig wird oder ist. Aber Martha konnte doch hören. Nein, Martha war taubstumm. Also, sie sprach nicht und hörte nicht. Also, falls ihr das vorhin meintet, das ist Wein. Oh, warte mal. Ah ja. Schneiderschere. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, da ist was. Aber scheinbar irgendwie leider nicht. Bin auch gar nicht so... Oh. Oh, hier kann ich noch was fotografieren. Was ist denn eigentlich? Infrarot. Äh, okay. Könnte ich das schon machen? Moment mal. Benutze die Kamera. Ich habe doch jetzt eigentlich schon alles erforderliche Erweiterungen. Motiv erfasst, korrekt belichtet. Einstellungsfeldanzeigen. So, es ist zumindest scharf. Erforderliche... Wie macht man das denn? Ist draußen sonnig. Fotofilm für draußen, wenn es sonnig ist. Infrarot. Ich glaube, das ist richtig alles. Alles ist rot. Ich bin gespannt, was da jetzt rauskommen soll. Was ist denn dort? Boah, ich habe ein bisschen Angst davor. Wait. No, meine FPS sind jetzt wieder weg. Was ist das? Spiel. Spiel. Game, ich bitte dich. Was hat er jetzt gemacht? So, von Videoeinstellungen her. Es ist immer noch das gleiche, wie wir hatten. Ich speichere jetzt und lade nochmal neu. Das hat beim letzten Mal ganz gut funktioniert. Damn. Ich darf einfach die Kamera... Ich darf in nicht so ein Minigame, in Anführungsstrichen, Interaktionsmenü rein, sonst fällt mir das übelst auf die Nase. Aber es müsste jetzt gleich wieder gehen. Mr. Legge, Legge. Läuft flüssiger als Wasser. Was hast du für eine Grafikkarte? 2080 Ti. Aber das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach... Du siehst ja, das ist plötzlich. Ich habe ja nichts verändert. Das ist halt die Optimization vom Game. Pass auf. Ja, besser. Soll ich das mal entwickeln, das Foto? Würde mich jetzt mal interessieren, irgendwie. Ich gehe mal wieder rein. Ich bin ja sowieso hier unten. Vielleicht kann mir jemand sagen, wo die Schere ist, dann suche ich mich nicht doof und dämlich. Jetzt ist es wieder super. Ich weiß, Alter. Ich kenne die Tricks. Ein Ei. Zwei Iroprofen. Ein Erosinbrüchchen mit Leberwurst. So. Ran da jetzt. Ach, ich kann das ja überspringen. Ich vergesse das immer. Äh, dieses Foto entwickeln, das müsste ja dann... Das müsste ja das sein, ne? So. Jetzt mal rauszoomen. Kartenposition okay. Scharf ist es. Let's go. Wer vor dem Licht... Eine kleine Spende an den kleinen Seth. D. Was zum Teufel? Das stand ja an der Wand, oder was? Was ist das? Ein Witz? Vielleicht hat jemand auf den Film geschrieben. Und was soll das überhaupt bedeuten? Licht. Wer vor dem Licht flieht, wie göttliches Licht, versteckt sich hinter ihm. Hat das vielleicht etwas mit Religion zu tun? Brrrr. Ich hab gleich zwei davon. Äh. Geil. Okay. Das war weird. Indien, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielen, vielen lieben Dank. Wie lange streamst du noch? Ein kleines Weichchen noch. Okay. Du hast die Schere schon eingesammelt? Hab ich schon, ja? Oh, true. Wo war die denn? Der, mir hat recht. Da war ich mal schnell. Die hab ich doch schon davor... Oh, ich kann mich erinnern. Das war im letzten Stream schon, ha? Okay, 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 gut. Gut, dann geh ich mal... Warte mal, ich bin mir nicht sicher, wo ich raus muss. Ich geh mal wieder hoch ins Haus und dann vorne rum. Richtung Kapelle. Und dann such ich mal das... das Kabel. Ich weiß nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, wo das sein soll jetzt. Wo ich hin muss. Das hat mich ja hier nach dem Scheideweg gefragt. Also nach der Entscheidung. Also muss ich... hier runter mal gucken vielleicht. Achso, ich hätte gleich zum Stall... Ne, ist auch egal. Hm. Hätte ich gleich hier rausgehen können. Achso, what? Die Frage... Also, wo muss ich das durchschneiden? Ich hab hier so eine Kiste gesehen irgendwie. Achso, ist das auf der Map? Achso. Ich vergesse immer, dass da was drauf eingezeichnet ist. Dann da wahrscheinlich doch hinterm Haus. Ich spiele so viele Spiele, ne? Die haben halt keine Karte und nix. Deswegen ist das manchmal so ein bisschen ungewohnt. Irgendwie Games zu zocken, die mitdenken. Verdammt nochmal. Ist es ein Horrorspiel? Ist es ein Psychological Horror Game, ja. Aber es hat nicht wirklich irgendwie groß... Es ist zumindest nicht drauf ausgelegt, so für Jumpscares und so. Ähm, es ist eher so die... düstere Story und das, was in diesen Flashbacks oder Zwischensequenzen halt irgendwie passiert in dem Falle. So. Jetzt bin ich hier direkt am... am Fahrrad. Also hier ist ein X. Bin mir nicht sicher, was es mir sagen will. Geh mal da runter. Hier unten. Sehr schön gestaltet. Zum Angeln, als ich klein war. Ich ging mit dem freundlichen Mann, der für meinen Vater arbeitete. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Vielleicht ist er auch in den Krieg gezogen. Ja, aber... Äh... Also... Wo muss ich denn... Sorry, ich stehe auf dem Schlauch, Alter. Oh, hier! Oh. Kann man übersehen. Ja, klar. Mach. Vielleicht ist die Grafik wieder bad. Äh, die... die FPS. Ich hab jetzt irgendeinen... an irgendeinen Schaltkasten gedacht oder so. Wow. Ja, und... Und nu? Ah. Den hätte ich jetzt nicht gesehen, Digga. führt in Richtung Haus und geht dann weiter. Also muss es der Richtige sein. Oh, Angst, ey. Ich meine, ich bin auf dem Holzmast, ne? Dukin? Nun muss ich nur noch zum Telegrafen, der sich in der Nähe der Stelle befindet. Ja, 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 ja. Vergiss nicht, die Stadt brennt. Ich weiß. Ich muss mich identifizieren. Metall leitet. Naja, aber wenn's nicht geerdet ist, ist das ja egal. Richtig? Ich geh... Ich geh hinten rum. FPS, wir kommen. Ne, es geht, es geht, es geht. Guck mal, wir chillen noch, wir chillen. Kann ich hier nicht runter? Ach, come on! Oh, Alter, ich hab mich ein bisschen erschrocken. Okay. Ich muss eh hinten lang, also... Ist eh auf der anderen Seite, von daher. Das mit dem Telegrafen wird gleich lustig. Ich freu mich schon. Ich freu mich drauf. Sorry, wenn ich ein Pilo bin, aber... Ist so ein bisschen Gewohnheit. Ne? Spielst du... Irgendwie nur 10 Minuten Games, die alle relativ simpel sind von den Mechaniken, ist es manchmal etwas... ungewohnt. Wenn es komplexer wird. So. Was ist mein... Hier ist ja... Moment. Ich hätte da jetzt meine... Aber ein Altglas reingeworfen, aber wie du meinst. Cool. Düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüd. Oh Gott, no! Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Was? Folge den Punkten oder Strichen, um die richtigen Buchstaben zu erhalten. Äh. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Es sind mindestens sieben Wörter. Okay, 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 Moment. Äh, die? Gibt es die? Die Stadt? Ah! Stadt brennt. Bestehen die auf das die, oder? Okay, Stadt brennt. Standort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Edelchen, Dankeschön für 10 Subs. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das ist super lieb von dir. Hm, also ich würde jetzt sagen, ich hatte doch gerade Standort. Ah! Boah, ich trigg durch, ne? Moment. Panzer ist richtig. Okay. Standort. Stadt brennt. Standort. Nee, letzte Worte entfernen. Hm, Panzer. Straße. Straße. Hinterm Haus, hinterm Haus, ne? Neben. Warte mal, hier steht neben. Gibt es vielleicht auch hinter. Aufbrechen, Karte, Mast positioniert. Erhalten, Bedarf, Straße finden. Geht vielleicht auch neben. Neben Haus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wörter. Positioniert. Ist das richtig? Ich habe keinen fucking Plan, Alter. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Oh, füge mal einfach am Ende over hinzu. Okay. Ah, over. Wo ist ein over? Ende. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Hä? Folge den Punkten oder Strichen, um den richtigen Buchstaben zu erhalten. Warte, ich kapiere, ich kapiere, ich kapiere es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was... Also, over ist... Kick auf die Wörter, die du zum Erstellen der Nachricht benötigst. Ja, ja. Es gibt zweimal Ende. Es gibt zweimal Ende. Ach, come on. Ach, das ist nicht euer Ernst. K, Digga. Nein, nein. Das kommt mir nicht eindeutig genug vor. Was? Ich muss die richtigen Worte finden. Der Panzer befindet sich auf der Straße nahe des Hauses. Start brennt. Panzerstraße neben Haus positioniert. Was ist... Soll ich dir noch eine Zitronen-Glisertorte hinterher schicken oder was? Was wollen die denn noch? Das ist nicht eindeutig genug. Was? Okay. Das ist ja voll doof, Alter. Aber wir sind uns sicher, es ist ein Panzer. Stand brennt, Panzer over. Panzer. Moment. Neben. Vielleicht doch nicht neben. Na? Haus? Positioniert. Was? Brennt. Nein, nein. Das kommt mir nicht eindeutig genug. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Inchen, vielen lieben Dank noch mal. Herz an dich. Oh mein Gott. Äh. Tja, keine Ahnung, Digga. Vielleicht noch Straße. Panzer. Ach, was weiß ich. Panzernahe Straße neben Haus. So? Positioniert. Ende. Ich glaube so, oder? Drücke kurz, um einen Punkt zu senden. Länger drücken und halten, um einen Strich zu senden. Oh mein Gott. Ich muss das so schicken? Oh mein Gott, ich muss das so schicken, um einen Punkt zu senden, um einen Punkt zu senden. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Okay, ich hab's. Eins, zwei, drei, Strich. Warten. Strich. Punkt. Strich. Punkt. Strich. Punkt. 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 Das ist schon wieder. Nein. Deine Mutter, Alter. Was? Ich muss mit der Länge des Tons umgehen. Oh nein. Noch ein Fehler. Ich muss mich mehr drauf einlassen. Ah. Punkt. Yippie. Easy. First Try, Leute. First Try. Ganz einfache Nummer für mich. Ist gar kein Ding, Alter. Ich hab ihn morgens in seiner Zeit erfunden. Oh, Marine. Oh, Alter. Warum muss ich das denn jetzt nochmal sehen? Oh, Mann. Oh, Mann. Und jetzt kommt ja komplizierte Zeile. Klicke auf die Wörter, um die entfangende Nachricht zu entschlüsseln. Nein. Ich möchte nicht. What the fuck? Ich bin dead by daylight, okay? Ich bin einfach nur dead by daylight. Ach so. Diese, diese, diese im Zusammenhang quasi. Also die drei Punkte sind eins. Und der zweite Buchstabe sind quasi nicht von da weiter, sondern von oben weiter. Und dann sind es quasi N. Weil SN geht. Right? Genau? Okay. Verstehe. Ich hoffe, ich blicke halt immer die Leerzeichen. Ich hab nichts gecheckt, aber solange erst kann, ist alles super. Das ist auch furchtbar schwierig, das zu erklären. Weil du blickst ja erstmal auf diese ganzen Sachen und weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst. Also zumindest, ich wusste das nicht. Ich komm übel krass durcheinander hier. Ich versteh's gar nicht. Ich versteh auch gar nicht, was das bedeuten soll. Ist das richtig? Erhalten, Bedarf, Abwehrend, Leitung, Karte aufbrechen, nahe Gebäude, neben Fluss. Und dann Ende. Sie haben mich darum gebeten, eine Karte der Verteidigungslinie zu finden. Junge, das kann man aber auch einfach... Es gibt eine im Arbeitszimmer meines Vaters. Das kann man aber auch so machen. Das hast du jetzt da rausgelesen? Warum machen die denn nicht die Wörter so, dass es irgendwie einen halbwegs vernünftigen Satz erkennt? Damit du überhaupt weißt, was du da laberst. Das macht's halt unnötig kompliziert. Aber okay, wir haben's. Also wir müssen hoch zur Karte. Meine Güte, Alter. Das ist aber fürchterlich, ey. Okay. Einmal hoch. Ich glaube, die war immer oben, right? Passiert eigentlich irgendwas, wenn ich die Zeitung nicht lese? Erkennt denn meine Mutter, dass ich nicht diejenige bin, für die ich mich ausgebe? Ah, okay. Ich mach mal ein Foto. Komm mal gucken. Da war's. Ach, jetzt ist es scharf, oder was? Das ist eindeutig. Das ist überhaupt 0% Pixelmatch vorhanden. Das war's. Hoffentlich wird das Bild deutlich. Ja, es wird mit Sicherheit extrem deutlich, Alter. Voll verschärft, sagen manche. Vergess immer, wo es zum Keller geht. Ich hab doch noch was anderes, glaube ich, zu entwickeln, oder? Hab ich das schon gemacht? Bin mir nicht sicher. Hältst du das auf YouTube hoch, wenn ich's fertig hab? So, da ist die Karte, da ist die... Ja, das andere hab ich schon entwickelt. Okay. So. Ist das Weltkrieg oder normaler Krieg? Es ist 1944 in dem Spiel. Der Druck sollte so in Ordnung sein. Das sieht vollkommen kacke aus. Man kann die Grenzelheiten deutlich erkennen. Auch, auch... Ja. Da ist 90% weiß auf dem Bild, aber... Ich bin einfach... Ich bin einfach doch super Partisan. Die hätten gar keine Chance ohne mich. Grün, vielen Dankeschön für 10 Subs. Vielen lieben Dank. Äh... N, Jero, Zero, Chris, Sargings, Ripper, Ubison, OneTap, Krümel, Dankeschön für eure Subs. Vielen lieben Dank. Super lieb von euch. Krümel, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Okay. Äh... Die Frage ist... Was machen wir jetzt damit? Also, bringen wir das denen jetzt hin, dann müssten? Ich gucke mal nach. Lass das Foto in der Nähe des Baches. Okay. Zeig mal her. Da unten? Okay. Dann gehe ich da mal hin. Boah, krass. Das Spiel nimmt... Es nimmt Wendung. Das hätte ich auf jeden Fall nicht für möglich gehalten. Komm ich da mit dem Fahrrad lang? Das ist einfach immer wieder eine Freude hier. Ich habe das Gefühl, zu Fuß bin ich schneller, Digga. Ah? Ah? Ah, nicht ganz, Alter. Ich gehe schon ein bisschen in den Turbo rein. Fahrstuhl muss ich hier einblenden. Sehr schön. Ah, stopp! Ich glaube, hier in der Brücke war es irgendwo. Ich muss hier lang. Also hier muss jetzt irgendwo so ein Steg sein, Alter. Ein schönes, saftiges... Oder hier so ein Häuschen? Laut Oma war das eine alte Windmühle. Und Oma hat nie gelogen. Sie ist schon ewig verlassen. Sie hat mir früher immer eine Gänsehaut bereitet. Hm. Klopf mal. Vielleicht ist sie noch da. Oh, oh. Also gut. Da kommt die Nieder. Das Foto ist jetzt da, wo sie es haben wollten. Das hat die alles aus diesem einem übelsten Kauderwelsch-Salat rausgelesen. Es ist sehr beeindruckend. Ich... Frag nicht weiter. Benutze den Telegrafen. Nein! Ich benutze nicht den Telegrafen, Mom! Ich gehe mich im Fluss ersaufen. Klingt nach mehr Spaß. Goddammit. Okay. Ich benutze den scheiß Telegrafen, Alter. Und dann ersaufe ich mich. Ich brauche ein bisschen, ist auch nicht mehr die Jüngste. Eine stramme 19 oder was. Keine Ahnung. Ei, 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 ei. Auf dem Neues? Ich habe keinen Bock. Da drauf. Jetzt weiß ich, warum das Spiel fünf Stunden lang ist. Digga. Die können auch einfach nachher mal nachgucken, ey, ob das schon da ist. Der Maul zünd ja. Das Geile ist, ich höre den Generator hier gar nicht, wenn ich da dran stehe. Oder? So. Ah ja. Leiser gedreht einfach. Ich habe das Foto an der gewünschten Stelle platziert. Also muss ich nur noch die richtigen Worte finden, um das zu kommunizieren. Oh, und natürlich muss ich mir das Codewort melden. Oh, und natürlich. Darf ich da noch nicht vergessen, meinen Kopf in den Bach zu tunken. Also, was haben sie gesagt? Stadt. brennt. Äh, Foto. Nahe. Fluss. Positioniert. Ende. Reicht das? Nein, nein. Das kommt mir nicht eindeutig genug vor. Ich muss die richtigen Worte finden. Wie warte man das? Das Foto der Karte ist in Position. Ach, Foto der Karte. Stimmt. Stadt. Brennt. Wait. Hast du? Ach so, der hat das nicht. Äh, okay, okay. Foto. Wo steht Karte? Karte. Nahe. Fluss. Positioniert. Over. Cool. Einfach entzückend, Alter. Vor allem, wer atmet denn hier eigentlich immer neben mir? Da steht Darth Vader, Alter. Hört ihr das? Dann macht man manchmal so. Ich weiß gar nicht, wer das kommt. Apropos Darth Vader. Ihr müsst hier noch in Batman gucken, Alter. Ich hab mich gewundert, dass der kein rotes Lichtschwert zieht in manchen Szenen. Das hätte echt gut dazu gepasst. Ich weiß auch nicht. Das hat ja irgendwie voll diesen Vibe. Bonk, bonk. Strich. Bonk. Bonk, bonk. Bonk, bonk. Strich. Bonk. Ah, ich raste aus. Jetzt antworten die noch 25.000 Mal. 1, 2, 3. Hm. Die auch immer sich das ausgedacht hat, Alter. Die Hölle möge über ihn her niederfahren. Hast du Spider-Man Homecoming geguckt? Yes. Magst du mehr stilles Wasser oder Mineral? Ich mag eigentlich eher mit Sprudel tatsächlich. So. Strichpunkt. Strich. Punkt. Fängt mit C an. Wahrscheinlich bestätige, oder? Punkt. Strich. Warte mal. CA? CA. Moment. Punkt. Strich. Punkt. R. C. C. A.R.M. Panzer. Aber hab ich eigentlich nicht ein Codewort irgendwie für die. Weiß gar nicht, wer mir hier schreibt. L. L. SF. Du cooler Typ. Mach weiter so. D. D. D einfach. Strich. Punkt. Wait. Punkt. Strich. Punkt. Punkt ist L. Panzer. Panzer Standort. Ende. Sie haben die Position des Panzers ermittelt. Ich sollte mit erhalten bestätigen, dass ich ihre Nachricht verstanden habe. Erhalten. Ende. Da bin ich beim letzten Mal so ausgerastet, Alter. Ich hab das nicht. Ich sollte mit erhalten. Hab ich nicht gehört. Ich hab bestätigen, Ende. Und dann hat das nicht funktioniert, Alter, weil die dumm sind. Hier im Kopf. Hier im kleinen Partisanenkopf. Ich sollte die fragen, ob sie Spiele auf dem Telegrafen haben. Ich wollte mich nur kurz bei dir bedanken, dass du immer für unsere Videos hochlädst. Kommt mir hier wieder vor. Keine Angst. Kommt das auch auf YouTube? Glaubst du, das wird irgendwer sehen? Wie fandest du Spider-Man Homecoming? Sehr heimelig. Strich. Ist das jetzt ein T? Oder was? Ist das ein Leerzeichen? I. 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 dir arm her worum geht es in dem game um punkte und striche und die punkte kommen immer vor striche in der rechnung muss dir merken du fängst hier unten an zu zählen und hast du die anzahl der buchstaben dividierst du durch halt die anzahl je nachdem welches wort das ergeben soll und hast dann im endeffekt die lösung des codes verstehst du ob du es verstehst finden waffen strich punkt punkt d i don't know who i am i don't know why i am her punkt all i know is that i must watch self finden waffen gebäude das müsste gebäude sein oder strich punkt ich versuche mich hier hart zu konzentraten es gibt nichts mit ep was punkt strich 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 punkt punkt 8 d d p a finden waffenverschreck punkt punkt s v smith v was könnte das sein strich punkt punkt b b wader b sc oder nahe wälder ok im wald ist ein waffenversteck in meinem wald in ordnung ich werde es suchen ich sollte erneut mit erhalten antworten antworten sollte mit einem nattbild antworten bin er jetzt wieder single haltet ich komme in die hölle egal Jetzt hört auf! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Dann bleib ich wieder im Baume stecken, Digga. Äh. Das ist grad so langweilig. Dann schalt doch aus, Alter. Mach Mathehausaufgaben. P. Strich, Strich, G. P, G gibt's aber nicht. Was ist das? Ach so, Punkt, Punkt. Nee, Z. P, Z. Gibt's P, Z? Platz. Platz, Bello. Punkt, Punkt, Punkt. Irgendwas mit B. Drei Buchstabe ist mit B. Platz. Nee, keine Ahnung. Strich, Punkt, B, N, D ist das. Punkt. Strich, Strich. Punkt, P. Und dann ein Punkt. Strich, Punkt, Punkt. B, L. Must. Ich, Punkt, Punkt. Irgendwas mit L. Zack, 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 zack. L, C. Wait, stimmt das? Strich, Punkt, Strich, Punkt, C. Das ist nur L, C, right? Licht. Punkt, Strich. Punkt, Punkt. L, C, ja. Okay. Und dann Strich, Punkt, Strich, Punkt, C. Irgendwas dreibuchstabiges mit C und... Zack, zack, zack. O am Ende. C, L, O. Ich weiß nicht, macht das Sinn, Alter? Was ich hier gerade schreibe? Wieder was mit C und zwei M's am Ende. Schloss in Kommunikation. Ich hab keine Ahnung. Und das ist AR. Das muss AR sein. In Ordnung. Also, nachdem ich dort gewesen bin, werde ich eine Flagge am Telefonmast in der Nähe des Hauses anbringen. Dann wissen sie, dass ich die Aufgabe erfüllt habe. Die interpretiert da einen ganzen Roman rein, Digga. Goethes Faust. Haben die wahrscheinlich mitgeschickt, ne? Ich speichere das jetzt ab. Mach das nicht nochmal. Speichere das. Sehr sexy. Cool. Ich werde eine Flagge in die Nähe des... Was mache ich jetzt am besten zuerst, ne? Waffenversteck? Warte mal, seltsame Notiz nähe. Waffenversteck. Finde das Waffenversteck. Lies die Zeitung. Ach, du kannst doch selber die Zeitung lesen, Digga. Die weiße Dame. Lies das Tagebuch. Was für ein Tagebuch eigentlich? Hm. Okay. Ich gehe jetzt erst in den Wald zum Waffenversteck. Kann ich da direkt hier auch lang gehen. Die will ja bitte nicht mit dem Drahtesel hier lang fahren. Man kennt sie ja. Unsportlich, das Mädel. Ich mache mir jetzt auch rote Nägel. Du wurdest geinfluenzt. Bedank dich später. So, mal schauen. Ach. Warte. Wir müssen da noch das... Das Richtige finden, ne? Moment. Das wird alles hier nicht so einfach sein, wie wir uns das denken. Komm. Ja. Hier ist ein mächtig fettes Rohr. Was ist das? Ein mächtig fettes Rohr. Das haben die da eben hingesetzt. Läuft wie geschmiert. Alter. Spann doch mal am Bizeps an, Mädel. Und wenn nicht? Der Schüsseldorf da. Mit offenem Haar. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Vielleicht auch nicht. Ganz egal. Ich liebe dich. Ja, keine Ahnung. Was suche ich denn jetzt, Freunde? Hilfe. Hilfe. Ich möchte da jetzt hier nicht unbedingt reingehen. Ich weiß nicht. Was sagt denn ihr? Hier ist irgendwie was. Oder bilde ich mir das ein? Andere Eingang. Andere Eingang. Wo bin ich jetzt? Oh, ich muss da weiter. Oh, ich muss da weiter. Ach so. Auf eine mysteriöse Art und Weise zeigt mir die Karte, wo ich hin soll. Wie komme ich denn da hin? Da führt aber kein Weg dran. Kann ich da einfach so lang latschen? Moment mal. Wir müssten vor der Brücke hier links weg. For real? Oder gibt es da einen anderen Weg hin? Zef, lädst du das Spiel auf YouTube hoch? Äh, ja. Wenn es fertig ist. So, hier ist die kleine Brücke, ne? Ja. Oh, da kann ich doch nie und nimmer lang. Oder im Fluss. Nee, die lassen mich nicht, Alter. Wait. Äh. Okay. Direkt so querfeldein irgendwie. Schiesel. Boah, ich... Jo, ich glaube, das wird irgendwie so nix. Weiß einer, wie man da hinkommt? Ich bin überfordert. Oh, warte mal, da ist ein Boot. Können wir das Boot benutzen? Wait. Ah. I see. Ja, sag doch Bescheid, Digga. Die hätten da einfach so... Hier, ich hab da am Steg ein Boot gesehen. Voll geil und so. Voll hier Motor und alles. Mega. Knatteradatt. Komm. Der hätte sich gar keine Fragen gestellt. Weißt du, ich lauf hier... Ich schneid mir die ganzen Zehen auf. Schienbeine. Schienbeine. Ich bin vorbeigefahren. Ich weiß nicht, dass Mama als Naka mir nie erlaubt hätte. Ah! Leute! Jetzt komm ich, Alter! Und wenn ich dich mit einer... ...übel fetten Bazooka da raussehe, dann bin ich aber enttäuscht. Fuck yeah! Ich hoffe, jetzt hör auf zu zaubern. Ich hoffe, ich komme auf der anderen Seite wieder raus. Das wäre entzückend. Wobei, ich will eigentlich noch mal ein bisschen Boot fahren. Aber ich darf bestimmt wieder nichts Schönes haben. Wird es jetzt gruselig? Leute, der Horror, er wird psychologisch. Passt auf! Die Moderatoren haben was gegen mich. Selbstgeheim, old lady, wenn du dich einfach irgendwie... ...wenn du einfach chillen würdest und dich normal verhalten würdest, dann... ...wär alles cool. Reflektiere dein Verhalten. Da war die ganze Zeit eine komplette Welt unter uns. Geil, Alter! Zwei Meter durch irgendwelche Gänge gelatscht. Und wir haben es all die Jahre nicht bemerkt! Schöne Fingernägel, danke! Und hier sollen jetzt Waffen versteckt sein, ja? Mein lieber Scholli. Die Frau ist 30 und... ...wundert sich, dass sich was aus ihrer Kindheit verändert hat. Ich glaube, 30 ist sie noch nicht, aber... Ja, I mean. Ähm... Was für ein Ort könnte das sein? Ich wusste gar nicht, dass er existiert. Ah, ich wusste so vieles nicht. Stopp dir das! Guck mal hier, Alter! Hätten das nicht Schaumküsse sein können? Würde ich mehr feiern. Willst du hier jetzt was mitnehmen, oder? Ey, hier gibt's übel viel Stuff. Ne, das interessiert dich nicht. Warum wolltest du denn dann hier hin? Hm. Oh, Alter! Was ist denn los mit den Lags, heute? What the f... Lass mich da jetzt durch! Raster aus! Kam ich von hier? Wah! Gräuliche? Gräulich ist doch kein Wort. Das sagt man doch nicht. Ich glaube, wenn Mama sie hier sehen könnte, würde sie sie sofort mit nach Hause nehmen. Woran die immer denkt, Alter. Sehr, sehr gräulich, ja. Ich glaube, das sagt man doch irgendwie anders, oder? Vielleicht sagen wir das auch immer falsch. Und die haben vorher irgendwie mal einen Duden gelesen. Das kann natürlich auch sein. Kommt ja häufig vor. Das muss ein Schlafsaal sein. Aber es ist niemand hier. Wer weiß warum. Was ist denn das? Ein Kameraskin? Haha! Okay! Okay, geil! Hahaha! Muss ich mir keine We-Bugs mehr kaufen. Oder Martha-Bugs, oder so. Die Hitze hier bringt mich um. Wir sind nun schon seit Tagen im Tunnel gefangen. Es scheint, dass das Kommando sich auf etwas Großes vorbereitet, aber sie sagen uns nicht was. Neulich gingen wir auf Patrouille und schossen versehentlich auf ein junges Mädchen. Ich glaube, es ist tot. Ich werde diese schwere Schuld für den Rest meines Lebens tragen. Ich liebe dich. Die Hoffnung, dich wiederzusehen, ist es, die mich durchhalten lässt. T. Geschossen auf ein junges Mädchen. Der Soldat, der auf mich geschossen hat. Ja, der meint nicht. Er glaubt, ich wäre tot. Das Spiel spielt 1944. Ich glaube... Wir alle leiden so sehr. Ich glaube, das ist nicht in Deutschland. Ich glaube, das ist in Italien. Also, ihr müsst jetzt nicht Swastiker sein. Ihr könnt ruhig ein Hakenkreuz sagen, weil das ist es ja. Also, ich meine, ein Hakenkreuz ist eine Swastika, aber ich meine... Das ist halt Teil dieser Geschichte. Ich werde sie hier an den Mast hängen, neben das Haus. Das sollte bestätigen, dass diese Tunnel hier sind. Du kannst es dir nicht irgendwie eine andere Fahne nehmen? Dann sollte eine Mission erledigt sein. Alter, ich bitte dich. Dein Schlüpper oder so. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ist es sich eine Pizza bestellen jetzt? Warum sollte das funktionieren? Oder hätte ich hier eher hingehen sollen? Ich weiß auch nicht. Schenk, danke dir für 1000 Bits, man. Vielen, vielen, vielen Dank. Cedric und Sven, dir auch. So, äh, OneBlueJason, Sven, danke schön für's Sub und Bits und alles. Vielen lieben Dank. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Äh, uff. Muss ich halt... Muss ich wieder komplett zurück, so? Ich komme doch jetzt nicht hierher wegen dieser Fahne. Das ist so bescheuert. Warum nehme ich mir nicht eine Gnarre mit? Ich meine, wozu würde ich die brauchen, aber... Schwierige Zeiten, ne? Ich komme jetzt halt auch echt nicht mehr aus diesem... Da raus, so. Also... Da vorne aus dem Vordereingang da? Oder Ausgang in dem Falle? Boah, das suckt ja. Guck mal hier. Backrooms 2... Nein, zurück, das war richtig. Aber, aber, aber... Oh, guck mal hier. Siehst du, sag ich doch. Als ob ich das nicht von der anderen Seite auch irgendwie gelöst gekriegt hätte, so zum Stock. Ich werde das Tor zuziehen, damit niemand merkt, dass jemand hier war. Zuziehen? Aber ich lasse es offen. Hä? Hä? Was zum... Was? Was? Hä? Das war ein Head-Scratcher. Wie jetzt? Wir gehen jetzt und denken nicht mehr über dieses Tor nach, wenn es dir recht ist. Ist gut. Ist okay. Ich meine, ich verstehe jetzt schon. Sie macht es nur irgendwie unmöglich kompliziert. Sei aber, Marc. Äh, danke schön für deinen Raid, Digga. Vielen lieben Dank, Alter. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream hier. Und für alle, die neu sind, führt euch herzlich willkommen, Alter. Ihr erlebt ja extrem langweilige Spiele. Einen übergeschnappten Content-Creator. Und auf jeden Fall, äh, definitiv nicht den Spaß eures Lebens. Ha! So, Moment. Und hilfst du bitte in die falsche Richtung. Ich habe es schon vor zwei Sekunden im Chat geschrieben. Aber du hörst mal wieder nicht zu. Mal so falsch war das gar nicht. Ich muss hier hin. Dahin! Habe ich schon gesagt. Die plus drei Sekunden auf dem Playtime waren es wert. Welcome, Raiders! Home sweet home, Alter. Nur das, der leicht metallische Geruch von Blut in der Luft, oder? Sind es doch die Kühe? Man weiß es nicht. Tönt ja, das war nicht persönlich gemein. So, pass mal auf. Habe ich irgendwas Geiles fotografiert da jetzt drin? Hätte ich das überhaupt können? Ich habe kein Symbol gefunden. Ich hänge jetzt diese Fahnen da an. Ich habe kein gutes Gewissen dabei. So, Augenblick. War das, war das hier? Soll ich das an, an den Mast hängen, oder? I don't know. Oder bin ich jetzt falsch? Ich hätte mal auf die Karte gucken sollen, warte mal. Ach ja, ich bin richtig gut. Die Vögel im Hintergrund sind beruhigend. Ja, bis wieder gleich irgendeine Sequenz kommt, wo jemand anderem das Gesicht abzieht. Aber bis dahin genießen wir die Stille und den Frieden. Und tun so, als wäre das eine sehr beschauliche und friedliche Welt. Ich habe alles getan, was sie von mir verlangt haben. Das war's. Ich hoffe, ich habe die richtige Wahl getroffen. Dann seht ihr mich, wie ich da oben eine Hakenkreuzwahl aufhänge. Also meinen Charakter, meine ich. Errungenschaft dreigestaltet, die Liebenden. Oder was stand da? Sie hat sie nicht ausgebreitet. Weißt du, es hätte halt auch einfach ein Schlüpper sein können. Oder, also, von mir aus auch rot. Ach, was weiß ich eigentlich. Ach, was weiß ich schon. Okay, was machen wir denn jetzt? Das Telefon. Ab sofort kannst du das Telefon mitnehmen. Cool. Soll ich mal Don Atilio anrufen? Der ist für das Begräbnis meiner Schwester. Äh, also, zuständig, ne? Die, äh... Fängt jetzt schon langsam an, so ein bisschen vor sich hin zu gammeln, wenn er mich fragt. Von meiner Beerdigung gibt es nur ein paar Unterschriften. Hätten die Leute gewusst, dass es sich tatsächlich um Martha handelt, wären es viel mehr gewesen. Es tut mir leid, dass ich dir auch das genommen habe. Äh. Cool. Hm. Wird es noch irgendwas anderes hier zu entdecken? Den Zettel? Habe ich den schon. Weiß gar nicht mehr. Gemeinde San Kachano. Ja, ja, ja. Nee, das habe ich schon. Ich glaube, da steht das halt drinne hier mit Don Atilio. Da habe ich, glaube ich, auch die Nummer her. Ich bin mir nicht sicher. Lies das Tagebuch. Aber ich weiß nicht wie. Vielleicht sollte ich mal die Zeitung von heute lesen. Eventuell geht dann irgendwie was mit meiner Familie weiter. Death Angel, danke dir, Mann. Warum nehmen die mich eigentlich nicht mit, Alter? Dass die mich nicht mal wecken oder so? DSF kleiner als drei. Versuchter Mord in La Romola. Digger, danke, Mann. Nach dem Mord an Julia Kach ist heute ihre Zwillingsschwester das Opfer eines weiteren Mordversuchs geworden. Der Zustand des jungen Mädchens, das von den deutschen Truppen gefunden wurde, bietet keinen Grund zu sorgen. Das ist heute Nacht erst passiert, ne? Das politische Motiv dahinter. Die haben mir voll die Brust weggeschossen. Und ich latsche hier rum durch den Wald. So war das nicht. Das ist alles falsch. Mama hat mich gefunden. Die deutschen Soldaten haben auf mich geschossen. Ich sage am besten gar nichts. Die Wahrheit glaubt sowieso niemand. Du tust auch so, als wärst du taubstumm. Just saying. Da ist jetzt kein Achtungszeichen mehr. Ich muss immer nur das, was mich interessiert, quasi lesen. Okay, die weiße Dame, eine seltsame Notiz. 6938. Sollte ich vielleicht mal anrufen? Wo war denn hier so ein Telefon? Hier. 6. 9. 3. 8. Warte mal, ist das überhaupt legit? Das sind taubstummende... Och, was ist üh eigentlich? Keine Ahnung. Donatilio, Digga. Ich hab Donatilio im Moment nichts zu sagen. Bevor ich mit ihm spreche, muss ich ein paar Dinge klarstellen. Weißt du, wenn ich das nicht vor... Bevor es geklingelt hätte, sagen können, Friedhof. Ich ruf mal auf den Friedhof an. Ey, yo, habt ihr noch Platz, Alter? Das sind heikle Zeiten. Kann man bei ihm was reservieren? Habt ihr noch einen Gutschein von Black Friday? Wer ist da? Vorgeben, Mutter zu sein. Hm, was... Also meine Mutter quasi. Oder vorgeben, jemand anderes zu sein. Jemand anderes. Hallo, hier ist Julia K., die Tochter von Erich K. Ja, und? Was zum Teufel wollen Sie von mir? Das war nicht der Deal. Das war nicht der fucking Deal, dass sie sagt, dass sie Julia K. ist. Ruhig bleiben. Entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur wissen, ob ich heute oder morgen vorbeikommen kann. Natürlich nicht. Zuchen Sie nicht mehr nach mir. Hören Sie auf, mich zu nerven. Er muss verrückt geworden sein. Ich glaub nicht eine Sekunde, dass Mama es zulassen würde, dass er sie so behandelt. Der reine Wahnsinn. Okay, okay. Doch, da stand nicht vorgeben jemand. Ach so, ich dachte... Sorry, das nicht habe ich nicht gesehen. Okay, okay, okay. Na gut. Ich dachte, das wäre irgendwie die safere Option. Na, dann ist natürlich die Frage, was ich jetzt eigentlich mache hier mit meinem Leben. Ähm, das Tagebuch. Die weiße Dame. Diese Quest ist noch offen. Nani hat mir ihre Geschichte immer vor dem Einschlafen erzählt. Könnte da etwas dran sein? Lies das Tagebuch. Welches ist mein Tagebuch, was in meiner Box ist, in meinem Schmuckkästchen? Was anderes? Kenn ich, glaub ich, nicht. Moment, wo haben wir das hier hinten? Zumindest ist es mir nicht bewusst. Moment. Moment. Das ist doch... Ist das meine Seite hier? Das ist an sich meine Seite. Aber da kann ich nicht rein. Oder habe ich das mit? Ich habe das mit, ne? Ne, das sind... Ach so, warte mal. Ich dachte, das wäre oben. Oh Gott, sechs ungelesene... Ach so, ich fühle mich hier an ein paar Menschen. Alles hat sich verändert. Na dann? Ich fühle mich hier an ein paar Menschen. Die besten Dinge an mir sind alle mit Martha gegangen. Mein Enthusiasmus, meine Lust am Leben und die Lust, Späße zu machen. Boah, Alter, das Bild hier. Ich bin allein, mir selbst überlassen, durcheinander, ohne Wünsche und Erwartungen. Ich spielte am See mit den Kameras herum, als ich einen Körper auf dem Wasser treiben sah. Ich weiß nicht mal mehr, was ich davor getan habe. Noch eine Gedächtnislücke. Julia, der leblose Körper war der von Martha, meiner Schwester. Mama rannte auf mich zu und nahm mich in den Arm. Sie hielt mich für Martha und die Tote für mich, Julia. Ich löste die Verwechslung nicht auf und jetzt ist es zu spät. Wenn sie herausfinden, dass ich alle belogen habe, ich will gar nicht daran denken. Ich fühle mich schrecklich schuldig, so zu tun, als wäre ich Martha. Und taub zu spielen. Ich habe das Foto für Marthas Rahmen gemacht. Ich weiß, dass es jetzt zu spät ist. Und ich habe einen unglaublichen Schmerz gefühlt, als ich das Bild dort platzierte. Hatte sie das schon viel früher lesen müssen. In diesem Moment habe ich mich für immer von ihr verabschiedet. Mir wurde klar, dass sie weg war und dass es kein Zurück mehr gab. Es gibt eine Sache, die ich für Martha tun muss. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Die Partisanen können sie nicht getötet haben. Das ist einfach nur lächerlich. Lapo ist mein Freund und er ist einer von ihnen. Er hat uns geliebt. Wir kennen sie alle, also ist es schlichtweg unmöglich. Könnte ja auch ein Unfall sein. 19. Juli. Ich habe die Kameras vom See eingesammelt und mir eingeredet, dass ich es war, die Martha verletzt hatte. Das war letzte Folge, glaube ich. So sehr, dass ich auf dem Heimweg und den Filmrollen im Gepäck noch einen schrecklichen Traum hatte. Ich kann mich nicht einmal darin erinnern, schlafen gegangen zu sein. Gleich nach dem Aufwachen habe ich den Film entwickelt. Die Fotos konnten bestätigen, dass meine Erinnerung an diese Nacht richtig war. Das war eine ganz schöne Erleichterung. Ich habe beschlossen, zurück zum See zu gehen, um zu versuchen, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich muss wissen, was mit Martha passiert ist. Also muss ich jeden möglichen Weg verfolgen, auch den des Wahnsinns. Jetzt weiß ich, wie ich die weiße Frau treffen kann. Nani hat mir alles erklärt. Ich muss versuchen, sie früh am Morgen zu treffen, wenn es neblig ist. Sonst war alles umsonst. So heißt es in der Legende. Das hier muss ich also tun. Erstens, ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem ich sie in Kontakt mit ihrem Liebhaber bringe. Um das zu tun, muss man laut Nani das Grab des Geliebten im Wald suchen. Oh no. Papa hat immer gesagt, dass Infrarotfotos etwas sichtbar machen, was das bloße Auge nicht sehen kann. Okay, den Gräbern, den ich gesehen habe, bestimmt. Daran wäre jetzt nichts Seltsames, wenn man bedenkt, dass ich doch versuche, einen zu kontaktieren. Verrückt. Dass sie das einfach so akzeptiert. Ein Teil von mir muss ihre Welt betreten. Eine Haarlocke sollte reichen. Ich brauche also eine Schere, um welche abzuschneiden. Ich habe die, mit der ich das Kabel durchgeschnitten habe. Ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Ich weiß noch nicht, was ich dafür tun muss. Hoffentlich fällt mir irgendwas ein, wenn ich es am wenigsten erwarte. Viertens. Um mit ihr zu kommunizieren, muss ich meine Tarotkarten benutzen. Alright. Ich werde die weiße Frau auf der Insel treffen, auf der ihr Geliebter hingerichtet wurde. Boah, dann... Da muss ich dann zurück zum, äh... Zum Boot. Alright. Dann weiß ich, was ich tun muss. Die Tarotkarten habe ich eingesammelt, bevor ich die Kameras geholt habe. Man kann... Man muss diese Quest hier also scheinbar nicht unbedingt... In dieser Reihenfolge erledigen. Also man kann erst andere Sachen machen. Das finde ich irgendwie cool. Vielleicht ist es derselbe Rabe, der den armen Spatz getötet hat. Also ist jedes Playthrough ein bisschen anders, würde ich sagen. Okay. Aufforderung. Meine Geliebte, mein persönliches Objekt, es muss neblig sein. Das ist unbedingt notwendig. Ja, es ist halt helllichter Sonnenschein am Tag. Das ist halt ein bisschen schwierig. Nani hat mir ihre Geschichte vor dem Einschlafen erzählt. Ähm, ich könnte... Ich hasse Mobbing. Doch es schien fast so, als wollte der Rabe den kleinen Vogel wieder zum Leben erwecken. Ich hasse Mobbing. Den habe ich doch zu Martha mit reingelegt. Das Vöglein, oder? Das habe ich ihr doch eigentlich hier auf die Brust gelegt, aufs Herz. Wo ist er denn da? Moment, 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 Moment. Wo fliegt er hin? Soll ich ihm folgen? Der will mir vielleicht irgendwas zeigen. Oh mein Gott, wartet mal. Das ist interessant. Zufällig genau die Wege, die ich lang gehen kann. Ein Schelm, wer Böses denkt. Oh, da ist was. Ist die Fahne runtergefallen? Hier sind andere Roterfetzen. Ein Kleid. Es ist aus dem selben Stoff wie der Fetzen, den ich neben dem See gefunden habe. Ja. Es ist sogar zerrissen. Neben dem Steg, ne? Es muss von Mutter sein. Ach du meine Güte. Oh, was geht denn jetzt? Ich hatte den Verdacht, dass Mama in den Mord an Martha verwickelt sein könnte. In diese Gedanken verloren vergingen Stunden und ich vergaß die Beerdigung völlig. Hä? Als ich merkte, dass es bereits Abend war, trugen sie den Sarg bereits zum Friedhof. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich genau. Es ist lebendig, ne? War sie es gewesen? Es fiel mir schwer, es zu glauben. Ich glaube, das ist zu einfach. Weil es gab alles einen Sinn. Am See muss sie gedacht haben, dass Martha ich sei. Denn sie war überzeugt, dass ich tot bin. Würde sie das machen, wenn sie ihre Kinder nicht auseinanderhalten kann? Das ist so dark, ey. Levy, bevita, wo war Dankeschön für eure Subs? Geschenke, Dankeschön. Levy, hast du nicht letztens erst gesuppt? The fuck? Okay, willst du das auch noch spielen, Levy? Ja, das ist klar. Musik deaktiviert. Ah, das ist Copyright. Ihr müsst euch jetzt, ich meine... Atmosphärische Musik hier einfügen. Was ist hier los? Oh. Julia? Bist du das? Nein. Das kann nicht sein. Jeix! Martha hat noch nie gespielt. Sie ist taub. Und doch... Nein. Das ist Wahnsinn. Mein Gott. Also ist Martha... Jetzt verstehe ich. Du kannst jetzt die ganze Aufmerksamkeit bekommen, oder? Oh oh. Du warst eifersüchtig, stimmt's? Weil sie ein wunderbares Mädchen war. Und du nur eine nutzlose, kleine Schlampe bist. Wie hast du's geschafft, sie zu überzeugen? Oh, jetzt verstehe ich es. Aber sie... Sie hat sich mit mir unterhalten. Ich... Ich... Nein. Das ergibt keinen Sinn. Ich werde dich in eine Anstalt einsperren lassen, hörst du? Das reicht! Du wirst für deine Taten bezahlen, du verfluchte Irre! Sie werden dich foltern, um die Monster in deinem Kopf zu entlarven! Was zum Teufel ist los? Äh... Oh Gott, also... Ihre Worte waren scharf wie Rasierklingen. So eine Mutter willst du haben. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich es nicht gewesen war. Hat der Vater vielleicht auch noch was zu sagen? Ich zeigte ihr die Fotos, die ich entwickelt hatte und die meine Unschuld bewiesen. Aber sie wurde nur noch wütender. ... nannte mich verrückt. Und dann... ... begann sie mich mit allem zu schlagen, was sie griffbereit hatte. Mother of the Year, what? Ich schloss die Augen, als die Dunkelheit in mir immer mehr Besitz zu ergreifen begann. Erinnerungen kamen zurück. Keine Erinnerungen an Ereignisse. ... sondern eher an Gefühle, die ich als Kind empfand. Sie waren unheimlich. Das waren die Ängste eines kleinen Mädchens. Das Gespräch mit der weißen Frau hatte mich noch mehr verwirrt. Aber wenigstens hatte ich jetzt diesen Schlüssel. Am Abend zuvor versuchte mein Vater verzweifelt, mich zu trösten. ... sprich mit mir, Julia. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte nur verstehen, was passiert ist. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Das ist übelst creepy. Hört mal auf. ... wenn wir die Machter verloren haben. Deine Mutter stand unter Schock. Oh ja, die Arme. Sie wollte dich bestimmt nicht verletzen. Nein, wollte die nie. Ach, der arme Vater, Alter. Neues Kapitel, die weiße Frau. Fünf Tage nach Martas Tod, sechs Uhr. Es ist nebelig. Ich muss das grapfen. Ich bin genau falsch abgebogen. Das einzige kleine Detail, was das Game von mir erwartet hat, war, dass ich mich hier dran erinnere, wie ich da hingelaufen bin. Aber ich weiß, ich bin da an diesen Grabmählern da vorbeigelatscht. Okay, cool. Ich weiß nicht, was ich zu finden hoffe. Aber was kann ich sonst tun? Wir werden hoffentlich sehen, ob sich unter einem dieser Gräber etwas verbirgt. Ich hoffe, dass der Infrarotfilm uns das zeigen wird. Macht ihr einfach, ne, hier mit ihrem Fancy-Scheiß. Okay. Ja, let's see. So, korrekt belichtet, unscharf und zu nah dran. Was? Äh. So? Motiv erfasst. Okay, cool. Cool, 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 cool. Noch fokussieren. Scharf. Die meinen mich, Chad. Und jetzt brauchen wir noch hier so ne geile... Ne, ein Rotfilter nicht hier. Infrarotfilm. Stativ auch. Also kann man auslösen, right? Warum chillt die da eigentlich, wenn es neblig ist? Also so mal... Also... Ich fach nur. Okay. Ähm. Die Schere meiner Mutter. Ja. Ne, ne, du schneidest dir damit jetzt ein Haar ab. Ich dachte, das war der Deal. Die hat doch gemeint, sie... Sie braucht irgendwie... Aber die Schere hab ich. Der Geist, der weiße Name libt im See. Nenni hat mir eine Geschichte von dem Einschlafen erzählt. Mein persönliches Objekt. Okay, ich muss... Ich muss da runter gehen. Zum... Zum Steg. Okay, vielleicht... Vielleicht dann dort. Ist okay. Passt schon. Komm ich da von hier aus hin? Ne. Am besten, ich geh wieder zurück diesen ganzen Weg. Wie heißt das Game? Äh, steht im Titel. Martha's Dead. Die schneidet ja auf der Insel ab. Ach so. Weißt du, ich denke immer irgendwie... Ich denke immer irgendwie so praktisch. Oder der Geliebte. Vielleicht geh ich zurück. Also ich würde das alles immer vorher erledigen. Aber... Ein geskriptetes Spiel funktioniert halt nicht so. Ich geh wieder zurück. Mach erst das. Und dann geh ich da runter. Weil ich muss da eh hin. Ich müsste dann wahrscheinlich auch das... Das Boot holen, ne. Ach. Wäre ich dann mal doch zurückgegangen. Shit. Ich muss da hinten hin nochmal. Ach. Wo war denn... Wo war denn nochmal der Eingang hier von dem Bunker? Ich glaub... War das... War das hier? Das war hier, ne. Kann ich das irgendwie markieren? Okay, ich weiß nicht, wo es ist. Es ist relativ easy zu finden auch. Von daher passt es schon. Komm, geh ich jetzt... Ich geh mal hoch hier. Es wird dann eine Weile nebelig bleiben, ha. Soll ich das Foto schon entwickeln, Leute? Pity, nur als Tipp. Mach alle Nebenaufgaben, falls du willst, so früh wie möglich, weil es irgendwann Point of No Return gibt. Äh, das ist okay. In irgendeiner Art und Weise wird sich ja aufgrund meiner Entscheidung die Story entwickeln. Und so entwickelt sie sich halt. Und ich sag mal so, das ist ja gedacht, dass du in gewisser Weise einen Überraschungsmoment hast. Oh, guck mal hier. Da chillt wer. Von daher ist das für mich okay. Ich bin jetzt niemand, der so auf so alle Endings mega scharf ist. Das passt dann für mich. Krass. Das interessiert mich jetzt aber. Moment. Okidoki, du wolltest nur erwähnen. Das ist super lieb von dir. Da ist das Grab, nach dem ich gesucht habe. Sieht aus wie so ein Mailmodel-Kalender, Digger. Die Frau in dieser Welt gefangen ist. Aber sie können sich nicht mehr treffen. Das Böse trennt sie. Oh, sie ist ein verkaterter Onkel. Ok. Das Böse trennt sie. Ach, komm. Das Böse. Nicht so laut, also sonst kommt mir eine Jungfrau an. Was? Seid ihr dumm? Warum ist denn hier zu? Ich wollte abkürzen und gehen. So ein Quatsch. Oh, jetzt muss ich da drum rum. Oh, nee, Alter. Was soll das denn? Ja, gut. Wie du meinst. Was sind die... Was sind die da jetzt? Warte mal, Geliebte. Moment. Ich komm da gar nicht mehr rein. Hä? Hä? Wait. Ach nee, warte mal. Hier, hier lang. Da drinne dann irgendwie, oder was? Ah, da komm ich nicht mehr. Ausgesperrt von Mutti? Well, shit. Ja, aber... Gibt es eine Möglichkeit, ins Haus zu kommen jetzt? Weil... Du kommst da nicht mehr rein? Na, aber da kann ich doch das Dings hier nicht machen, ne? Warum ist jetzt der Friedhof wieder markiert? Das Fahrrad? Hä? Was geht denn bei denen? Das verstehe ich jetzt ja gar nicht. Da war doch eben das am Haus eingekreist. Wahrscheinlich musste ich das entwickeln, oder? Ich glaub, darum ging's. Und dann häng ich vielleicht das Foto dahin, oder? Dann macht es Sinn. Das war auch wirklich strange gerade. Ausgraben! Oh, die bringt mich um, Alter! Nein, 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 nein. Ah, ha! Selbst besorgt hier ne Schaufel. Ich werde jetzt hier nicht zum Grabschänder. No! Nee, das geht, glaub ich, nicht gut, ey. Das ist eine Nummer zu heftig. Oh Gott! Nein, es geht wieder los! Jedes Mal. Das macht das immer mal hier, das Game. Ich frag dich, warum. Ich kann auch sowieso mal speichern hier. Okay, ich speichere mal. Und muss dann aber das Game nochmal neu laden, weil irgendwie... Ab und zu fängt es an, übelst rumzuhakeln hier in der Aufnahme. Verstehe ich nicht. Du gräbst ihn aus und ich grabe Martha aus, um mich einzugraben. Und dann setze ich die Konsequenzen meiner Mutter vor die Füße. So, ich glaube, jetzt geht's wieder. Sorry dafür, aber irgendwie ist das manchmal komisch. Ich hab das Gefühl, wenn man ein bestimmtes Areal oder eine bestimmte Sequenz betritt, lädt es die Grafikeinstellung nicht. Und dann kommt es nicht mehr damit klar. Boah, ey. Da! Smooth wie ein Babybobo. So. Also jetzt bin ich... Oh, warte, 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 warte. Du musst bestimmt da dran liegen, ha? Ja, hab ich mir gedacht. Oh. Vielleicht brauch ich auch keine Schaufel. Was zum... Vielleicht werd ich doch ein Grabschänder. Wenn ich das trage, sollte ich in der Lage sein, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Mit diesem Objekt sollte sie mich hören können. Davon bin ich überzeugt. Genau wie die weiße Frau ist aus ihr in dieser Welt gefangen. Und ich hätte... Aber sie können nicht mehr zueinander finden. Ich hätte diese Steine nicht jeden schon mitnehmen können... Wegnehmen können? Das Kleid, das ich an diesem verfluchten Tag in die Büsche geworfen habe. Es liegt schon ein paar Tage am See. Einer Welt, die sowohl meine als auch ihre ist. Das ist ja... Also... Verzeiht, aber irgendwie... Irgendwie trifft die manchmal ganz strange Entscheidungen. So, was so... Das alles irgendwie unnötig in die Länge zieht. Ich meine, ich hab nichts dagegen, man. Ist halt ein Videogame, ne? Aber... Ich geh einfach mal den Straighten-Weg quasi hier dann direkt runter. Aber jetzt sollte ich mich immer rechts halten. Aber wenn's friedlich ist, ist es halt auch wirklich sehr beruhigend hier. So in dem Game. Diese Horrorsequenzen, das ist eher so diese sehr düstere Story. Und mir gefällt halt, dass es trotzdem noch relativ weltlich ist. Also klar, ich meine, wir versuchen jetzt gerade den Geist zu beschwören. Ist halt ein bisschen lächerlich, was ich gerade gesagt habe. Aber ihr wisst, was ich meine. So außerhalb von dieser ganzen Sache zumindest. Au, wer hat mein Boot zurückgefahren? Hallo? Okay. Bisschen Quatsch, ne? Findest du nicht? Aber all right. Ich nehm's. Vielleicht kommt jedes Mal hier der Förster. Der stellt da immer wieder Neues hin. Nachher habe ich da hinten zwölf Dinger stehen. Hahaha. Hier ist mein Kleid. Hier ist es. Ich hoffe, dass es funktioniert. Cool. Mein Kleid. Das könnte das Element sein, das meine Welt mit der Welt der Weißen Frau verbindet. Ich dachte, warum solltest du das denn sonst nehmen? Fragezeichen. Also, manchmal ist es merkwürdig, wie gesagt. So, jetzt fahren wir zur Insel, beschwürmen die alle und dann bin ich hier sehr, sehr gespannt, was geschieht. Was ist da oben fliegen, Leute? Ich bin laut. Ich bin laut. Hallo? Was ist los? Ich bin laut. Hä? Ich kann da nicht hin. Warte mal. Ich fahr mal drum rum, irgendwie. Es ist wie ne unsichtbare Wand. Oh, come on. Da wäre doch ein prima Platz gewesen zum Anlegen. Okay. Okay, verstehe ich. Du machst es genau exakt so, wie du willst. Und wir sind alle zufrieden. Warum machen die den Steg nicht vorne hin? Egal. Wie ist einer der größten Dichter und Denker unserer Zeit? Formulierte. Was ist da für ein Licht? Ich fühle mich irgendwie beobachtet, Alter. So wie auf dem Präsentierteller hier. Der Legende zufolge ist das der Baum, an dem der Geliebte gehängt wurde. Ähm. Ja, ja. Und wir... Ach so, brauchen die Tarotkarten, ne? Warte mal. Wir brauchen erst vielleicht mal die Schere. Die Schere meiner Mutter. Ne, das macht sie nicht. Wie macht sie jetzt was? Mit den Karten? Um sie zu beschwören? Zufallsentscheidung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Was zum Teufel? Das Gericht. Das ist ja creepy. Gerechtigkeit. Geil, Alter. Ich komme nicht in den Knast. Am Ende werde ich erfolgreich sein. Ich werde genießen, was ich verdiene. Aber Unsicherheit und Widerstand gegen Veränderungen machen mir das Leben sehr schwer. Das ist cool. Cool, dass man das kann. Also bringt mir jetzt zwar nichts hierfür, nur... Und wieder ein Monat dabei. Viel Spaß mit dem Masati. Hast es dir verdient, kleiner als drei. Justin, danke, Mann. Da ist... Da... Wie so ein Droide. Eine Filmrolle. Es ist die, die ich aus der Kamera genommen habe, kurz bevor ich Martas Leiche entdeckt habe. Sie sollte Aufnahmen von vor diesem Zeitpunkt haben. Mit etwas will es keine der Aufnahmen den Moment von Martas Ermordung festgehalten. Dann werde ich endlich eine Antwort haben. Als ob die da jetzt dran denkt. Hallo? Ich werde sie so schnell wie möglich entwickeln. Aber jetzt ist es an der Zeit, mit der weißen Frau zu sprechen. Danke, Justin, was du zu schätzen, Mann. So, jetzt... Ja, die Kette. Legt sie an. Und dann noch die Haarsträhne, hä? Ich glaube, das kommt jetzt. Ich werde das Kreuz ihres Geliebten tragen, um sie anzulocken. Ja, haben wir ja verstanden. Hm. Muss ich hier bestimmt wieder... Ja, hab ich mir gedacht. Knack. Eine Haarlocke von mir, um in ihre Welt einzutreten. Ich werde die Tarotkarten benutzen, um mit ihr zu kommunizieren. Okay. Die ersten zehn werden wie bei Nani verwendet. Sobald zwei Karten ausgewählt wurden, sollte es losgehen. Ich muss jetzt per Zufall zwei anwählen, richtig? So. Okay. Zehn Stück. Du, wenn ich mir das Recht überlege. Du willst mit mir Kontakt aufnehmen, indem du die Energie der Symbole nutzt. Du nutzt meinen Schmerz, um mich zu rufen. Ich sage doch, dass das keine gute Idee ist. Du bist ganz schön mutig. Du rufst mich auf der Suche nach Wissen, das ich nicht besitze, nach Antworten, die ich nicht habe. Ich bin nur ein Gefäß, wie das Wasser, wie die Luft. Es wird ein Gefäß, um sich zu bewegen und zu atmen. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich mich für zwei Karten entscheiden. Los geht's. Ich würde das nicht unbedingt als Ja interpretieren alles, aber... Okay, welche soll ich nehmen? Die? Ja. Der Mond. Und die hier. Und noch ein kleines Dankeschön für deine tolle Arbeit. Ein Teil unserer Seele umfasst die Menschen, die wir lieben und wird dann von uns weggerissen, wenn diese Menschen verschwinden. Die Wunde ist tief und kann nicht geheilt werden. Der Glaube schwankt, der Tod macht Angst. Aber die Kirche bietet einen sicheren Ort. Sie ist die Mutter und das Zuhause für ihre Kinder. Der Glaube ist das Licht. Verliere es nicht, denn es wiederzufinden ist fast unmöglich. Ich habe ihn in der Trauer verloren und bin ohne Zeit in der Dunkelheit. Digger, ich würde dich auf WhatsApp sowas von auf 1,5 Geschwindigkeit stellen, wenn du mir mit sowas ankommst. Holy shit. Noch zwei? Ne, da quatscht die weiter. Die erwagen. Der Dom. Du hast keine Kontrolle über dich selbst. Es gibt eine dunkle Gestalt in dir. Die Wunden nähern sie. Sie tut dann Dinge, die du nicht willst. Sie wird deine Wünsche. Deine Schuldgefühle und die dunkelsten Teile deines Gewissens benutzen. Habe ich vielleicht meine Schwester ermordet? Das wäre irgendwie cringe. Der Hierophant? Die Tochter, das Haus, die Mutter. Die Tochter kommt aus dem Haus der Mutter. macht sich dann ein Zuhause und wird Mutter. Dieser Kreislauf ist durchbrochen. Um den Knoten zu lösen, suche nach dem Sohn. Er ist die Erbsünde, die sich in dir spiegelt. Vielleicht bin ich gar nicht schwanger. Der, der dir das Licht gegeben hat, möchte es zurückholen. Sondern Martha? Sie möchte die Kontrolle haben. Stück für Stück zerbröselt sie dein Leben. Du musst sie aufhalten. Wir erinnern uns an diese Notiz. Martha hat einen Brief an meine Mutter geschrieben, die die Mutter aber, glaube ich, nie gesehen hatte, wenn mich nicht alles täuscht, dass sie meint, dass ich als Julia schwanger wäre. Aber ich dementiere das. Ich bin wohl nicht schwanger. Aber ist sie es denn? Der Gehengte. Der Name. Alter, du bist ein übelster Sonnenschein. Der Trauer ist sehr subtil. Du bist allein und du wirst allein bleiben. Die Erinnerungen lassen dich im Stich. Sie sind deine einzigen wahren Gefährten. Jetzt nehmen sie den Platz deiner glücklichen Kindheit ein. Und sie können zurückkehren, um dir Gesellschaft zu leisten. Ich spüre, dass du wissen möchtest, wer es getan hat. Aber ich kenne die Antwort nicht. Du musst es selbst herausfinden. Oh, geil. Versuche niemals, durch die Vordertür einzutreten, wenn du das Herz erreichen möchtest. Deine Zwillingsschwester hat vielleicht die Antwort nach der Türen. Vielleicht ist die Frage, die ich eben gestellt habe, auch die richtige. Was ein geiles Gant. Und da lassen wir Spuren, nicht wahr? Alles ist unbestimmt, wenn man das Wesentliche der Dinge betrachtet. Danke, dass du mir mit deinen Videos immer durch schlechte Zeiten hilfst. Oh, oh. Jetzt muss ich bestimmt wieder einen Satz zusammensetzen, oder? Jetzt kommt wieder irgendwas mega abgespacedes. Sorry, Mom, dass ich zu spät zum Essen kam. Ich musste noch mit dem Wasser quatschen. Ob es mich weitergebracht hat, möchtest du wissen? Nun, ja. Sagen wir so, nee. Trixi, danke schön. Vertrau uns einmal in dir auch. Vielen lieben Dank. Für uns sofort. Dankeschön. Äh, au? Will aber raus. Boah, jetzt will ich es langsam wissen. Ich muss jetzt wahrscheinlich nochmal zu Marta gehen. Aber die haben sie ja jetzt doch weggetragen. Ist ein bisschen spät, ne? Hätte ich die Quest vielleicht doch gestern machen sollen? Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, wo ich nicht wieder unterwegs bin. Rechter Fälle, Dankeschön. Schon mal im Vorfeld. Oh, da leuchtet was? Na, warte. Oh, habe ich es gar nicht gesehen hier. Oh, sch- Sorry. Marty? Oh, hat er denn einen Schlüssel? Ich muss nur kurz gucken, ob sie Klamotten anhat. Warum ist das so grau alles? The fuck? Oh, das ist der Box für meine, für Marthas, äh, Schmuckkästchen. Einen Zettel und, was ist denn dieser, Schatum? Oder Dose? Ich vertraue diesem Brief, meine Geheimnisse an. Wenn du ihn liest, sind die Dinge so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Und ich bin nicht mehr an deiner Seite. Oh, oh. Zuallererst, ich bin nicht taub und war es auch nie. What? Mutter hat mir Angst gemacht, als wir klein waren. Also habe ich beschlossen, nicht mehr zu sprechen oder zuzuhören. Was? Es hat funktioniert. Tatsächlich begann Mutter mich zu lieben. Sie fanden auch eine wissenschaftliche Erklärung für meine Taubheit. Die neurologischen Schäden, die durch den übermäßigen Druck des Zwillings während der Schwangerschaft verursacht wurden, führten nach und nach zum Hörverlust. Und so wurde auch meine Entscheidung zu deiner Schuld. Also muss ich es wieder gut machen. Habe ich noch andere Geheimnisse? Leider ja, aber ein Brief ist für so etwas nicht geeignet. Da du jetzt weißt, dass ich sprechen kann, geh bitte in die Dunkelkammer. Ich habe eine Aufnahme versteckt. Höre sie dir an und du wirst meine Stimme hören. Lebe wohl, Martha. Warum dieser ganze Wahnsinn, Martha? Was hast du noch von mir geheim gehalten? Du hast mir mehr als 15 Jahre lang deine Stimme vorenthalten. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu hören. Gut, ihr seid Zwillinge. Wie denkst du, dass die klingt? Danke für den Teleport. Wow. Also, boah, ey. Interessant. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber... Junge, die haben echt... Also, ne, mit der Mutter, das ist halt echt alles ganz schön krass. Das ist nichts. Da ist was. Okay. Und das habe ich nicht gesehen? Puh. Zwillinge, die eine völlig andere Stimme haben. Ich weiß, dass das absurd ist, aber das bin ich und das ist meine Stimme. Aber doch nicht eineigige, oder? Wir sind auch in diesem Sinne gleich. Ich denke immer, eineigige Zwillinge haben schon so ziemlich die gleiche. Das habe ich mir gedacht. Wir haben miteinander geschlafen. Und ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. Ich hatte solche Angst, dich zu verletzen. Ich schäme mich so. Und jetzt? Wie kann ich dieses Kind jemals auf die Welt bringen? Geil, Martha. Das wird immer alles besser. Das Baby zeigt sich langsam. Hast du es gemerkt? Deshalb ziehe ich mich auch nicht mehr vor dir aus. Aber wie lange kann ich es noch verstecken? Du hast mich gestern gefragt, ob wir früh morgens zusammen an den See gehen. Du, die Schlafmütze. Früh am Morgen. Ich habe dich gebeten, mit mir das Bett zu tauschen. So wie wir es immer als kleine Mädchen gemacht haben. Ich bin in der Morgendämmerung aufgestanden. Und habe dich nicht aufgeweckt. Ich habe eines deiner Kleider angezogen. Oh, warte mal. Ich spiele jetzt Martha. Richtig? That's why. Okay, das hat ein kleines Weichen gedauert, bis ich das gerade gecheckt habe. Eines von Julias Kleidern. Okay. Das heißt, wir spielen das jetzt nochmal durch. Deswegen hat sie sich gerade am Bauch gehalten. Ich dachte, weil sie so geschockt ist. Ich habe eine Karte an Mama geschrieben, in der ich ihr mitteilte, dass du schwanger bist, nicht ich. Ja, habe ich gefunden. Und dass ich sie am See treffen möchte. Geile Nummer. Ich habe die Karte auf den Schreibtisch in ihrem Zimmer gelegt. Okay, das Zimmer ist hier. Äh. Ist es oben? Zumindest ist hier das Schlafzimmer, ja. Hier habe ich es auch gefunden, glaube ich. Dann überkam mich der Wunsch, mit dir zu sprechen. Und ich erinnerte mich an den Rekorder in der Dunkelkammer. Hat sie sich selbst getötet, um die Schwangerschaft zu verheimlichen? Glaube ich irgendwie nicht. Oh, ist das ein krasser Ofen, Alter. Ich glaube, wir werden das alles selber draus finden. Aber ich habe auch das Gefühl, irgendwas stimmt daran nicht. Ich werde allein zum See gehen. Mich wie du verhalten. Ich werde ihr alles sagen, wozu du nie den Mut hattest. Ich werde deine Stimme sein. Ich weiß, wie sehr sie dich über die Jahre hat leiden lassen. Im Gegensatz zu dir erinnere ich mich an all das Böse, das sie dir angetan hat. Und es ist meine Schuld. Schwester, nimm meinen Platz ein. Du wirst ein besseres Leben führen. Und ich werde in Frieden ruhen können. Weil ich weiß, dass ich zumindest versucht habe, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich gehe jetzt. Meine letzte Erinnerung wird die Vorstellung sein. Wie du friedlich schläfst. Das ist fucking insane, Alter. What the fuck? Aber die, also, boah. Aber das ändert doch nichts. Das ist doch dann trotzdem nur eine unglaublich egoistische Entscheidung. Das blicke ich irgendwie nicht. Die kackt mir auf den Kopf. So. Mit irgendwie allem, was sie tut. What? Hallo, Julia. Ich war verärgert. Unglaublich verärgert. Am 16. Juli, an diesem verfluchten Tag, hat Martha mich nicht aufgeweckt. Ja. Okay, warte mal. Und jetzt? Ist das jetzt, bin ich jetzt wieder ich? Martha war nicht da. Und wir wollten zusammen an den See gehen. Das war der Tag. Sie hat sogar ihr Bett gemacht, was ungewöhnlich war. Ich dachte, Mama wäre früh aufgestanden, trotz ihrer Medizin, und hatte sie gebeten, ihr bei etwas zu helfen. Okay, das war der Tag. Wir spielen den nach. Moment. Aus unserer Erinnerung, richtig? Ich bin aufgestanden. Martha ist schon zum See. Uff, jetzt wird's spannend. Ich muss mich noch anziehen. Right? Ich muss... Also, ich hab was an, aber nicht richtig. Es war spät. Martha hatte mich nicht aufgeweckt, obwohl es abgemacht war. Und ich hab wie immer verschlafen. Amin, so spät ist es ja noch nicht. Okay, aber was, was hab ich danach gemacht? Was hab ich als nächstes getan? In meinem Kleiderschrank fehlte ein Kleid. Ich beschloss, einfach rauszugehen und die Fotos selbst zu machen, ohne dass Martha dabei ist. Das ist übel verwirrend, weil das, das ist meine Seite. Hier bin, ich bin, ich bin, ich bin Julia. Das ist Martha. Wart mal ne fucking Sekunde. Wart mal ne Sekunde. Warum bin ich jetzt auf Marthas Seite aufgestanden? Bin ich jetzt immer noch, ist das der nächste Morgen, bin... Bin ich jetzt in Erinnerung oder bin ich im Jetzt? Sechzehnter. Wann ist sie gest... Ich muss in der Vergangenheit sein, weil es ist dann die richtige Uhrzeit. Warum bin ich auf Marthas Seite aufgewacht? Das hat mich jetzt nämlich so unglaublich verwirrt. Weil ich müsste ja hier geschlafen haben. Ich schlafe ja nicht in Marthas Bett. Okay. Ich bin grad... Ich bin grad übelst... geflasht so von dem, was passiert. Ich geh jetzt raus. Ich hab meine Tasche, ich hab Fotoapparat. Wir sind jetzt an diesem Tag. An dem Tag, als Martha gestorben ist. Wir gehen jetzt zum See. Es war ein nebliger Morgen, obwohl es nicht mehr dämmerte. Das war ein unheilvolles Zeichen. Wir machen die Fotos und dann sehen wir sie schwimmend auf dem See. Meine Mutter hatte ihre geliebte Martha mit ihren eigenen Händen getötet. Ich hatte damals ihren Platz eingenommen und ihre Zuneigung an mich gerissen. Das hätte sie mir nie verziehen. Ich hatte wirklich Grund, Angst zu haben. Das sagt sie jetzt einfach so. Weil sie das glaubt, ne? Nicht, weil's so ist. Ich suchte nach einer von Vaters Pistolen, um mich zu verteidigen. Was war ich doch für ein dummes, kleines Mädchen. Trotz allem musste diese Filmrolle noch entwickelt werden. Und wenn die Aufnahmen nicht beweisen würden, dass sie schuldig ist, müsste ich mich auch noch auf die Suche nach Beweisen für Marthas Schwangerschaft machen. Okay, Alter. Ähm. Okay, Moment mal. Warte mal. Eins nach dem anderen. Wir haben quasi gerade das durchgespielt, wie es an dem Tag gewesen ist. Ne, das ist klar. Martha ist gestorben. Wir haben sie am See dann gefunden. Und ich geh jetzt davon aus, meine Mutter hat sie umgebracht. Einheiten einer indischen Division überquerten auf einer breiten Front den Fluss Peser. Ja, 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 ja. Ist okay, ist okay, ist okay. Sorry, ich kann mich gerade nicht so mit... ...weltlichen Dingen auseinandersetzen. Noch ein Beileidstelegramm? Ist es nicht ein bisschen spät dafür? Okay. Ich muss Martha nochmal sehen. Die Neuseeländer erobern Tavernelle. Die Neuseeländer, also... Im östlichen Sektor der Schlachtfront erobern die Truppen der 2. Neuseeländischen Division britisches 13. Korps Tavernelle. Die 6. südafrikanische Kampfdivision stößt auf die Hügel bei Greve vor und erobert die Gipfel der Berge Domini und Fili. Die 4. Division erreicht San Giovanni. Errungenschaft der Stern. Ich lese trotzdem noch die Zeitung, obwohl alle wissen, dass ich Julia bin. Soll ich das Fahrrad nehmen? Moment, das Telefon. Entwickle das Foto. Sie haben Post. Postbote hat ein Telegramm und Briefkasten hinterlassen. Du solltest es dir mal ansehen. Sollte ich vielleicht. Wo ist denn der Briefkasten? Hier? Ne, das sind Lampen. Ist der am Haus dran oder... Ist der irgendwo außerhalb? Hier so am Eingang vom Grundstück? Ich weiß es leider nicht, sorry. Ich habe nie einen Briefkasten gesehen. Bist dran vorbeigelaufen an der Haustür? Achso, okay, okay. Hey. Es hätte ja auch sein können, dass... Dass der außerhalb steht, wisst ihr. Später, Girlie, Dankeschön. Am Haus dran? Wo denn? Nicht blind? Hier? Hä? Hälft mir mal. Ich weiß nicht wo. Ein kleiner Brunnen? Oder bin ich hier auf dem Weg dran vorbeigelaufen? An der Tür? Das hat sich halt so weit weg angehört, so. Ach, da! Fuck me. Liebe Frau Irene K. Meine Mutter. Nach ihrem Anruf haben wir ein Telegramm von Dr. D erhalten. Dr. D! So wurde ich auch früher genannt. Sobald die Polizeistation die Genehmigung erteilt, werden wir das Mädchen abholen lassen. Oh, scheiße. Die will mich einweisen lassen. In der Zwischenzeit bitten wir sie, dem Rat des behandelnden Arztes zu folgen, damit das Mädchen keine extremen Maßnahmen ergreift. Wie sie es befürchtet haben. Ich danke ihnen für ihre großzügige und wohltätige Spende an unsere Einrichtung. Direktor S. Die hat sie bestochen. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra. Telefon 0782. Da sollte ich mal anrufen. Jetzt wo sie alles rausgefunden hat, will sie mich in eine Anstalt einweisen. Hat sie ja gesagt. Macht sie wirklich, ja. Oder vielleicht noch schlimmer. Sie möchte mich töten und alle glauben lassen, dass es Selbstmord war. Aber sie bereitet alles minutiös vor. Was haben wir hier? Gemeinde San Casciano. Provinz Florenz. Ist okay, ist okay. Äh, 07. Ach, warum steht das nicht da? Okay. Telefon. Warte mal, Friedhof. Anstalt 0782. 0782. Ach, da steht es doch. Ich dachte, das wird untereinander geschrieben. Sorry. 0 7 8 2. Sag ich jetzt da? Ich will nicht? Oder? Kein Plan. Bin gespannt. Die Rolle muss entwickelt werden, weiß ich. Eins nach dem anderen. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra. Wie kann ich helfen? Jo, ich hab keinen Bock, Digga. Informationen verlangen. Hallo. Wir haben vor kurzem die Aufnahme von Julia K. beantragt. Ich wollte nur wissen, ob es möglich ist, die Anfrage zu widerrufen. Nee. Es tut mir leid, aber die Anfrage wurde von der Gemeinde gestellt, in der sie wohnt, gnädige Frau. Ein eventueller Widerruf der Anfrage muss von dort kommen. Nur Sie können entscheiden, ob Sie der Rücknahme zustimmen oder nicht. Haben Sie schon das Telegramm erhalten, das bestätigt, dass wir die Anfrage angenommen haben? Also muss ich im Rathaus anrufen. Ich lüge. Nein, ich hab kein Telegramm erhalten. Dann müssen Sie sich beeilen. Wenn Sie zum Rathaus gehen und das Problem mit Ihnen besprechen, können Sie die Aufhebung genehmigen. Danke. Auf Wiederhören, gnädige Frau. Okay. Rathaus anrufen. Äh, 6922. Wat ein Stress. Digga, ich bin voll die Mutter, Alter. Hier, die Irene. Ich will das doch nicht alles. Hallo, Sie sind mit dem Empfang des Rathauses von San Casciano verbunden. Wen möchten Sie sprechen? Bürgermeister, Frage zur Aufnahme stellen. Bürgermeister? Ich würde gerne dringend mit dem Bürgermeister sprechen. Darf ich fragen, wer am Apparat ist? Vorgeben, Mutter zu sein. Ich bin Irene K., die Frau von General Erich K. Oh, oh. Bitte bleiben Sie am Apparat, gnädige Frau. Ja, hallo. Pff. Der Bürgermeister, Digga. Du erhut 20 Monate. Informationen bezüglich eines Aufnahmeantrags meiner Tochter Julia K. im Krankenhaus Volterra. Ja, gnädige Frau. Das Krankenhaus hat vor kurzem bestätigt, dass es für die Aufnahme eigenes Personal zu Ihnen nach Hause schicken wird. Boah, Alter. Die Angelegenheit liegt nun nicht mehr in unserer Hand. No. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Aber, ähm. Was ist denn mit den anderen Nummern da? Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Kreter Code. Spiele für Neff. Warte mal, Doktor. Eigenes Personal. Die Anstalten. Soll ich die nochmal anrufen? Macht das dann irgendwas anderes? Mit den Infos, die ich hab? Ich weiß es nicht. Ich probier's einfach mal. Das interessiert mich jetzt. Das ist eine übelst coole Interaktion hier. Ich hab die Nummer bereits angerufen. Wozu sollte ich nochmal dort anrufen? Du bist so doof, Alter. Da klinge ich jetzt die ganzen Nummern da durch. Don Atilio, Alter. Doktor. 6-5-9-5, ha? Ich muss die falsche Nummer haben. Hä? Ach, 3 ist das. Oh mein Gott, das kann man echt schlecht lesen. 6-5-9-3. Komm. Jo, Senpai, Dankeschön, Mann. La Romula Arztpraxis, wie kann ich helfen? Ja, ich weiß auch nicht, Alter. Hallo, hier ist Irene K. Warten Sie bitte einen Moment. Doktor, es ist diese seltsame Mädchen, die Tochter von Irene. Doktor, es ist diese seltsame Mädchen, die Tochter von Irene. Hallo, Julia? Ja, ich bin es, Doktor. Ich bin es, Julia. Der weiß, Alter. Entschuldigen Sie, dass ich... Keine Sorge, Julia. Sie müssen sich nicht schämen. Wie geht es Ihnen? Haben Sie Schmerzen in der Brust? Es geht mir nicht gut, Doktor. Aber nicht wegen meiner Brust. Sie machen eine schwere Zeit durch, Julia. Aber bitte machen Sie sich keine Sorgen. Es wird bald jemand vorbeikommen, um Ihnen zu helfen. Fuck! Ach! Ich will aber nicht, dass jemand vorbeikommt, Mann. Wie halte ich das auf? Kann ich das irgendwie aufhalten? Ich weiß nicht, warum ich da oben anrufe. 978. Ich weiß nicht mal, was das war. Oh. Gar keine Sprachausgabe? Information. Hallo. Ich hatte gehofft zu erfahren, ob es bei den Ermittlungen zum Mord an Julia K. irgendwelche Fortschritte gibt. Warten Sie, wer ist das? Mutter. Ich bin Irene K., die Mutter von Julia K. Verzeihen Sie, ich habe Ihre Stimme nicht erkannt. Leider habe ich keine bedeutenden Neuigkeiten. Wir verfolgen einige Verdächtige. Ach ja, wen denn? Von denen wir annehmen, dass sie mit dem Jungen zusammen waren, der in den Wäldern vor ihrem Haus getötet wurde. Oh, okay. Sie scheinen noch etwas anderes zu planen. Vermutlich fragen sie lieber ihren Garten. Danke. Auf Wiederhören. Ich könnte, ähm... Wen habe ich nicht angerufen? Don Atilio, ne? Aber den brauche ich doch nicht. Aber der Brief, diese Sterbeurkunde, die lag noch hier. Ich will nur alle Möglichkeiten ausprobieren, Leute. Ich weiß, könnt ihr jetzt auch einfach weitermachen, aber... Ich will gerne irgendwie so viel vom Spiel mitkriegen, wie es geht. Ja, hallo? Hier ist Don Atilio. Um Hilfe bitten. Kannst du mir helfen, Vater? Hier ist Julia K. Sie wissen, was passiert ist, oder? Ich weiß alles, Julia. Jetzt beruhige dich. Du kannst mit mir reden, wann immer du willst. Komm und triff mich in der Kirche in der Stadt. Na toll, ey. Das Stoffgeschäft noch? Aber... Ja, ich weiß nicht, wie das sinnvoll ist. Also, könnte ich probieren. Aber ich weiß nicht, wer da jetzt sein soll. Keine Ahnung mehr, was das für einen Zusammenhang hat. Bürgermeister habe ich schon angerufen, eben. Der meint ja, er kann nichts mehr machen, wegen meiner Einweisung. Wo hat sie das? Stoff bestellen. Informationen fördern. Schönen, rot-schwarzen Stoff bei Ihnen gekauft hat, wie ich annehme. Es tut mir leid, gnädige Frau. Aber ich kann Ihnen diese Art von Informationen nicht geben. Wissen Sie, Irene ist eine Treuheit. Das wäre... Das wäre ein Anruf, den ich hätte... Den ich hätte vorher schon machen können, wegen der Beweislast gegen die Mutter. Ich frage nur, weil ich von mir selbst ein paar Meter davon bestellen wollte, ohne dass Irene das Gefühl hat, dass sie etwas von ihrem Stoff für mich opfern muss. Es tut mir leid, Frau Anna. Aber leider haben wir diesen Stoff nicht mehr. Wir haben schon für Irene mehr bestellt. Es tut mir leid. Okay, 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 okay. Dann also auf zur... Ich könnte doch das Tagebuch lesen. Ich würde aber erst mal... Ich würde dann vielleicht doch erst mal den Film entwickeln, ne? Die Rolle. Oh. Das ist die Mutter? Jetzt in die Dunkelkammer? Nicht, wenn sie in der Nähe ist. Ich muss mich so weit wie möglich von ihr fernhalten. Shit! Ich könnte stattdessen auf den Friedhof gehen, um herauszufinden, ob Martha tatsächlich schwanger war. Auf den Friedhof, Alter? Okay. Ziel aktualisiert. Warte mal. Wo muss ich da hin? Gibt es das hier irgendwo? Oh, da unten? Bin mir nicht sicher. Kann ich irgendwie nicht mehr hochscrollen? Hallo? Muss ich mit dem Fahrrad vielleicht da runterfahren? Kann das sein? Guck nochmal. Donatilio habe ich ja eigentlich angerufen. Die haben Posten, setze ich mal Notiz. Gehe zum Friedhof. Wenn ich das auswähle... Wahrscheinlich... Er sagt ja auf jeden Fall, ich soll das Fahrrad nehmen und dann mal gucken. Und wo dann hin? Nee, darunter nicht. Aber wo soll ich denn dann hin? Ach, da. Das Fahrrad? Da soll ich hinfahren? Die wollte da immer nicht langfahren, ey. Ich kann da nicht runter. Lauf! Ja, ich kann da nicht runter. Das Fahrrad zackt auch wie Sau. Oh, ich kann hier nicht... Ich kann nicht absteigen. Oh, come on. Oh! Kann ich absteigen. Geht nicht. Doch jetzt. Puh! Nach unten, wie du gedacht hast. Also, ja... Ihr macht jetzt aber gerade widersprüchliche Aussagen. Also, ist das... Ist das hier der Friedhof? Ich weiß nicht, was das ist. Ich war da noch nie. Ich gehe da einfach mal gucken. Also, der Friedhof war ganz unten das Große. Okay, okay. Dann fahre ich da jetzt einfach mal hin. Weil in den Wald kann ich nicht mit dem Rad, aber die Strecke kann ich, glaube ich. Das würde auch Sinn machen, warum der mir das mit dem Fahrrad hier gezeigt hat. Als Aufgabe. Oder Markierung auf der Karte. Die Gruft ist auch so ein... Gruseliges Wort, ey. Puh! Niemand kam weiter als die ersten beiden Stufen. Jetzt ist Martha da unten. Allein. Im Dunkeln. Sie muss schreckliche Angst haben. Puh! Okay, komme ich da rein, ja. Ich höre was. Flüstern. Die Gruft ist hier. Oh Gott. Nicht jetzt. Was? Ich will das klauen, Alter. Ich will das dieben. Ich will das dieben. Ich will das mal, dass der Verwalter nicht in der Nähe ist. Der Mann macht mir eine Gänsehaut. Gloria F. Was haben wir hier? Lapo. Oh. Ich sollte die Pflanzen gießen. Niemand sonst wird es tun. Der Friedhofsverwalter jedenfalls nicht, wie es aussieht. Ich bräuchte da noch irgendwie die Zange. Warte mal, da ist auch noch irgendwie was. Ist das eine Gießkanne zufällig? Ja, das ist eine Gießkanne. Alright. Ich weiß zwar nicht, warum ich das mache, aber... Das hat so eine kleine Nebenquest. Mal schauen. Mit der vollen Kanne werde ich nun die Pflanzen gießen. Wow. Ja, macht mir ja echt nichts vor, ey. Das ist eine Gruft. Ja, so eine Grabkammer halt. Laapu. Wenn du vor mir stehen würdest, was würde ich zu dir sagen? Dass ich wütend bin, weil du mit Martha geschlafen hast? Nein. Ich bin nicht wütend. Es tut mir leid, dass du das alles von mir verheimlicht hast. Es schmerzt vielleicht ein wenig, aber angesichts deines Todes ist jetzt alles bedeutungslos. Ja, nachvollziehbar. Ich bin froh, dass man dich hier beerdigt hat. Wir werden Nachbarn sein. Ich wusste, dass es Papa erlauben würde, auch wenn du mit den Partisanen gekämpft hast. Für ihn ist dieser Krieg fremd. Genauso wie für mich. Auf Wiedersehen, Laapu. Wir werden uns bald wiedersehen. Boah, Alter. Na? Wo geht's wieder? Oh Gott. Ne, jetzt geht's. Jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Ähm. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau ich dahin. Aber ich muss da rein. Vielleicht kann ich hier etwas finden, um das Schloss zu machen. Ich hasse, ich hasse das, wenn Spiele das machen. Ich find das so dumm. Ich find das so doof. Dass die Dinge präsentiert. Dann leg doch diese, diese Zange. Oh, Alter. Jetzt geht's wieder los. Seht ihr? Das ist ganz komisch. Ich hasse das, wenn dir das Spiel irgendwas präsentiert und du darfst es noch nicht nehmen, weil du später erst herausfindest, wofür du das brauchst. Ich sollte mich beeilen, bevor der Hauswart zurückkommt. Stupid. Ich speichere jetzt hier mal und muss dann, muss dann nochmal kurz starten, weil irgendwie gerade wieder die Grafik ausrastet oder so. Okay. Komm. Yo, Shisha, Björn, du hast ja einiges zu tun, auf jeden Fall. Tricks die Dankschiffe zwei Euro. Mit den Fingernägeln ist, weil Lena doch eine Kosmetika-Ausbildung macht und bei mir was geübt hat. Und ich dachte, das ist einfach witzig, das einfach so zu lassen, ne. Da. Okay. Ich glaube, alles wieder gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, ne, ich brech jetzt in die Familiengruft ein, mach den Sarg meiner Schwester aus und tatsche ihrem Bauch rum. Das ist übel abgefahren, Mann. Ja, aber nachvollziehbar. Halbblut, Digga. Eine italienische Familie, die es sich mit den dreckigen Deutschen bequem gemacht hat. Mistkerle, genau das sind sie. Was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Ich will es beenden, aber nicht ohne ein paar Deutsche mit in den Abgrund zu reißen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet von mir hören. Es lebe der Widerstand. Viva Italia. Alberto, Digga, hat eine Mission. Oh, das ist noch ein Skin. Verdammt nochmal. Hier ist gar nicht der Eingang zu der Gruft. Was interessieren mich eigentlich Kameraskins? Äh, ich bin mir echt nicht sicher, wo ich rein muss. Oh, hier. Oh, wo die Blumen stehen. Die Familiengruft ist verschlossen. Der Schlüssel muss wie sonst auch an der Verwalterhütte sein. Junge, was hat die gegen Deutsche? Äh, Kiwi, Kure, kriegst du irgendwie was mit oder so? Erstens mal hat die gerade einen Brief vorgelesen, Zweiter Weltkrieg. Und niemand hat was gegen Deutsche gesagt, sondern ein Widerstandskämpfer in Italien hat was gegen Nazis gesagt, die irgendwie seine Verwandten von ihm umgebracht haben. Also, kriegst du es mit? Aber wo ist die Verwaltung? Wo habe ich das hier übersehen? Das ist einfach nur ein kleines... Oh, ach, hier. Ah. Ich finde, das braucht das Spiel noch alternative Outfits und E-Votes für Julia. Naja, ist ja prinzipiell... Ich weiß, es ist halt auch einfach nur ein Sammelding, ne? Aber halt... Wie oft habe ich jetzt wirklich die Kamera benutzt? Viermal? Und wenn, dann sehe ich es ja nur so. Wie kann man das überhaupt machen? Warte mal. Wie kann man das... Also wie, wenn ich das jetzt ausrüsten wollen würde? Wie mache ich das? Ich wüsste es nicht. Ist auch egal. Ich gehe jetzt rein. Hast du dem Game High Priority im Task Manager gegeben? Äh, ich glaube, dass... Das Problem ist, dass das Spiel ab und zu in bestimmten Szenen diese Einstellung neu lädt und dann irgendwie nicht übernimmt. Ich glaube, dass das ein Fehler ist, weil wenn man es neu startet, dann geht es ja wieder. Ich glaube, das hat nichts mit der Task Priorisierung zu tun. Ich kann verstehen, warum wir als Kinder Angst hatten. Es ist ein ziemlich düsterer Ort. Wenn man von den Kerzen absieht. Ich glaube, da hinten liegt sie, ja? Uff, Alter, mit den Hakenkreuzfahnen so. Also kann man nicht mal irgendwie im Angesicht des Todes sowas mal sein lassen? Was hatte denn vor allem sie denn... Also... Naja. Dem Vater ist das doch auch alles unangenehm. Uff, ey. Mach ich das jetzt wirklich hier, ey? Ja, komm. Oh, wie willst du denn das wieder drauf machen? Möge Gott mir vergeben für das, was ich jetzt tun werde. Ich bete auch, dass du, Martha, mir verzeihen wirst. Mh. Du, der Bauch. Aber, also... Oh, nein, Digger, nein! Mach die einfach, ne? Vor allem ich muss das machen Die ganze Zeit Das ist übelst abgefuckt, Mann Es war die Wahrheit Martha war schwanger Schwanger mit einem deformierten Fötus mit zwei Köpfen Schon wieder Zwillinge Es hieß immer, dass es in der Familie liegt Ein Schock folgte dem nächsten Ich tat Dinge, die ich noch nie zuvor getan hatte Ich weiß nicht, welche Kraft mich antrieb Ich wurde unaufhaltsam Ich beschloss, den Horror als Beweis zu fotografieren Um ihn meiner Mutter und allen anderen zu zeigen Ich beschloss, das zu fotografieren Das hat jetzt eine Weile gedauert Bis das bei mir angekommen ist Ach du liebe Zeit Oh mein Gott Why? Yo Damn Also sie willst du auch nicht als Feind haben Die zieht es durch Es reicht jetzt Ich werde dich nicht länger quälen Ich werde zurückkommen, um dir zu helfen Und ich werde bleiben Und mich um dich kümmern Wir werden viel Zeit miteinander verbringen Ich liebe dich, Martha Jetzt reicht es Jetzt Reicht es Jetzt Vorher nicht Mach ich das wieder zu? Irgendwer will hier, muss mal die Kerzen wegräumen Neu anzünden Oder die Pflanzen Wenn der Hausmeister hier reinkommt Der Ah, Familie K Nachvollziehbar Gott, verdammt nochmal Wo kam ich denn her? Oh, hier Oh nein, 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 nein Wir sprechen jetzt über meine Einweisung Dass sie nichts gesund machen wird So allmählich Ich glaube, die Hoffnung ist längst verloren So allmählich verstehe ich das Aber in Deutschland gibt es bessere Behandlungen Mit Julia etwas nicht in Ordnung ist Kliniken Die Anstalt ist eine vorübergehende Lösung Nur um sicherzustellen, dass sie nichts Dummes anstellt Aber sie ist ein furchtbarer Ort Das wissen sie nur zu gut Das können sie unmöglich für ihre Tochter wollen Natürlich nicht Aber was kann ich tun? Sie ist eine Bedrohung für sich selbst Für uns Für alle Eine von Erichs Pistolen ist ebenfalls verschwunden Sie muss sie genommen haben Wer hätte es sonst sein können? Ich habe solche Angst, Doktor Ich kann nicht länger warten Außerdem wissen sie, was man in Deutschland über Italiener denkt, oder? Alter, was ist mit der Treppe? ... mit Erich zusammen sein Einem geschätzten General Jeder wird sie respektieren Oh, ich glaube automatisch Der Mädchen Wo könnte sie stecken? Hoffen wir mal, dass sie keine weiteren Dummheiten anstellt Ich werde hier im Keller auf sie warten Früher oder später wird sie in die Dunkelkammer gehen Das ist sicher Ich würde gerne bleiben und ein Auge auf sie werfen Aber ich muss in die Stadt, um die letzten Dinge für ihren Krankenhausaufenthalt zu organisieren Danke, Doktor Und keine Sorge, wir werden uns später sehen Okay, der wartet tatsächlich auf mich Ähm, hallo? Oh no Wenn die Mutter doch weiß, dass ich die Pistole mit hab, ne? Ich lese das mal noch kurz Natürlich ist das ein Horror-Game Die Grenze zwischen Realität und Traum wird für mich immer undeutlicher Ich dachte viel über ihre Worte nach Aber sie haben meine Vermutungen nicht bestätigt Sie gingen mir nicht mehr aus dem Kopf Vielleicht werde ich ja alles verstehen, wenn die Zeit gekommen ist Ich habe viel über ihre Worte nachgedacht Aber sie brachten keine Klarheit in Bezug auf meine Vermutungen Sie klingelten immer wieder in meinem Kopf Vielleicht werde ich es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass es Mama war, die Martha getötet hat Als sie dachte, dass sie ich wäre Weil, ja, sie das Kleid anhatte von mir Vor allem hat mir das alles als unmöglich erscheinen müssen Aber dann Ich muss nur den Beweis finden Damit sie für das, was sie getan hat, büßen kann Warum Warum Aber hat Warum hat Martha dann geschrieben Wenn du das hier liest, dann bin ich nicht mehr da Es ist so, wie als ob sie das geplant hätte Aber warum Hätte sie Denken können Die Mutter, die mich jetzt liebt Für die ich sozusagen Sie ist aus Schmerz, aus Leid Hat sie so getan, als wäre sie taub Und als würde sie nicht mehr sprechen Oder hat nicht mehr gesprochen Und dann hat sie von der Mutter irgendwie Liebe erfahren Oder Zuneigung Warum ausgerechnet hat sie an dem Tag gedacht Ja, die bringt mich um Irgendwas stimmt doch da nicht Die Dienstwaffe meines Vaters Ich sag's nur Ich lass das so im Raum bestehen Sie schläft Das muss ich ausnutzen Was? Natürlich Was? Ich glaube, ich bin vollkommen durchgedreht Sie war's nicht Ich glaube, sie war's nicht Kann ich zumachen? Nicht? Ich muss doch zumachen, oder? Eigentlich Ich würde zu viel Lärm machen Und sie aufwecken Achso, da aufnehmen Ich dachte jetzt mit Kamera Och, Dude Jetzt werde ich sie aufwecken Und sie wird gestehen Gar keine Frage Ich bin übrigens nervös Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid Ich war's nicht, der gerade auf Mama geschossen hat Ich war's nicht Was zum... Nein, hat sie nicht Nein, hat sie nicht Viel zu, viel zu abrupt Das war irgendwie sehr Das war ein bisschen clunky, aber Ich verstehe Sie hat also den Schlüssel zu meinem Kinderzimmer Dass es irgendwie um den Schockmoment geht Was hätte ich mir denken können? Ist eine Bombe eingeschlagen? Ich glaube allmählich Mein Gott Früher oder später werden hier weitere Bomben einschlagen Dann wird alles zu Ende sein Das Stromausfall, ne? Ich glaube allmählich, dass Ich dann vielleicht auch hingehöre Verdammt Der Strom ist ausgefallen Jetzt kann ich die Filmrolle nicht mehr entwickeln Wenigstens hab ich jetzt endlich die Schlüssel zu meinem alten Zimmer Aber warum war's überhaupt abgeschlossen? Boah, ey Also wie die reagiert auf alles Ist komplett Ist komplett daneben, ey Ist komplett krank Meine Güte Wo war denn Warten jetzt nochmal das Zimmer hier von ihr Hier war ein Bad Warte mal Hier in Richtung Treppe Ach, hier direkt gegenüber irgendwie Hier, ja, genau Das sieht man schwer, wenn man hochkommt Was zum Teufel Was ist das? Oh, jetzt hakelt's wieder Seht ihr? Das nervt ein bisschen Aber wir wissen, wie man's fixt Super strange, ey Geht gleich wieder Äh, Peter Danke dir, Mann Für deine Für deine zwei Monate Leute, ich krieg's mit Dass es laggt Ihr müsst mir das nicht Spammen Wenn ich das schon sage Und wenn andere das schon reinschreiben Ich fühle mich wieder wie ein Kind Ich habe mit den Puppen das nachgespielt Was in meinem Leben passiert ist Um den Kopf frei zu bekommen Will ich das noch einmal tun Nach so vielen schrecklichen Ereignissen Habe ich es endlich geschafft Die weiße Frau zu treffen Zumindest glaube ich das Irgendwie ein Wurzel deiner Mutter Die du gerade abgeknallt hast Werden die umliegenden Seen Vom Geist Einer jungen Frau Heimgesucht Die von dem Mann Den sie liebte Getötet wurde Ein nächtliches Rendezvous Am See So viel Hoffnung Und Sehnsucht Aber der Tod Erwartete sie Nicht die Liebe Okay Was kann ich machen Mein Liebster ist noch nicht da Ich werde warten Den Mond ansehen Äh Den Mond ansehen Okay krass Was Mein Liebster ist noch nicht da Ich werde warten Was zum Teufel mache ich hier Wege diese Puppe innerhalb des Theaters Um eine neue Aktion Und weiter zu stellen Okay Liebhaber Du hast mich betrogen Ich weiß dass ihr einander geküsst habt Einander geküsst Ich weiß dass ihr einander geküsst habt Das würde ich nie tun Ich liebe dich Töten Ich liebe dich zu sehr Der Gedanke an dich Mit einem anderen Macht mich wahnsinnig Deshalb musst du sterben Pfff Was hab ich dir angetan Aber wo Zweifelt gestand der Mann Sie aus Eifersucht getötet Ich mein cool Aber warum jetzt Okay Ihn hat man da gehängt Letzte Ölung lesen Digga Hinrichten Was zum Scheiß Warum ausgerechnet Jetzt nochmal Diese Story Wer ist das jetzt? Und ne Random junge Frau Und sie Sie erblickt jetzt den Geist Bestimmt Okay warte mal Ich komme jetzt Oh ich komme jetzt Ich bin da unter Wasser War bloß ein Witz War kein Witz Ergreifen Ich spook die jetzt Pass auf Hilfe 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 Hilf mir Hila Glu Klu 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 Nun kann ich beginnen Zunächst einmal sollten wir klären, was in der Nacht vor dem verfluchten 16. Juli passiert ist. Ach so. Was? Sagen, dass der Krieg bald vorbei ist? Sagen, der Krieg ist bald vorbei. Ähm. Nun, was antworte ich? Papa sagt, dass wir verlieren. Papa sagt, dass wir verlieren. Was wird dann passieren? Sie werden uns alles nehmen. Äh, wait. Werden wir nach Deutschland gehen? Werden wir arm werden? Werden wir nach Deutschland gehen? Deutschland gehen? Warum schweben die eigentlich so? Ich befürchte, das werden wir. Ach so, die spricht nicht, weil... Ja, stumm. Ja. Möchtest du morgen früh... Hast du gestern Lapu gesehen? Warte mal. Hast du Lapu gestern gesehen? Hm. Warum fragst du? Ich hab... Ich hab gesehen, wie er die Scheune verlassen hat. Warst du nicht dabei? Oh, nee, Alter. Die haben da rumgemacht. Nee, das muss ja schon länger her sein, wenn sie... Wenn man ihre Schwangerschaft halt bald gesehen hätte. Nein. Nein, nein. Ich... Während ihr... Nee, ich lass es lieber. Möchtest du morgen früh mit mir zum See gehen? Nienchen, danke schön. Ich möchte baden, ich möchte ein paar Fotos machen. Haha, das klingt nach Spaß. Schwester. Was ist, wenn Mama es herausfindet? Warum sollte... Warum ist das schlimm? Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Mama hat sowieso einen tiefen Schlaf. Du weißt, dass sie dieses Medikament genommen hat? Ich verstehe das Problem nicht. Willst du im Morgengrauen aufbrechen? Äh, aufwachen? Ach so, weil sie ja immer verschläft, ja. Weck mich auf. Weck mich auf. Und das hat sie nicht gemacht. Und dann... Sollen wir die Betten tauschen? Okay, das ist jetzt die Erklärung. Deshalb war ich früher so verwirrt. Äh, vorhin meine ich. Früher. Geil! Pfff. Pfff. Loll. Wie krass das gemacht ist. Ich verstehe das nur nicht. Ist das nur einfach irgendwie so... Arzi, Fazzi irgendwie? Oder kommt jetzt die Lösung? Ja, wie geschah es denn jetzt? Ah! Okay. Okay. Dann haben wir aber einen Grund im Endeffekt. Wenn das wirklich so gewesen sein soll. Ich bezweifle es aber irgendwie. Boah, die Mutter sieht voll gruselig aus, ey. Ja, sie hat ihr den Brief geschrieben. Ihr den hingelegt. Hier. Du, ich glaube... Ich glaube, äh... Julia ist schwanger. Dabei war sie schwanger. Und hat mein Kleid angezogen. Also, Julias Kleid ist zum See gegangen. Die Mutter dachte... Oder hat das gesehen, dass sie schwanger ist. Und dann? Ausziehen. Dein Messer nehmen. Sprechen. Spreche erst mal. Hallo, Mama. Hallo, Mama. Oh, weil sie sprechen kann. Und die Mutter wusste das nicht. Weil sie sprechen kann. Und deswegen... ...war der Mutter gar nichts anderes übergeblieben, als zu denken, dass sie Julia ist. Oh. Zieh dich aus. Ich will deine Schande singen. Hallo, Julia. Oh, Mann. So kompliziert ist es eigentlich nicht. Was willst du von mir? Deswegen wusste sie auch, dass sie vielleicht sterben wird. Kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Lass mich in Ruhe. Du bist eine arme, alte Frau. Tut mir leid, ich wollte nicht umgezogen sein. Lass mich in Ruhe. Du bist nur eine arme, alte Frau. Shorts fired. Ausziehen? Nee, ich nehme ein Messer, Däger. Gefeitet bis zum Schluss. Komm her, Bro. Den Stock nehmen. Oh, geil. Das Duell der Giganten. Messer gegen Stock. Wer wird gewinnen? Sprechen. Ich werde dich umbringen. Willst du mir wehtun, Mama? Willst du mir wehtun? Nein, ich sammle nur ein bisschen Feuerholz. What? Ja, aber ich spiele das jetzt. Wiederholung der Szene. Warte mal. Warte mal. Ich kann das. Manifestiert sich das denn jetzt so? Augenblick. Ich spiele es nochmal. Hallo, Mama. Hallo, Mama. Zieh dich aus. Ich will deine Schande sehen. Zieh dich aus. Ich will deine Schande sehen. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Sprich nicht so in diesem Ton mit mir, junges Fräulein. Lol. Aber sie hat ja Klamotten an. Das heißt, sie hat sich vorher nicht ausgezogen. Du bist also schwanger. Deine Schwester hat recht. Du bist also schwanger. Deine Schwester hatte recht. Boah, das ist alles so übel, ey. Na, wenigstens hatte ich Spaß. Haha. Lol. Das wäre übelst krass. Ausziehen und ins Wasser gehen. Ähm. Ähm. Okay. I don't know. Spisch. Und jetzt? Das ist doch dumm. Martha, ertränken? Warum habe ich mich denn ausgezogen dafür? Okay, ich muss die richtige Szene erspielen. Ich hatte es schon richtig. Ich habe mich nur dafür interessiert, wie, äh, also, das noch irgendwie sein kann. Oder wie sich das noch ausspielt. Aber, okay, gut, dann, äh, wissen wir es ja jetzt irgendwie. Hallo, Mama. Hallo, Mama. Ja, 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 ist gut, ist gut, ist gut. Hallo, Julia. Ja. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Zieh dich aus, ich will deine Schande sehen. Zieh dich aus, ich will deine Schande sehen. Und zieh so nie im Leben und dann nimmt die Mutter den Stock und dann passiert's. Nie im Leben. Der Stoff soll nicht nass werden? Na, von der Mutter nicht, nee. Ich zieh dir das Kleid aus, dummes Mädchen. Ich zieh dir das Kleid aus, du dummes Mädchen. Aber wo hat, woher sollte denn Martha ein Messer haben? I don't know. Nee, die soll sich nicht ausziehen. Die war bekleidet. Ich werde dich umbringen. Naja, sie will ja das ja provozieren. Den Stock nehmen. Willst du mir wehtun, Mama? Das Messer benutzen. Okay, sie schafft es aber nicht. Also, es gibt keine Version, wo sie die Mutter... Ja, es muss also irgendwie so sein. Und als Provokation brauche ich das Messer. Okay. Speichere ich das mal so ab. Ich werde nie genau wissen, was passiert ist. Aber ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Warte mal. Wessen Geist ist bekannt als die Weiße Frau? Wait. Brechen? Brechen? Was mache ich da, also? Ein kleines Bein. Okay. Noch ein kleiner Arm. Noch ein kleines Bein. Und der Kopf. Oh. Nur noch der Kopf ist übrig. Habe ich meine Mutter auseinandergenommen gerade? Also, for real jetzt? Äh. Und nun? Oh. Ich bin übelst überfordert, ey. Den Mob nehmen. Ja, ich muss das aufwischen. Ich habe das quasi in den Sack gesteckt da, oder was? Aufräumen. Krank, Alter. Ach so, das ist umgeklappt. Hat so eine blutige Seite und eine... Okay, verstehe. Wo bringe ich das jetzt hin? Bist der beste See, Flofe. Vergrabe ich das irgendwo? Ja. Oh Gott, ist das finster. Meine Güte, Maurizio. Danke dir, Mann. Den Leichnam werfen. Der Kopf. Aufräumen. Komm. Mutter aus dem Kopf nehmen. Ich will... Ah, ich will das nicht. Aber... Aber... Es war nur ein Spiel. Das hier ist jedoch kein Spiel. Ähm... Es hat nur gespielt. Es ist nur ein schlechter Scherz. Oh, fuck. Unter der Brücke. Die Kirche. Die Stadt. Sprich. Die weiße Frau. Heilige Scheiße, Alter. Der Kopf. Wer hatte den Kopf los? Aus dem Fenster wer... Habe ich nicht den Rest da gerade entsorgt? Warum habe ich den wieder mit reingebracht? Das ist fucking insane, Alter. Wer zündet hier die Kerzen an? Johnny? Ja, hier bei dem anderen Stuff, ne? Boah, Alter. Auseinandergenommen. Kann ich das... Mache ich das nicht zu? Mache ich das... Lass ich das so? Ist das jetzt schön? Oh, ey. Heftig. Mama, es ist ein Keller. Ich möchte auf keinen Fall über den Weg laufen. Wie hätte ich das denn machen sollen? Oh, Gott. Entwickle das Foto vom Fötus. Digga. Ich laufe auch immer mit einem abgeschlagenen Kopf durch meine Wohnung XD. Hä, du nicht? Achso, du auch. Ist okay. Und was war ich nun? Ich glaube, Mama ist nicht mehr im Keller. Ich glaube auch nicht. Du kannst ja mal nachgucken. Au! Und es war komplett anders. Oh, shit. Wetten, wir sehen jetzt was, was uns... Was uns schockieren wird. Ach, du heilige Mutter Gottes, ey. Wetten, da... Wetten, da ist... Wetten, da ist kein Fötus auf dem Bild. Wetten, da ist kein Fötus auf dem Bild. Oh, scheiße. Nein, jetzt nicht rumlecken. Oh, come on. Ah, ich kann jetzt nicht speichern. Warte, ich muss nochmal saven und dann... Sorry, ich weiß, das kotzt an, aber sonst ist halt laggy alles. Alle 10 Minuten, ich kann nichts dafür, man. Boah, nee, ich glaube, das funktioniert so nicht. Oder? Doch. Ah, warte. Okay, besser. Das ist meine Cam, das ist meine Cam-Tot, man. So. Hallo, hallo, jetzt, 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 besser, test, 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 test. Okay, cool. Now it's good. Is it? Ich hoffe, ich glaube, ja. Passt schon. Also, auf dem Negativ ist noch der Fötus drauf, ha? Los. Ich habe Angst, was wir da finden, wenn wir das entwickeln. Lukas live, danke, Mann. Scharf? Wait, wirklich? Okay, ist alles okay? Was entwickelt sich da? Ist es noch so, wie es scheint? Scheinbar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre irgendwie, äh, anders. Dachte ich wirklich. Okay, lass mal die Filmrolle entwickeln und gucken, was an dem See passiert ist. Also, das war zumindest schon mal wahr. Ich dachte jetzt, wir haben eine Vollmeise. Also, dass wir uns halt wirklich, dass wir diese Sachen halluziniert haben gerade. Aber scheinbar nicht. Ich meine, was hält mich davon ab jetzt zu halluzinieren? You know, keine Ahnung. Das ist das Foto, was wir brauchen. Das ist es. Okay, scharf und die Position. Jemand schlägt eine andere Person mit einem Stock auf den Kopf. Wer ist wer hier? Wer ist wer? Ich kann das nicht überspringen gerade. Tut mir leid, Leute. Aber ich kann nicht für jeden, der reinkommt, nochmal das ganze Spiel wiederholen. Ja, ist klar. Es war klar. Ich habe alles getan, um die Wahrheit zu verbergen. Dann habe ich meine Mutter getötet, um mich von der Schuld zu befreien. Das war so klar. Aber sie war böse. Und es war alles ihre Schuld. Gott, was macht das aus mir? Ich verdiene es nicht, noch eine Sekunde länger zu leben. Oh, come on. Vielleicht werde ich sie wiedersehen. Und ich kann versuchen, sie um Verzeihung zu bitten. Aber wenn es nichts nach dem Tod gibt, werde ich wenigstens von diesem Leiden befreit sein. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Aber ich kann nicht mehr. Da, was? Da. Ich schoss instinktiv auf den Soldaten und traf ihn direkt in den Kopf. Doch das war keine gute Idee. Er war offensichtlich nicht allein. Als die anderen hereinkamen, schloss ich die Augen. Ich hörte einen großen Tumult und spürte dann einen scharfen Schmerz im Magen. Sie traten mich, während ein anderer vergeblich versuchte, sich davon zu überzeugen, dass der am Boden liegende Soldat noch am Leben war. Sie traten mir in die Rippen, in den Rücken und in den Magen. Ich konnte nicht atmen und hatte das Bedürfnis, mich zu übergeben. Man befahl ihnen, mich auf einen Stuhl zu setzen. Sie fesselten mich so fest, dass ich weder meine Hände noch meine Füße spüren konnte. Auf dem Stuhl neben mir saß mein Vater. Er atmete, schien aber bewusstlos zu sein. Der verantwortliche Mann fing an, mir Fragen zu stellen. Er schlug mir ständig mit einem kurzen Stock oder so ins Gesicht und auf den Kopf. Ja, da kann man gut fragen. Er war so brutal, dass ich dachte, er würde meinen Schädel zertrümmern. Ich spürte abgebrochene Zähne und schmeckte Blut in meinem Mund. Ich fuhr mit der Zunge über die Zähne und dachte dabei, dass ich nie wieder würde lächeln können. Ein törichter Gedanke, vielleicht, aber dennoch tat er weh. Ein Teil meiner Oberlippe war aufgeplatzt und hing herunter. Ich versuchte dummerweise, sie mit meiner Zunge und Unterlippe wieder zurückzuschieben. Ich übergab mich. Sie zwangen mich zu gestehen, dass mein Vater alle Arten von subversiven Tätigkeiten innerhalb der deutschen Armee durchgeführt hatte. Natürlich wusste ich nichts darüber, also versuchte ich, das zu erklären. Aber diese Schläge, ich hätte alles getan, um sie aufzuhalten, was auch immer nötig war. kurz nachdem ich ihnen gesagt hatte, was sie hören wollten, sagte der General, es waren nur zwei Ohrfeigen nötig, damit du deinen Vater verrätst, du deutsche Hure. Dann befahl er, meinen Vater hinzurichten. Es ging ganz schnell. Er bewegte sich noch nicht mal. Dann zeigte er auf einen der Soldaten und danach auf mich. Meine Zeit war gekommen. Sie alle gingen weg, bis auf den Soldaten, der die unangenehme Aufgabe hatte, mich umzubringen. Ich wollte sterben, aber nicht so. Grauen erfasste mich. Ich spürte, wie sich mein Körper entleerte. Die Waffe war auf meine Stirn gerichtet. Ich konnte ihm nicht ins Gesicht sehen. Ich stank, ich fühlte mich schändlich. Dann zielte er absichtlich daneben und schoss. Er hatte Erbarmen mit mir. Es war wohl mein Schicksal, nicht zu sterben. Er löste die Fesseln, stieß mich zu Boden und rief, erledigt, die deutsche Hure ist aus dem Weg geräumt. Ich blieb regungslos am Boden liegen. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Er ging und ich wurde wieder ohnmächtig. To be honest. Denkt Juel nur, dass sie gefoltert wurde, aber hat ihren Vater sofort verraten? Nee, glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das war real. Es ist nur einfach etwas, was passiert, weil es ist halt Krieg. Als ich zu mir kam, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Oder? Ich fühlte mich völlig leer und hatte überall Schmerzen. Alle waren tot. Ich war nun allein auf der Welt. Ich fühlte den Wunsch, ein letztes Mal ihre Stimmen auf Papas Rekorde in der Dunkelkammer zu hören. Vorausgesetzt, dass die Soldaten ihn nicht zerstört hatten, versteht sich. Oh. Juel's Tasche wurde von den Soldaten entfernt, aber sie haben sie im Keller gelassen. Ich könnte also auch rausgehen. Da ist meine Tasche. kein Blut? Ich weiß nicht. Das könnte auch noch von der Mutter sein. Also ich habe da definitiv hingekotzt. Warte mal, die Aufnahmen! Warte. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Hm. Was machst du mit der Waffe deines Vaters? Das ist gefährlich. Hör auf! Rede! Erzähl mir jetzt alles! Erzähl mir, was du getan hast! Ist gut, ist gut. Beruhige dich. Ich werde dir alles erzählen. Ich fand diese seltsame Notiz, als ich aufwachte. und ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas war mit dir los, abgesehen von deinen üblichen Macken. Ich wollte nachsehen, aber du warst nicht in deinem Zimmer. Du hattest von dem See gesprochen. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Also habe ich deinen Vater angerufen und wir sind hingefahren, um zu sehen, was los ist. Wir fanden dich in deiner Unterwäsche am Ufer des Sees sitzend. Du hast immer wieder behauptet, es sei nichts passiert. Ich nahm dich in den Arm, um dich zu beruhigen. Aber du hast tagelang nicht mehr gesprochen. Tagelang? Was passiert mit dir? Du solltest mir sagen, was hier los ist. Ich gehe nicht in das Irrenhaus. Ich hätte das nie gewollt, aber... Ich fürchte, du wirst dir noch... Ja, weil ich so getan habe, als wäre ich Marta, aber... dich an dem Abend vor dem Klavier wirklich verletzt. Was sollen wir sonst tun? Du hast meine Schwester getötet und jetzt hast du Angst, weil ich es herausgefunden habe. Du denkst dir doch Geschichten aus, oder? Aber dieses Mal falle ich nicht darauf herein. Was willst du damit sagen? Deine Schwester? Bitte. Nicht. Mir ging es nicht gut. Ich wusste nicht, was ich sagte. So viele Jahre sind vergangen. Du warst damals noch klein. Ich dachte, diesen Unsinn hätten alle vergessen. Halt den Mund! Sag nichts! Sag einfach gar nichts mehr! Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Alles war zusammengebrochen. Ich hatte Angst vor mir selbst. Oh mein Gott, das war schrecklich. Ich war immer davon überzeugt, dass ich zu gut für diese Welt sei. Die Mutter hatte also die ganze Zeit recht. Ich war mein eigener Feind geworden. Auch mit meiner Einweisung. Ich war die Gefahr. Was hätte ich tun sollen? Ich musste an das Puppentheater in meinem alten Zimmer denken. Vielleicht könnte ich dort etwas zu mir selbst finden. Also lief ich dorthin, um damit zu spielen. Was? Ich dachte, es ist langsam mal vorbei. Äh. Alright. Puh, unangenehm alles irgendwie. Den Vater haben sie weggeräumt? Es stimmt. Warum ist da nicht mehr Blut? Warum blute ich nicht? Mama ist bei meiner Geburt fast gestorben. Das ist es, was mir von den Geschichten meiner Mutter, meiner Oma und meines Vaters in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich an wenig bis gar nichts von meiner Kindheit zu Hause erinnern. Stell dir vor, Martha und Julia sind einfach Persönlichkeiten von einer Person. Vielleicht finden sich genau dort die wichtigen Ereignisse, die ich kennen sollte. Du meinst, Martha existiert gar nicht? Also, das fickt mich jetzt. Es gibt keine Martha, oder? Diesen Unsinn von damals, sagte sie. Deswegen haben die Eltern nicht mit ihr interagiert, weil sie taubstumm ist. Sie hat eine Persönlichkeit erschaffen, die keine Stimme hatte. Irgendwann brach das raus und dann wurde ihre zweite Persönlichkeit die Stimme für das, was sich die Erste nicht getraut hat. Alter. Boah, ey. Ich kann es spüren. Es ist soweit. Abwischend und danke für dein Sub-Geschenk. Fenster öffnen. Wenn da jetzt ein Baby rauskommt, Alter. Das wäre jetzt krass. Alles ist vorbereitet. Aber... Alles ist vorbereitet. Ich meine, die Eltern... Eltern wissen das ja, dass sie das hatte. Und spielen ja da deswegen ein bisschen mit. Right? Okay, der Vater kommt. Oder? Ich weiß nicht. Achso, E. Oh ja. Wie geht es dir, mein Schatz? Ich weiß nicht, warum er nicht spricht. Telefon? Äh, ja. Huch. Doktor, beeilen Sie sich, Jeren ist krank. Oh Gott. Habt ihr den Voice Actor nicht mehr bezahlt hier jetzt, oder? Oh, kommt der Doktor jetzt? Ich glaube, ja. Kann aber immer nur eine Figur hier haben. Sorge dich nicht, Irene. Schmerz ist natürlich. Sorge dich nicht, Irene. Der Schmerz ist natürlich. Oder Martha ist bei der Geburt gestorben. Pressen, Irene. Dann kommt es alles prinzipiell aufs selbe hinaus, dann, ne? Äh. Oh Gott. Warte. Uh. Okay, okay, okay. Ich presse, Digga. Komm. Bist du noch? Eins. Das Baby ist da. Wie geht es dir, mein Schatz? Alles wird gut. Keins mehr? Arme Mama. Sie hat so gelitten. Ich habe sie so sehr verletzt, schon seit ich geboren wurde. Und wer war das dann auf dem Foto? What the fuck? Jo, ich komme gerade gar nicht mehr klar. Alter, das schickt mich so krass, Mann. Jo. Äh, was? Mama, ich habe Durst. Mama, ich habe Hunger. Mama, ich muss mal. Mama, ich bin müde. Äh, keine Ahnung. Ich muss mal. Mama, ich muss mal. Was soll ich dagegen tun? Geil, das merke ich mir. Mama, ich habe Hunger. Es ist noch nicht Zeit zum Essen. Hör auf, so eine Heulsuse zu sein. Wow, ey. Die Mutter ist ja echt furchtbar. Mama, ich habe Durst. Hey, wer ist dann begraben? Ich... Vielleicht sind wir noch nicht so weit. Du hast gerade getrunken. Mama, ich bin müde. Das reicht. Geh in dein Zimmer. Ich meine, da ist das Bett, oder? Den Ballon nehmen? Fuck. Wie kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen. Oh no, 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 no. Nicht, nicht den Stock. Nicht aus. Dieses Mal musst du es richtig lernen. Oh Gott. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Dumm. Dass ich das auch alles machen muss. Dumm. Und da hat sie aufgehört zu sprechen. Das ist nur ein Spiel. Zwei Köpfen war ein Symbol. Ist das nur ein Spiel? Vielleicht, ja. Ich glaube, die Frau sagt, dass meine verlorenen Erinnerungen am Ort meiner glücklichen Kindheit wieder auftauchen werden. Dies ist der einzige Ort, an dem ich jemals wirklich glücklich gewesen bin. Sind das also meine Erinnerungen? Ist das wirklich mein Leben? Okay, jetzt sind wir zwei. Martha ist der Teil von Julia, den die Mutter liebt, weil die ruhig ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben es noch nicht ganz. Ich habe gar nichts getan. Ich habe gar nichts getan. Jetzt werde ich dich zum Weinen bringen. Julia ist der Teil aber, der das aushält. Psch. Du unverschämtes Mädchen. Martha willst du nicht mit deiner Schwester spielen? Julia, spiel mit deiner Schwester. Julia, spiel mit deiner Schwester. Irgendwas ist da noch nicht richtig. Martha, willst du nicht mit deiner Schwester spielen? Den Krug nehmen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Den Krug über Julias Kopf ausgießen. Aus dem Krug trinken? Ich muss mir diese Szenen jetzt selber zusammenbasteln, aber... Du hättest Martha ein Glas holen können, du kleine Besserwisserin. Du hättest Martha ein Glas holen können, du kleine Besserwisserin. Übel. Aber was? Ich habe es nicht getan. Tut mir leid, Mama. Tut mir leid, Mama. Boah, das tut einem übelst weh, Alter. Hör auf, diese Geschichten zu erfinden. Diese Geschichten. Wait, warte mal. Sprechen. Sprechen. Äh, ja, ja, okay. Zumindest so gebärdenmäßig. Ich... Krug auf den Boden werfen? Ich... Ich liebe dich, Mama. Ich verstehe nicht ganz, wo ich mit dieser Szene gerade hin will. Ich weiß es nicht. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich meine, ich... Ich habe es ja jetzt auch irgendwie langsam... Langsam verstanden, ne? Ein Krug auf den Boden werfen. Aber ich muss das mit Julia machen. Tut mir leid, Mama, ich habe es nicht absichtlich getan. Was ist, wenn die Mutter bei der Geburt von Martha am psychischen Schaden erlitten hat und deswegen so handelt? Die hat sich auch furchtbar irgendwie gefühlt, aber also... Ich weiß nicht, was der normale Rahmen da ist. Das wurde jetzt nicht im Speziellen betont. Zumindest habe ich das nicht so... Es ist alles Marthas Schuld. Ich glaube dir nicht. Äh... Das habe ich gesehen. Du hältst dich für so schlau. Ne, irgendwas ist, ähm... Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich bin wütend auf dich. Ich bin wütend auf dich. Ich werde dir Manieren einprügeln, du dummes, kleines Gör. Boah, die kann auch nichts anderes, ne? Komm mit! Jetzt! Ja. Pfff. Tut mir leid, Mama, es tut mir so leid. Komm mit! Oh ne, was passiert denn jetzt? Ich werde dich in deine Schranken weisen, Gör! Irgendwie hält das noch eine Antwort für Sachen parat. Glaube ich zumindest. Tut mir leid, Mama. Ich werde es nicht mehr tun, versprochen. Es gibt Fälle, wo Frauen nach der Geburt eine anhaltende Depression haben und die Kinder so behandeln, als hätten sie die Schuld an allem. Zu spät. Diese falschen Tränen werden dir nicht helfen. Befreiungsversuch? Steh still! Nein, das klappt nicht. Das wird noch schlimmer. Pfff. Ja. Pfff. Okay. Schlafe ich den Hund jetzt weg? Warte mal. Den Hund nehmen, ja. No! Die macht ihn in den Kochtopf! Ich gebe dir gleich einen guten Grund zu bellen! Nein! Oh, Digger, nicht! Lass meinen Hund in Ruhe! Oh, fuck! Es bringt nichts zu schreien, dummes Geyer! Nein, Mama, bitte! Kein Wunder, dass die einen Schaden kriegt, ey. Boah! Du bist verrückt! Die rührt das um, Alter! Hallo? Jetzt zeige ich dir, wie verrückt ich bin! Why? Hilfe, Papa! Hilfe! Boah, Alter! Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus, ey? Schreien bringt nichts. Dein Vater ist nicht da. Wie immer. Und dann fragen noch Leute, ob das ein Horror-Game ist. Ah! Ist das... Ablehnen. Nein! Kann das jetzt aufhören? Also, das ist echt anstrengend, ey. So, auch irgendwie emotional. Ich meine, soll's ja auch sein, aber... Holy shit, Mann. Die zelebrieren das ganz schön, ey. Krank. Der Teufel. Ich fing an, mich zu erinnern, aber es war einfach viel zu viel auf einmal. Ja. Das Puppentheater. Sieh dir das Puppentheater an. Ich hatte keine Zeit, genau zu ergründen, was passiert war. Amin, hab ich ja. Das fühlte mich zu sehr auf. Diese Erinnerungen hervorzuholen, war wie der Versuch, sich selbst einen Zahn zu ziehen. Fast unmöglich. Und viel zu schmerzhaft. Die weiße Frau hatte mir gesagt, die Kirche sei ein sicherer Ort. Ein Zuhause für deren Kinder. Don Atilio. Der Priester. Ich muss mit ihm reden. Ich muss mit ihm telefonieren. Deswegen war das auch noch offen. Okay. Ich telefoniere nochmal mit ihm. Der hat mich ja eigentlich eingeladen und hat angeboten, dass ich immer mit ihm reden kann. Aber dazu sollte ich in die Kirche kommen. Ich bezweifle, dass ich da in diesem Game hingehen kann. Hier spricht Don Atilio. Wer ist da? Um Hilfe bitten. Vater, hilf mir. Sie sind alle tot. Mama, Papa, alle. Julia, komm sofort zu mir. Bleib nicht allein. Es ist zu gefährlich. Komm in die Stadt. Du kannst hier bei mir bleiben und wir können über alles reden. In Ordnung? Ja. Ist gut, Vater. Aber zuerst möchte ich noch eine Weile mit meinen Puppen spielen. Julia, sei nicht albern. Komm sofort zur Kirche. Mit meinen Puppen spielen. Ugh. Das war übelst creepy, ey. Halt so for real. Nimm das Fahrrad. Boah, ich hab übelst Gänsehaut, ey. Ja, es liegt auch daran, dass ich ein bisschen Pipi muss. Ich vertraue dem nicht. Ich, irgendwie, irgendwie ist nicht mehr richtig, also, ich weiß auch nicht. Ist schwierig alles. Ich muss nach vorne rechts. Ich weiß gerade noch nicht, was ich glauben soll. Sie hat nur Mama und Papa gesagt? Naja, die... Hm. 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 Also doch zwei? Okay, krass. Ihr seht ja die kurze Warnung, ne? Ich geh mal ganz kurz auf Toilette, weil ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Äh, lieber die zensierte Version? Ja, komm. Diese Jungs, sie wurden alle getötet und es war meine Schuld. Sie waren in meinem Alter und ein paar von ihnen waren unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas passieren würde, aber war es nicht offensichtlich? Was hatte ich denn eigentlich erwartet? Ich fühlte mich wie ein Feigling, aber was hätte ich tun können? Hätte ich meinen Vater verraten sollen? Ich liebte meinen Vater, aber ich liebte auch meinen Freund Lapu, auf dessen Seite stand ich. Ich hörte einfach auf mein Herz. Ich dachte, dass ich das Richtige tun würde, aber stattdessen war es das Schlimmste, was ich hätte tun können. Ich habe mich von allen Soldaten ferngehalten. Deutsche oder Alliierte, sie alle hatten mir Schaden zugefügt. Ich wollte mit keinem zu tun haben, egal aus welchem Grund. Als ich diese Schwelle überschritten hatte, verlor ich den Bezug zur Realität völlig. Jeder um mich herum war gestorben, während ich alles überlebt hatte. Kommt das Gameplay auf YouTube? Ja. Ich würde es ein klein bisschen zusammenschneiden, aber ich glaube, by the way, die Szene verändert sich nicht so maßgeblich dadurch. Also ich denke mal, es wird jetzt nichts weggenommen, sondern höchstens was angedeutet oder so. Also keine Ahnung. Ich muss jetzt was nicht sehen, um mir Dinge vorstellen zu können. Es war in dem Sinne eine Falle. What the fuck, ey? In der Nervenheilanstalt. Einige Frauen führten Selbstgespräche, andere weinten. Einige waren sogar mit ihrem eigenen Kot verschmiert. Andere waren gewalttätig und versuchten sich auf jede erdenkliche Weise zu verletzen. Da war diese eine junge Frau, die sich den ganzen Tag lang selbst befriedigte. Unaufhörlich, bis zu dem Punkt, an dem sie zu bluten begann. Boah, Alter. Also fesselten sie sie ans Bett, sie schrie, fluchte und redete tagelang Unsinn. Sobald ihre Wunden verheilt waren und sie losgebunden wurde, ging es wieder los. und fing sie einfach wieder an. Diese Frau war ich. Sie gaben mir dann Injektionen. Was sie mir gaben, ließ meinen ganzen Körper erbeben. Ich brach mir einen Wirbel und einen Knöchel. Ich glaube, es hieß Kadiazul oder so ähnlich. Mein Körper war wie ein Feuer, das nicht gelöscht werden wollte. Wenn es scheinbar gelöscht war, kam es zurück, sogar stärker als zuvor. Am Ende haben sie jedoch gewonnen. Ich hörte auf zu schreien und zu masturbieren und ich hörte auf zu denken. Es bestand keine Notwendigkeit mehr für eine Therapie. Etwas in mir war gestorben. Aber trotzdem bestand ich darauf, diese schmerzhafte Reise fortzusetzen. Ich war stärker, als ich es mir je hätte vorstellen können. und ich habe es mir geholfen. Das ist Gebärdensprache, ne? Oh, Alter. Martha ist tot. Ich bin Martha. Martha existiert nicht. Martha. Julia. Es macht keinen Unterschied mehr. Ich bin sowohl Martha als auch Julia, ganz wie du willst. Das sind wir. Also ist es wahr. Und Mama? Lebt sie? Mama ist tot. Niemand weiß das besser als ich. Es ist sinnlos, sich etwas vorzumachen. Habe ich getan, was ich glaube, getan zu haben? Ja, verdammt nochmal. Es ist wirklich passiert. Ich habe sie zerteilt und unter der Brücke begraben. Gott, all das Blut. Mein Gott. Die wird nicht so hart geschlagen, dass sie denkt, ihr Schädel platzt. Sie blutet aus allen Löchern, übergibt sich, macht sich ein und dann wird fast erschossen und dann steht sie einfach auf und radelt in die nächste Kirche. Ich würde sagen, dass es mit dem Vater ist nicht passiert. Es ist irgendwie zumindest nicht so passiert. Mein Verstand spielt mir seltsame streiche. Ich sah ihn dort sitzen, weil ich Angst hatte. Papa geht es gut. Er ist stark und kann auf sich selbst aufpassen. Der Vater hat doch auch nie existiert. Der war zumindest... In der Spielerei, als sie geboren wurde. Ich muss das jetzt selber zusammensetzen, wie es war. Aber ich bin sehr überfordert damit. Die Vorstellung vom Vater, die letzte Szene, ja. Ich glaube, das ist auch nicht real. Ich habe Angst, nach Lapo zu fragen. Lapo gibt es nicht? Ich glaube schon. Lapo ist tot. Er wurde von einer Landmine zerfetzt. Ich glaube, den gab es. Er geriet in Schwierigkeiten und bezahlte mit seinem Leben. Mein lieber Freund. Armer Junge. Das ist zumindest alles nicht... ...unrealistisch. Leider. Eine letzte Frage noch. Die Schwangerschaft? Boah, also. Es gab gar keine Schwangerschaft. Das alles entsprang meinem kranken Geist. So viel erfunden. Was habe ich mir noch ausgedacht? Was werde ich noch herausfinden? Das reicht jetzt. All diese Fragen sind sinnlos, nicht wahr? Es steckt alles in uns drin. Wir müssen nur den Spiegel drehen. Boah, ich... Ist nicht alles nur die Reflexion einer unerklärlichen Existenz? Nichts weiter als ein Puppentheater. Ich weiß es nicht wirklich. Mit offenen Armen für alles bereit. Sogar zum Töten. Beine immer bereit zum Laufen. Wahrscheinlich ist die Zensur, dass sie als Puppe dargestellt wird. Könnte ich mir vorstellen. Die Gebärmutter, die in Sünde gezeugt hat. Sie sind immer kaputter. Wahrscheinlich wäre es schlimmer geworden, je mehr ich den Spiegel gedreht hätte. Und so sieht man bloß die kaputte Puppe. Denke ich. Und schließlich der Verstand. Um uns zu schützen, hat er uns in Monster verwandelt. Auf jeden Fall können wir so nicht leben, oder? Ich kümmere mich darum. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich versuche zu schlafen, wenn ich kann. Ich habe das im Griff. Was macht sie jetzt? Das ist eine Marke, ne? Wo Martha drauf stand. Gab es nicht zwei davon? Die Puppe wird auch in der unzensierten Version gezeigt? Okay. Beim Anzinsort ist es auch eine Puppe. Am 26. Juli wurde San Cascano bombardiert und die Kirche zerstört. Aber da war ich nicht mehr dort. Ich war da schon in der Anstalt. Ich trotzte so ein weiteres Mal dem Tod. In der unzensierten Version hättest du gesehen, wie sie sich die Pulsadern aufschneidet. Ich habe auch mich selbst überlebt. Das muss ich jetzt mir nicht reinziehen. Hier war ich absurdeste Test und zugleich der härteste. Der Krieg ist seit einiger Zeit vorbei. Sowohl da draußen, als auch in mir selbst. Ich war auf der falschen Seite des Tores. Aber jetzt kann ich das Blatt wenden. Das Leben öffnet wieder seine Pforten, nicht wahr? Seit einiger ersetzte Zähne. Wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, mich selbst zu überleben, hätte ich wirklich alles hingeschmissen. Sie selbst überleben, das klingt so krass. Aber die hinterhältigsten und trügerischsten Gefahren sind die in uns selbst. Sie wachsen, ohne dass wir es ahnen. Sie lassen uns leiden, verwirren uns komplett und nehmen uns alle Selbstachtung. Ich hätte gern um Hilfe gebeten, aber ich war allein. Das ist meine Geschichte. Danke, dass Sie hier sind. Dass Sie mir zuhören. Jetzt bin ich bereit zu gehen. Wie lange dauert es noch Haus? Oh, Alter. Ich dachte, Ihre Lippe ist aufgeplatzt. Ich zweifle nicht unbedingt daran, dass der... Okay, krass. Ich zweifle nicht unbedingt daran, dass das mit den Soldaten und ihr passiert ist vielleicht ein bisschen anders. Aber dass vielleicht der Vater da war. Ich habe keine Ahnung. Man musste das selber eingeben. Was man glaubt. Das war sehr interessant. Dann ist die Frage, ob man was aus dieser Geschichte gelernt hat. Das führt einem sozusagen das eigene Erlebte irgendwie nochmal vor, um dann die Frage zu stellen, ob man selbst genug Distanz und Durchsicht hatte, um das zu verstehen. Oder nicht. Sehr, sehr interessante Geschichte. Also Story-mäßig unglaublich gut. Unglaublich, ähm... Also verworren in dem Sinne nicht mal. Aber diese ganzen Twists und so... Das war atemberaubend, so im wahrsten Sinne des Wortes. Krass. Es hat diese Szenen, glaube ich, auch gebraucht, um das einfach nochmal eindringlicher zu machen. Ja. Psychological Horror Game halt. Gameplay-mäßig, wie gesagt, das ist eher natürlich auf die Geschichte fokussiert. Und die war absolut Bombe. Das hat das Spiel sehr, sehr gut gemacht. Gameplay-mäßig gut, ähm... Naja, was soll man dazu sagen? Es war halt das Mittel zum Zweck. Es war halt das Pergament, auf dem das geschrieben wird. Und so... Insofern war es halt in Ordnung. Es war eine sehr schöne Umgebung. Sounds, das Design, es war alles sehr cool. Und mit vielen Elementen, wie mit diesem Puppenspiel, hat es Sachen gemacht, die unerwartet waren. Nur... Bilde, einen Satz, Minigame-Runs da so, aber... Teilweise war es sehr lang gezogen. Gewisse Szenen hätte man rausnehmen können, die es nicht unbedingt gebraucht hätte. Oder zumindest verkürzt. Es wäre cool, dass es nochmal... Wenn das an gewissen Stellen einfach clean gemacht werde, so. Aber... Ja. Ist in Ordnung. Großartiges Ding. Ich bin sehr froh, dass wir das gespielt haben. So. Sehr froh, dass wir das erlebt haben. Krass. Krass. Wie das jetzt... 100% war... Glaube ich, wurde angedeutet, mehr oder weniger. Ich persönlich glaube, dass... Ich persönlich glaube, dass es eine von beiden irgendwie nicht gegeben hat. Dass Martha quasi irgendwie... Mehr oder weniger eine... Eine andere Persönlichkeit von Julia ist. Es gibt aber auch viele Dinge, die passiert sind oder sich danach ergeben haben, wo ich mir denke... Irgendwie kann das dann doch irgendwie nicht sein. Aber die Welt, die sie sich aufgebaut hat, muss ja so convincing sein, dass sie das glaubt. Da kann man jetzt einen Satz gegen den anderen Nebensatz halten und dann ist man vielleicht immer noch nicht schlauer. Ich weiß es nicht. Lässt Raum für Spekulationen, aber das ist ja auch eine sehr interessante Sache dran. Okay, ihr Lieben. Ich bin fertig. Ging viel, viel länger, als ich dachte. Und, äh, jo. Ich hoffe, dass ihr es auch genossen habt. Und wir sehen uns im nächsten Horrorgame. Wir sehen uns im nächsten Stream. Und ja. Macht euch einen schönen Abend. Geistige Erkrankungen sind Erkrankungen, die am unergründlichsten und schwersten zu erklären sind. Ja. Vielleicht hat man es deswegen auch nicht einfach auf, äh, ich sag mal... ...und ein Klischee runtergebrochen am Ende. Sondern dem ein bisschen Raum gegeben. Ist vielleicht eine sehr gute Sache. Zeigt auch einen allgemein an vielen Punkten sehr sensiblen Umgang mit dem Thema irgendwie. Oder einen vorsichtigen. Und trotzdem sich nicht beirren lassen, die Geschichte zu erzählen. Die man erzählen will. Christie balzieren. Untertitelung. Vielen Dank.